Charlotte hatte seit langer, langer Zeit nicht mehr so viel Spaß gehabt. Jedes Mitglied von Gabriels Familie liebte das Spiel über alle Maßen und unterstützte Daniel Azera und sein Team mit glühender Leidenschaft. Sie schrien und ächzten voller Inbrunst, wenn Pässe ihr Ziel verfehlten oder ein Straftritt weit an den Mahlstangen vorbeiging und gaben gewehrfeuerartig Kommentare über offenes Gedränge- oder Gassenspielsituationen ab. Das war ein verfluchtes Abseits, Schiri, bist du blind? brüllte Sailor an einer Stelle. Woraufhin Azeme piepste? Du musst etwas in die Strafkasse tun, weil du geflucht hast, Onkel Sailor. Charlotte lachte, als Sailor eine goldene Dollarmünze in das Sparschwein steckte, das Emmerlein aus dem Rucksack, in dem die Spielsachen der Mädchen waren, herausgekramt hatte. Ihr zwei ruiniert mich noch, er zeigte auf Gabriel. Ihr habt ihn vergessen, er schuldet euch zwei Dollar. Nach Charlottes Rechnung verdienten die Mädchen während der ersten Halbzeit 27 Dollar, darunter mehrere Spenden von Gabriel, Jake und Sailor, als der Schiedsrichter keine Strafe für ein gefährliches Tackling gegen den Kopf-Hals-Bereich verhängte, und dann waren da noch die zwei gescheiterten Gedränge. Charlotte liebte jede Sekunde dieses Erlebnisses. Als die Halbzeitpause nahte, hatten sich alle halbwegs wieder beruhigt und Dannys Team lag noch immer in Führung. Plötzlich wurde Charlotte sich Gabriels Finger bewusst, die sanft ihren Nacken streichelten. Die Härchen auf ihren Armen richteten sich auf, ihre Reaktionen eine Mischung aus Panik und Erregung. Sie musste sich konzentrieren, um nicht zu verkrampfen. Gabriel bedrohte sie nicht. Er liebkoste sie. Als sie sich das bewusst machte, fiel es ihr leichter, sich auf die sinnliche Berührung zu fokussieren und den alten Schmerz zu vergessen. Doch als seine Hand ihren Nacken umschließen wollte, fasste Charlotte nach hinten und zog sie weg. Gabriel schaute sie forschend an, dann legte er den Arm wieder auf die Stuhllehne und unternahm keinen weiteren Versuch. Obwohl ihr die Vorstellung, da festgehalten zu werden, Übelkeit verursachte, fühlte es sich an, als hätte sie etwas Kostbares verloren. Charlotte fingerte nervös an Gabriels Schal herum, als er sie nach Hause fuhr. Das hat Spaß gemacht, platzte sie heraus, als sie die angespannte Atmosphäre nicht länger ertrug. Und wie, Danny ist ganz aus dem Häuschen über den Sieg. Charlotte hatte Gabriels jüngsten Bruder nur wenige Minuten gesehen, bevor er sich mit dem restlichen Team zu einer abschließenden Spielbesprechung zusammenfinden musste. Obwohl das harte Match ihm eine Platzwunde an der Augenbraue und einen Bluterguss am Kiefer eingebracht hatte, war er in Hochstimmung gewesen. Habt ihr diesen verflucht großartigen Pass gesehen? Hatte er gleich als erstes gefragt. Seine Familie hatte ihm applaudiert, ihn umarmt und geküsst. Charlotte hatte sich im Hintergrund gehalten und beobachtet, wie Asma und Emmaline ihrem muskelbepackten Onkel ohne Angst zerdrückt zu werden in die Arme geflogen waren. Danny hatte die Mädchen geknuddelt und ihnen einen Schuldschein für ihre Strafkasse gegeben. Dann war er gegangen. Charlotte konnte nicht sagen, ob er sie überhaupt wahrgenommen hatte. Ich habe gehört, dass Danny kommende Saison in ein anderes Team wechseln will, sagte sie, während sie sich fragte, ob die Anspannung im Wagen real oder doch nur eingebildet war. Falls Gabriel sie jetzt schon aufgab … Sie spürte ein eisiges Stechen in der Brust. »Charlotte, wieso bist du so fest entschlossen, ein Loch in meinen Schal zu zupfen?« Sie ließ von ihrem nervösen Genestel ab. »Entschuldige«, sagte sie und strich den Schal glatt, wobei sie die ausgefransten Ränder, die verschlissene Wolle, registrierte. »Stammt er aus deiner Zeit als Spieler?« »Mein Vater hat ihn mir gekauft, als ich ausgewählt wurde. Er wurde mein Glücksbringer. Und er hatte ihn ihr gegeben, damit sie ihn trug. Hin- und hergerissen zwischen Hoffnung und Verzweiflung, bis Charlotte sich in die Unterlippe und fuhr wieder mit den Händen über den Schal. »Du hast meine Frage nicht beantwortet.« »Aus keinem besonderen Grund. Miss Baird?« Sie erschauerte. »Lass das.« »Wieso sollte ich? Es macht dich heiß.« Gabriel liebte es, Charlotte heiß zu machen. »Irgendwann einmal werden wir im Bett Chef und Sekretärin spielen. Dann kannst du Mr. Bishop zu mir sagen und »Ja, Sir« oder »Selbstverständlich, Sir«. Außerdem hatte er noch die ziemlich schmutzige Fantasie, in der sie sagte »Fick mich, Gabriel«. »Hör auf, mir solche Gedanken in den Kopf zu pflanzen.« Ihre Brust hob und senkte sich unter ihren schweren Atemzügen. »Wie soll ich mich im Büro normal benehmen, wenn du mich in diesem Tonfall Miss Baird nennst?« »Das werde ich nicht.« »Es sei denn, wir sind allein.« »Dann muss ich mich nicht zügeln«, dachte er, als er kurze Zeit später in ihre Einfahrt einbog und vor ihrem Haus hielt. Er schaltete die Scheinwerfer und den Motor aus, dann legte er den Arm über die Rücklehne ihres Sitzes. »Nun, Miss Baird, wir müssen ein Gespräch führen.« »Ein Gespräch?« Sie hüstelte. Dann sah sie ihn mit steifen Schultern an. »Worüber denn?« »Darüber, warum du bestimmte Berührungen nicht magst und es dir Unbehagen bereitet, wenn man dir zu nah auf die Pelle rückt.« Gabriel hätte um das Thema herumtänzeln können, aber es wurde immer offensichtlicher, dass er damit rein gar nichts erreichen würde. Es verfolgte Charlotte, machte sie zu einer Gefangenen, daher mussten sie offen darüber sprechen, anstatt es tot zu schweigen. Sie umklammerte seinen Schal. »Wie kommst du darauf, dass du das Recht hast, es zu erfahren?« Charlotte. Er wartete, bis sie ihn ansah, der Blick ihrer haselnussbraunen Augen argwöhnisch hinter ihrer Brille. »Du weißt, wie stur ich sein kann, wie entschlossen. Mir wird eine Lösung einfallen, aber zuerst muss ich das Problem kennen.« »Was, wenn es keine Lösung gibt?« Ein Frösteln überlief sie. »Was, wenn ich einfach zu verkorkst bin?« »Nein.« »Nein?« Ihre Stimme klang schrill. »Du kannst nicht entscheiden, ob etwas unmöglich ist.« »Sicher kann ich das, wenn ich derjenige bin, der diese Entscheidung trifft.« Er fasste sie am Kinn. »Und das tue ich hiermit, es sei denn, du bist zu dem Schluss gelangt, dass du mich nicht mehr willst.« Ihre Haut fühlte sich so zart an, dass er am liebsten mit seinem stoppligen Kinn darüber gerieben hätte, um sein Zeichen zu hinterlassen. »Charlotte?« »Nicht hier und nicht jetzt.« Sie entzog sich ihm. »Hast du morgen Zeit?« »Ja.« Gabriel hatte eigentlich vorgehabt, ein paar Zahlen in Bezug auf einen potenziellen Immobilienerwerb durchzugehen, doch das konnte warten. Holst du mich in der Früh ab, gegen neun? Ich werde hier sein. Charlotte lehnte sich zitternd gegen die Tür, nachdem sie sie geschlossen hatte, und beobachtete, wie das Scheinwerferlicht von Gabriels SUV die Fenster streifte, als er losfuhr. Er hatte ihr keinen Gute-Nacht-Kuss gegeben, sondern nur die Hände um ihr Gesicht gelegt und gesagt, »Wir sehen uns morgen.« Es war, als hätte er gewusst, dass sie mit einem Kuss nicht klargekommen wäre. Nicht zu diesem Zeitpunkt, nachdem sie versprochen hatte, ihm die Wahrheit zu sagen. Es fühlte sich an, als würde Eises Kälte aus ihrem Herzen strömen und sich in ihrem ganzen Brustkorb ausbreiten. Sie fuhr sich mit zittrigen Fingern durchs Haar, als sie ins Schlafzimmer ging, um ihr Nachthemd anzuziehen, nachdem sie sämtliche Lichter im Haus angeschaltet hatte. Sie putzte die Zähne und wusch sich das Gesicht mit heißem Wasser. Anschließend drehte sie eine zweite Runde und knipste die Lichter wieder aus. In den ersten sechs Monaten nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus hatte sie das Haus, mit Ausnahme von Mollys Zimmer, die ganze Nacht über heller leuchtet gelassen, bis ihr Stolz verlangt hatte, dass sie damit aufhörte. Es fiel ihr immer noch schwer, deshalb folgte sie beim Löschen der Lichter einem bestimmten Muster, um keine Sekunde im Dunkel zu sein. Aber es war besser, als sich der Angst zu ergeben. Sobald sie die Schlafzimmertür hinter sich zugesperrt hatte, schaltete sie die Nachttischlampe ein und das Deckenlicht aus, dann legte sie sich ins Bett. Ihr Magen rebellierte noch immer. Charlotte wusste, dass sie es Gabriel einfach hätte sagen sollen. Aber sie war nicht imstande gewesen, im dunklen Wagen darüber zu sprechen. Die Nacht war die Zeit des Schreckens. In Anbetracht dieser Gedanken verwunderte es wenig, dass sie einen Albtraum hatte, nachdem sie endlich eingeschlafen war. Wenngleich die meisten Menschen es nicht als solchen bezeichnet, sondern lediglich eine Erinnerung darin gesehen hätten. Charlotte lag nackt in Richards schmalem Bett. Sie fühlte sich unbehaglich und hatte Schmerzen. Trotzdem fand sie, dass es die Sache wert gewesen war. Es hatte Richard so glücklich gemacht. »Hi«, sagte sie und lächelte scheu, als er aus dem Bad kam, nun mit einer Jogginghose bekleidet. »Hi«, er legte sich neben sie und setzte dieses perfekte, strahlende Lächeln auf. »Mach dir keine Gedanken. Mit der Zeit wirst du besser.« Die sprudelnde Freude in ihr flaute ab. »War ich so schlecht?« Sie hatte gewusst, dass sie sich unbeholfen anstellen würde, aber er hatte ihr versichert, dass das keine Rolle spiele, sondern er sich geehrt fühle, weil sie ihm ihren Körper zum Geschenk machte. Ihre Frage entlockte ihm ein leises Lachen. »Du warst nicht im Rhythmus, aber das kann ich dir beibringen.« Er zog ihr das Laken weg und musterte ihren Körper. Ihr war kalt und sie fühlte sich zur Schau gestellt, doch als sie nach dem dünnen Baumwolltuch greifen wollte, hielt er es aus ihrer Reichweite. »Richard«. Sie kämpfte mit den Tränen. »Du hast einen guten Körper«, bemerkte er mit abschätzendem Blick. »Ein bisschen mager und deine Oberweite ist nicht gerade üppig, aber...« Er sah auf, registrierte den Koma in ihrem Gesicht und war auf einmal wieder der süße, fürsorgliche Junge, in den sie sich verliebt hatte. »Entschuldige, Charlotte. Du weißt, ich liebe dich. Komm, ich werde es dir beweisen.« Sie wollte ablehnen, ihn darauf hinweisen, dass es weh tat, aber er hatte schon angefangen, sie zu küssen, und sie wollte ihn nicht wieder enttäuschen. Darum sagte sie nichts. Stattdessen erduldete sie den Schmerz mit zusammengebissenen Zähnen und lächelte ihn an, als er Dinge mit ihr tat, die eigentlich dazu gedacht waren, sie zu erregen. Beim ersten Mal hat es funktioniert, aber jetzt fühlte sie sich zu beschämt und verlegen. Wie eine Versagerin. »Siehst du?« fragte er danach, als er sich schwer atmend von ihr herunterrollte, »Ich liebe dich.« Nie zuvor hatte ein Junge ihr so viel Aufmerksamkeit geschenkt oder ihr gesagt, dass er sie liebte und begehrte. Bestimmt hatte er ihre Gefühle nicht absichtlich verletzt. Charlotte war einfach nicht erfahren genug, um den Hintersinn seiner Worte zu verstehen. Richard hätte jedes Mädchen auf dem Campus haben können, doch er hatte sie gewählt. »Ich liebe dich auch,« flüsterte sie. »Ich habe ihn wirklich geliebt,« dachte Charlotte am nächsten Morgen, als sie sich nach dem Duschen ankleidete. Es war die sehnsuchtsvolle, steinerweichende Liebe eines Mädchens gewesen, das jemanden gebraucht hatte. Zwar hatten sie und Molly einander, doch im Gegensatz zu ihrer starken, zielstrebigen Freundin war Charlotte sich nicht sicher gewesen, welchen Lebensweg sie einschlagen sollte. Nach der Highschool hatte sie nicht einmal einen Gedanken an eine Weiterbildung verschwendet, weil sie nicht einen einzigen Tag mit ihrer Mutter versäumen wollte. Sie hatte die Studienbewerbung nur ihren Eltern zuliebe abgeschickt und sie hinterher sofort vergessen. Erst als die Bescheinigungen für das Vorsemester einzutrudeln begannen, war ihr klar geworden, dass ihr Vater den Studienplatz in ihrem Namen angenommen und sie für die Kurse eingeschrieben hatte, von denen sie ihm gegenüber Monate zuvor erwähnt hatte, dass sie sie belegen würde. Sie hatte nicht die Absicht gehabt, wirklich hinzugehen. Bis dann, drei Wochen vor Semesterbeginn, durch den plötzlichen Tod ihrer Eltern ihr Leben aus den Fugen geraten war. Erst hatte sie ihre Mutter, dann ihren Vater zu Grabe getragen und sich anschließend vollkommen verloren gefühlt. Die Universität war nicht mehr für sie gewesen als ein Zufluchtsort, um nicht in Trauer zu versinken. Zwei Monate nach Semesterbeginn hatte ihr Schmerz allmählich nachgelassen und sie ein echtes Interesse an ihrem Studium entwickelt. Dann war Richard in ihr Leben getreten und Charlotte hatte festgestellt, dass ihre Seele noch immer tiefe Wunden aufwies. Lieber Himmel, eine echte Frau wäre inzwischen darüber hinweg. Entschuldige, Charlotte, manchmal vergesse ich einfach, wie unerfahren du bist. Ich bin nicht absichtlich ungeduldig mit dir. Du tust, was ich sage, Charlotte, keine Widerrede. Mach dich nicht lächerlich, du weißt, dass dich nie ein anderer würde haben wollen. Andernfalls wäre ich nicht dein erster und einziger Freund. Charlotte hatte es damals nicht begriffen, aber Richard war ein Parasit gewesen, der sich von ihrer Trauer und ihren Unsicherheiten näherte. Eine selbstbewusste Frau hätte ihn in den Wind geschossen, wenn er nach dem ersten Mal solch gemeine Dinge gesagt hätte. Molly hätte ihm vermutlich obendrein einen Fausthieb verpasst. Charlotte hingegen hatte sich ermahnt, darüber hinweg zu kommen. Schließlich war er attraktiv und klug und überhaupt nicht der Typ Junge, von dem man erwarten würde, dass er sich in die unscheinbare, schüchterne Charlotte Baird verliebte. Doch das Schlimmste, das absolut Schlimmste war gewesen, wie alles angefangen hatte. Sie mochte unerfahren und schrecklich unsicher gewesen sein, aber sie war nicht dumm. Sie hätte sich nicht von ihm vereinnahmen lassen, wäre er von Beginn an fies und grausam gewesen. Nein, Richards Übergriffe hatten langsam und heimtückisch begonnen. So wie eine Spinne ein hilfloses Insekt in ihrem Netz gefangen nimmt, bevor dieses die Gefahr auch nur kommen sieht. An ihrer Tür ertönte ein lautes Klopfen und sie realisierte, dass Gabriel eingetroffen sein musste. Wieder durchlief sie ein Schauder, als sie sich daran erinnerte, dass sie versprochen hatte, ihm alles zu erzählen. Sie ging zur Tür und öffnete mit zitternden Händen. Er trug Jeans, schwere Stiefel, die aussahen, als hätten sie schon einiges mitgemacht, und ein kurzärmliges schwarzes Hemd, dessen Taschenklappen mit Nieten besetzt waren und das ihm mit seinen breiten Schultern wie angegossen passte. Er nahm seine verspiegelte Sonnenbrille ab und ließ den Blick über Charlet gleiten. Kälte durchströmte sie, und das Echo von Richards schonungsloser Aufzählung ihrer Defizite dröhnte laut in ihrem Kopf. Die Nacht, in der das Monster real war. Sie gefallen mir im Kleid, sagte der Mann, der auf ihrer Türschwelle stand und der nicht Richard war. Das lässt mich auf alle möglichen Ideen kommen, was den leichten Zugang betrifft. Charlotte errötete. Jeder Gedanke an Richard verflüchtigte sich. Ich dachte, weil es heute so warm und sonnig ist. Sie hatte sich für ein ärmelloses weißes Sommerkleid in Kombination mit einem orangefarbenen Lackledergürtel entschieden. Anstelle einer weißen Strickjacke trug sie eine Limettengrüne. Das Outfit war eins ihrer farbigsten ihrer neuen Garderobe, und obwohl Winter war, weckte es Frühlingsgefühle in ihr. Ich entdecke gerade eine ganz neue Vorliebe für die Sonne an mir. Gabriel umfasste ihr Kinn und fragte, soll ich dich küssen, Charlotte? Mit der Zunge über deine lecken und an der Spitze saugen, bis du aufstöhnst? Er unterstrich jedes seiner Worte, indem er mit dem Daumen über ihre Unterlippe rieb. Mach auf. Ihr Herz hämmerte wie wild, als sich ihre Lippen wie von selbst teilten. Gabriel ließ den Daumen dazwischen gleiten, und sie saugte daran. Dann biss sie leicht hinein. Seine Augen verdunkelten sich. Er zog den Finger heraus und tippte an ihre Lippen, die sich schon jetzt geschwollen anfühlten, als wären sie geküsst worden. Allein dafür wirst du auf deinen Kuss warten müssen. Er zog sie nach draußen. Hast du alles? Der Sprache, noch nicht wieder mächtig, nickte Charlotte. Dann fischte sie die Schlüssel aus ihrer Handtasche, aktivierte die Alarmanlage und schloss das Haus ab. Gabriels Hand glitt ihren Rücken hinab und kam am Ansatz ihres Poes zum Liegen, als Charlotte die Schlüssel wieder einsteckte. Sie zuckte zusammen. Doch er nahm seine Hand nicht weg, sondern buxierte sie sanft zum Wagen. Was ist da alles drin? Erkundigte er sich, den Blick auf ihre Handtasche gerichtet. Das Ding ist groß genug, um deine Küchenspüle samt Armaturen darin unterzubringen. Aha, machte sie sich seiner Berührung mit jeder Faser bewusst. Frag mich erst gar nicht, wenn du das nächste Mal einen Stift oder Kliebeband brauchst. Er grinste übers ganze Gesicht und streichelte sie wieder. Seine Hitze versenkte sie. Die Stelle prickelte sogar noch, als sie auf dem Beifahrersitz saß. Wohin möchtest du? In den Albert Park. Es hatte eine Weile gedauert, bis sie sich im Unibezirk wieder wohlgefühlt hatte. Doch inzwischen stieg sie meist ein paar Stationen früher aus dem Bus und spazierte auf ihrem Weg zur Arbeit durch den angrenzenden Park. Es bedeutete ihr viel, dass es Richard nicht gelungen war, ihr die Freude an der zauberhaften Gegend zu vergellen. Sie liebte die lebendige Stille, die dort morgens herrschte, wenn der Park von joggenden Studenten bevölkert wurde, sowie von akkurat gekleideten Menschen, die eine Abkürzung zum zentralen Geschäftsviertel nahmen. Einige legten, die Augen auf ihre Smartphones fixiert, ein zügiges Tempo vor. Doch die meisten schlenderten mit gemächlichen Schritten über die Wege und lächelten jeden an, dem sie begegneten. Gelegentlich stieß sie auf eine Gruppe von Leuten, die unter dem Baldachin eines großen Baumes Tai Chi praktizierten. Charlotte blieb jedes Mal stehen und bewunderte den anmutigen, gemächlichen Fluss ihrer Bewegungen. Jetzt, um halb zehn an einem Feiertag, war mehr los als sonst, aber nicht irrsinnig viel. Gabriel fand wenige Gehminuten entfernt einen Parkplatz. Kurz darauf führte er sie, seine Hand an ihrem unteren Rücken ruhend, in den Park. Da es in Auckland selbst im Winter nur selten schneite, wuchsen immer irgendwelche Blumen und jetzt, wo sich die kalte Jahreszeit dem Ende zuneigte, entfalteten die Beete eine verschwenderische Farbenpracht. Ich wundere mich immer wieder, wie die Gärtner es schaffen, den Park zu jeder Jahreszeit so hübsch zu gestalten, bemerkte sie, als sie den Weg einschlugen, an dessen Ende der Konzertpavillon stand. Da Charlotte sich selbst dort eingeengt gefühlt hätte, bog sie nach links ab und führte Gabriel zu einer offenen Fläche, auf der nur ein paar Bäume standen, die mit ihren verrenkten und gebogenen Ästen an lebendige Skulpturen erinnerten. Wegen des Gärtnerkrams solltest du Sailor fragen, schlug Gabriel vor. Er ist ein wandelndes Pflanzenlexikon. Wie kommt es, dass er Landschaftsgestalter geworden ist, anstatt Sportler? Er ist der Streber in unserer Familie und hat sich schon immer mehr für Wissenschaft und Botanik interessiert. Sein Grinsen nahm seinen Worten die Schärfe. Sein Stolz auf seinen Bruder war unverkennbar. Am Wochenende spielt er Freizeit-Rugby, darum haben wir ihn noch nicht enterbt. Charlotte seufzte. Für mich besteht da keine Hoffnung. Ich liebe Sport, aber ich habe nicht die nötige Kondition, um je gut darin zu werden. Gabriel bewegte die Hand zu ihrer Hüfte und drückte sie. Wovon sprichst du? fragte er, als Hitze in ihren Unterleib strömte und ihn zum Schmelzen brachte. Du lieferst dir Ringkämpfe mit Tyrannosauriern oder etwa nicht? Sie zog die Nase kraus und verkniff sich ein Lächeln. Nur mit einem. Gut so, weil dieser T-Rex nämlich höllisch besitzergreifend ist und nicht gern teilt. Er streichelte erneut ihre Hüfte. Was hältst du von diesem Platz hier? Charlotte betrachtete den natürlichen Sitz, den ein ausgreifender Ast bildete, und ihre Freude zerstob. Die Zeit war gekommen. Keine Verzögerung mehr. Sie musste ihm die ganze hässliche Geschichte erzählen. Okay, murmelte sie, dann schnappte sie nach Luft, als Gabriel ihre Taille umfasste und sie auf den Ast hob. Doch anstatt sich neben sie zu setzen, lehnte er sich dagegen und legte einen Arm um sie. Ich dachte, du rückst mir gern auf die Pelle, meinte sie und verspürte ein Ziehen im Herzen, weil es den Anschein hatte, als wolle er jetzt schon auf Distanz gehen. Ich liebe es, aber da du im Auto nicht mit der Sprache herausrücken wolltest, habe ich beschlossen, mich zu benehmen und dir Raum zum Atmen zu geben. Er sah sie mit seinen stahlgrauen Augen durchdringend an. Ich bin hier, wenn du mich brauchst, und ich bin definitiv stark genug, um dir zu helfen, deine Dämonen zu bekämpfen. Du musst es nur sagen. Ihr ging das Herz auf, und sie rückte ein Stück näher an seinen kraftvollen, zuversicht einflößenden Körper. Seine Mine wurde weich, als er beide Arme um sie schloss, ohne sie einzuengen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, gestand sie, während sie beobachtete, wie ein Junge seine Freundin in seinen Armen herumwirbelte, bevor sie zusammen in Richtung des weißen Uhrenturms der Universität liefen. Ist das hier passiert? Ja. Zumindest hatte es hier begonnen. Dann fang an dieser Stelle an. Berichte mir von deiner wilden College-Zeit. Charlotte wollte lächeln und schaffte es nicht. Die Vergangenheit war zu niederschmetternd, zu entsetzlich. Der bösartige Schatten, den sie auf die Gegenwart warf, erdrückte jede Leichtigkeit in ihr. Ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen wollte. Aber da ich gern den Wirtschaftsteil der Zeitung las, beschloss ich, Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Rechnungswesen zu studieren. Sie lachte leise, aber es klang kein Humor darin mit. Das mutet nach einem dummen Grund für eine solch wichtige Entscheidung an. Aber ich hatte damals nicht alle Sinne beisammen. War deine Mutter schon krank, als du dich entscheiden musstest? Charlotte nickte, während die Erinnerung an den Verlust wie ein Bleigewicht auf ihrem Herzen lag. Meine Mutter ermahnte mich, mein Leben zu leben und mich nicht von ihrem Tod herunterziehen zu lassen. Und ich war fest entschlossen, genau das zu tun. Sogar dann noch, als auch mein Vater gestorben ist. Trotz der Jahre, die seither vergangen waren, spürte sie einen Kloß im Hals. Es passierte wenige Wochen vor Semesterbeginn. Anfangs war ich wie ein Zombie und habe von den Vorlesungen kaum etwas mitbekommen. Doch sobald ich die schlimmste Trauer überwunden hatte, wollte ich meine Eltern stolz machen. Gabriel streichelte mit der Hand über ihre Hüfte. Hattest du jemanden, an dem du dich festhalten konntest? Ja, Molly. Sie schmiegte sich enger an ihn. Ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Ihre beste Freundin hatte ihr durch die ersten Wochen nach dem schockierenden Tod ihres Vaters hindurch geholfen. Kurz vorher war ich 18 geworden, also war ich offiziell eine Erwachsene, als mein Vater starb. Trotzdem war ich vollkommen verloren. Molly hat sich um seine Beerdigung gekümmert und mit den Anwälten gesprochen, um zu veranlassen, dass ich Zugang zu den Familienkonten bekam, um Rechnungen begleichen zu können. Charlotte war in einer Schockstarre gewesen. Sie hatte nicht vergessen können, wie kalt sich die Hand ihres Vaters angefühlt hatte, als sie nach oben gegangen war, um ihn zum Frühstück zu holen. Er war mit friedvoller Miene und dem Hauch eines Lächelns entschlafen. Mit Vertrauer enger Kehle sagte sie, ich konnte einfach nicht begreifen, dass sie beide gestorben waren. Es war ein Schlag zu viel gewesen. Was ist mit den Familien deiner Eltern? Gabriel runzelte die Stirn. Sie hätten für dich da sein müssen. Mein Vater und meine Mutter waren beides Einzelkinder, und meine Großeltern sind gestorben, als ich noch klein war. Eine ausgelassene Großfamilie wie Gabriels hatte Charlotte nie gekannt. Aber sie hatten einen kreisenger Freunde, die Molly, wie sie mir später erzählt hat, mit Rat und Tat unterstützten. Trotzdem war sie diejenige, die sich um alles gekümmert hat. Gabriel legte die Finger seiner freien Hand unter ihr Kinn und hob es sanft an. Bestimmt hast du dasselbe für sie getan, als der Skandal ihre Familie zerstört hat. Das war nicht vergleichbar. Molli war damals schon so taff gewesen wie heute. Was sagt sie dazu? Dass sie es ohne mich nicht überstanden hätte, räumte Charlotte ein. Du warst mein Fels in der Brandung, hatte Molli einmal zu ihr gesagt. Beständig und beschützend und von einer solch tiefen Loyalität erfüllt, dass ich wusste, keine Sturmflut könnte dich je fortspülen. Ohne dich wäre ich ertrunken. Ich denke, sie weiß, wovon sie spricht. Gabriel strich ihr eine verirrte Strähne hinters Ohr. Ich wette, deine Eltern wollten, dass sie bei euch wohnt, nachdem ihre bei dem Autounfall ums Leben gekommen waren. Charlotte nickte zittrig. Aber da hatten die Ärzte schon weitere Tumore im Körper meiner Mutter festgestellt. Die Sozialarbeiter waren nicht damit einverstanden, dass Molli bei uns einzieht. Sie hatten behauptet, es wäre zu viel Stress für Pippa, aber Charlottes Mutter war in ständiger Sorge um Molli gewesen. Darum wurde sie bei Fremden untergebracht, aber meist hat sie dort nur geschlafen. Mollis Pflegeeltern waren keine schlechten Leute gewesen. Es hatte ihnen nur das nötige Rüstzeug für den Umgang mit einer Jugendlichen gefehlt, die alles verloren hatte. Es verstand sich von selbst, dass wir zusammenzogen, als wir anfingen zu studieren. Weder Molli noch sie selbst hatten irgendjemandem sonst genug vertraut, um eine WG zu gründen. Anfangs wohnten wir im Haus meiner Eltern, bis ich es nach einem Monat verkaufte. Sie waren gut versichert gewesen, darum gab es keine offenen Rechnungen, aber ich konnte es nicht ertragen, weiterhin dort zu leben. Die Stille war zermürbend gewesen. Nie wieder hätte sie das Lachen ihres Vaters dort gehört. Nie wieder die Stimme ihrer Mutter, während sie bei der Hausarbeit ein albernes Lied trellerte. Charlotte hatte es nicht ausgehalten. Mein Vater hat mir immer geraten, niemals Geld für Miete zu vergeuden, wenn ich die Möglichkeit hätte, stattdessen in Eigentum zu investieren, fuhr sie mit rauer Stimme fort. Darum habe ich das Haus gekauft. Da es kleiner war als das ihrer Eltern, hatte sie genügend Geld übrig gehabt, um ihr Studium zu finanzieren. Molly und ich hatten einen Riesenstreit, weil sie mir Miete zahlen wollte. Am Ende habe ich ihr Schuldgefühle eingeimpft, um zu gewinnen. Sie lachte und es klang echt, wenn noch ein wenig Tränen erstickt. Ich fragte sie, ob sie wolle, dass meine Eltern mich heimsuchen. Immerhin hatten sie sie immer wie eine zweite Tochter behandelt. Wie hinterhältig. Gabriels Lippen strichen über ihre Schläfe. Seine Hand lag warm und beschützend an ihrer Hüfte. Kein Wunder, dass ihr zwei euch so nahe steht. Ihr habt eine Menge zusammen durchgemacht. Charlotte, die sich seit der Zeit vor Richard nie mehr so sicher gefühlt hatte wie jetzt, nickte. Doch die Wärme, die sie durchströmt hatte, während sie über ihre Eltern und ihre beste Freundin sprach, wich eisiger Kälte, als sie sich der Dunkelheit stellte. Ich habe Richard zwei Monate nach Beginn meines ersten Semesters kennengelernt. Sein Name fühlte sich wie Glassplitter in ihrer Stelle an. Scharfkantig brachten sie sie innerlich zum Bluten. Er war intelligent, sah gut aus und er mochte mich. Zumindest ließ er mich das glauben. Durch die Nähe zu Gabriels Körper spürte sie die vibrierende Anspannung, die seine Muskeln erfasste. Keine Sorge, Gabriel. Er ist im Gefängnis. Großer Gott, Charlotte. Er schlang den Arm fester um sie. Was zur Hölle hat er getan? Charlotte hatte keine andere Wahl, als es ihm zu sagen. Gabriel musste es wissen. Wir führten seit vier Monaten eine Beziehung, als mir endlich klar wurde, dass er mir nicht gut tat. Er sorgte dafür, dass ich alles an mir in Frage stellte, mich wertlos fühlte. Rückblickend konnte Charlotte nicht fassen, dass sie ihn nicht früher durchschaut hatte. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen und mich selbst wachrütteln. Gabriels Miene war finster. Du hast gelitten und warst in Trauer. Er hat das ausgenutzt. Verstandesmäßig wusste Charlotte, wie verletzbar sie gewesen war, als sie Richard in ihr Leben gelassen hatte. Trotzdem war es schwer, nicht zurückzublicken und sich zu wünschen, sie könnte die Vergangenheit ändern. Dieses Unsichere, schüchterne Mädchen war noch immer nicht ganz aus ihr verschwunden. Eines Tages, als wir gerade über eine Arbeit für einen gemeinsamen Kurs sprachen, hat er mich geschlagen. Ihr Herz klopfte wie verrückt und sie spürte, wie Gabriels Muskeln steinhart wurden. Er warf mir vor, ihm Widerworte zu geben. Geschockt und unter Schmerzen war sie mit blutender Lippe zur Tür gehastet. Ich habe sofort mit ihm Schluss gemacht, vielmehr habe ich es versucht. Es hatte sie ihren ganzen Mut gekostet. Sie war darauf gefasst gewesen, dass er sie zurückzerren und widerschlagen würde. Richards Arroganz war es schließlich gewesen, die ihr zu Flucht verholfen hatte. Er hat sich geweigert, es zu glauben. Zuerst hat er mich ausgelacht und gesagt, dass ich zu ihm zurückgekrochen kommen werde, weil er der Einzige sei, der mich wolle. Ein Knurren entrang sich Gabriels Kehle. Du hast diesen üblen Scheißkerl hoffentlich angezeigt. Sie tätschelte beschwichtigend seine Brust und schmiegte sich wärmesuchend noch enger an ihn. Ja, aber mein Wort stand gegen seins, und Richard war ein Meister der Manipulation. Er verstand sich darauf, Illusionen zu erschaffen, die real wirkten. Es kam nichts dabei heraus. Gabriels Kinn sah wie in Stein gemeißelt aus. Aber das war nicht das Ende vom Lied, oder? Charlotte schüttelte den Kopf. Als er begriff, dass es mir mit der Trennung ernst war, begann er, mich mit Blumen und Pralinen zu bombardieren, war plötzlich wieder der charmante Junge, der mir anfangs vorgegaukelt hatte, mich zu lieben. Panik stieg in ihr auf. Ihre Lungen arbeiteten wie verrückt. Die Luft wirkte auf einmal zu dünn. Aber als ich nicht nachgab, fing er an gemein zu werden. Ihr Atem ging flach. Ihr Herz schlug viel zu schnell. Er hat auf dem Campus und über die Campusforen im Internet Gerüchte über mich gestreut, aber das machte mir gar nicht so viel aus. Sie war nie ein geselliger Mensch gewesen, darum hatte sie die Meinung der angesagten Klicken nicht gekümmert. Molly kannte die Wahrheit und das war das Einzige, was zählte. Während ihrer Beziehung hatte Richard versucht, sie dazu zu bringen, die Freundschaft mit Molly zu beenden. Doch in dem Punkt hatte Charlotte nie einen Millimeter nachgegeben. Tatsächlich half es mir, dass ich ein Niemand auf dem Campus war. Niemand interessierte sich genügend für mich, um die Gerüchte weiter zu tratschen. Atme, Charlotte. Ich kann nicht, ich muss das hinter mich bringen. Fast keuchend fasste sie hinter ihn und krallte die Finger in sein Hemd. Als ich schon dachte, es sei vorbei, fing er an, meine Vorlesungen zu besuchen und mich hämisch anzugrinsen. Außerdem spürte ich, dass er mich auf dem Campus verfolgte, auch wenn ich ihn nie dabei erwischt habe. Furcht ergriff sie bei der Erinnerung daran, wie gejagt sie sich gefühlt hatte, ohne je zu wissen, wann er ihr auflauern oder sie verletzen würde. Dann bekam ich anonyme E-Mails mit abscheulichen Fotos, auf denen Frauen erniedrigt wurden. Ihre Köpfe waren mittels Photoshop durch meinen ersetzt worden. Es waren keine Nachrichten dabei. Kurz darauf fingen die anonymen Anrufe an, alle von Nummern, die nicht zurückverfolgt werden konnten. Ihr war übel geworden, sobald das Telefon geklingelt hatte. Immer und immer wieder, auch nachts und während der Abschlussprüfung. Am Ende musste ich sowohl meine Festnetz- als auch meine Handynummer ändern. Er hat dich gestalkt. Gabriels Stimme klang hart. Ja, aber er verwischte seine Spuren derart geschickt, dass die Polizei zwar Mitgefühl mit mir zeigte, ihn aber trotzdem nicht stoppen konnte. Allerdings bekam er eine Verwarnung, was ihn fuchsteufelswild machte. Er regte sich furchtbar darüber auf und observierte mich weiter. Sie erschauerte. Dann sprach sie hastig weiter, als würde sie die Worte sonst nicht mehr herausbekommen. Damals wusste ich das nicht. Die Schikanen hörten nach der Verwarnung auf, und als ich zwei Monate lang nichts mehr tat, fühlte ich mich wieder sicher. So sicher, dass ich Molly drängte, ein besonderes Seminar in einer anderen Stadt zu besuchen, das ihr Dozent empfohlen hatte. Ich versicherte ihr, dass ich zurechtkommen würde. Sie hatte das Gefühl, von einer dunklen Wolke der Furcht verschluckt zu werden. Genau darauf hatte Richard gewartet. Er wusste, dass ich von Freitagabend bis zu Mollys Rückkehr Sonntagnachmittag allein sein würde. Flecken tanzten vor ihren Augen, und sie versuchte vergeblich mehr Luft in ihre Lungen zu saugen. Das reicht. Gabriel umfasste ihr Kinn und zwang sie, ihn anzusehen. Den Rest kann ich mir ausmalen. Nein! Sie schüttelte den Kopf. Bitte, ich muss das zu Ende bringen. Er musste genau wissen, wogegen er kämpfte. Weil Charlotte nicht wollte, dass er scheiterte, sondern sich wünschte, dass er Teil ihres Lebens wurde. Lass mich fertig erzählen. Sein Gesicht war eine Maske des Zorns, aber er nickte. Sprich weiter. Schlimme Dinge passieren. Und dann gute. Er hat sich mit einem Duplikat meines Hausschlüssels, den er heimlich hatte nachmachen lassen, als wir noch zusammen waren, Zutritt verschafft. Charlotte hatte damals noch keine Alarmanlage besessen, dies angesichts ihrer sicheren Nachbarschaft noch nicht einmal in Erwägung gezogen. Mir kam gar nicht der Gedanke, dass er einen Schlüssel haben könnte, weil ich Richard nie mit zu mir nach Hause genommen habe. Wir waren immer bei ihm. Nach diesem entsetzlichen Wochenende hatte sie sich schwere Vorwürfe gemacht, weil sie es versäumt hatte, die Schlösser auszuwechseln, bis Molly sie geschüttelt und gesagt hatte, dass sie ebenso wenig daran gedacht hatte. Keine von ihnen hatte mit der unendlichen psychopathischen Geduld gerechnet, die Richard in seiner Rage aufbrachte, weil ihnen jede Erfahrung mit einer derart gestörten Psyche fehlte. Ich kam an einem Freitag nach einem späten Kurs heim. Es war Winter und dunkel. Er lag im Haus auf der Lauer. Charlotte zitterte wie Espenlaub und musste sich an Gabriel festhalten, um nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren. Er wartete, bis ich die Tür abgeschlossen hatte, bevor er auf mich losging. Ihre Erinnerung an die darauf folgenden Minuten war bestenfalls diffus. Als ich zu mir kam, hatte er mich geknebelt und an einen Küchenstuhl gefesselt. Wieder drohte die Übelkeit, sie zu übermannen, so wie damals, als ihr schmerzender Kopf und ihr von Blutergüssen übersätes Gesicht ihre geringste Sorge gewesen waren. Er hatte Stricke mitgebracht und trug Handschuhe, außerdem einen Overall mit Kapuze, damit man keine forensischen Beweise sicherstellen würde. Charlotte war bewusst gewesen, dass sie sich in der Gewalt eines kompletten Psychopathen befand. Anfangs redete er nur mit mir. Er beschrieb mir detailliert, was er mit mir tun wollte. Die mentale Folter war unerträglich gewesen. In den folgenden Stunden trat er von Zeit zu Zeit hinter meinen Stuhl und riss meinen Kopf an den Haaren zurück. Dann ritzte er meinen Hals mit einem Messer gerade so tief, dass ich blutete. Bis heute schreckte sie manchmal mit dem Gefühl, aus dem Schlaf scheinbar Blut an ihrem Hals, eiskaltes Metall an ihrer Kehle zu spüren. Dann verschwand er für ein paar Minuten und sah sich im Haus um, bevor er zurückkam und mir Dinge zeigte, die er in meinem Schlafzimmer gefunden hatte und als Andenken behalten wollte. Ihre Höschen, ein Ring, ein Foto ihrer Eltern. Zwischendurch schlug er mich immer wieder. Gabriel war völlig stark geworden, aber er unterbrach sie nicht. Er barg sie nur schützend in seinen Armen und Charlotte wusste, dass er absolut niemandem erlauben würde, ihr zu nahe zu treten. Irgendwann im Laufe dieser ersten Nacht fuhr sie fort, dann Gabriel von neuer Kraft erfüllt, riss er wieder meinen Kopf nach hinten und schnitt mir büschelweise Haare ab. Charlotte hatte um ihr Leben gefürchtet und diese Bagatelle kaum registriert. Paradox, dass ausgerechnet dieses Detail sie bis heute verfolgte. Schließlich sagte er, dass er müde sei und verzog sich in mein Schlafzimmer, um sich hinzulegen. Ich überlegte mir, dass ich in seiner Abwesenheit versuchen könnte, den Stuhl umzukippen und so viel Lärm zu machen, dass die Nachbarn aufmerksam würden. Nachdem er die Küche verlassen hatte, wartete ich eine lange Weile. Dann begann ich mit dem Stuhl zu kippeln. Sofort war Richard zurück. Er hatte die ganze Zeit auf der Lauer gelegen, nur um blitzschnell wieder auftauchen zu können und zu sehen, wie die Hoffnung in meinem Gesicht erlosch. Charlotte würde niemals vergessen, wie er angesichts ihrer Überraschung gelacht hatte. Später hat er mich gefesselt in den Schlafzimmerschrank gesperrt. Ihre körperlichen Verletzungen waren zu diesem Zeitpunkt bereits qualvoll gewesen, wenn auch nicht so schlimm wie das Wissen, dass niemand kommen würde, um sie zu retten. Niemand wusste, dass sie ganz allein im Dunkeln war, einem Psychopathen hilflos ausgeliefert. Am nächsten Morgen packte er mich am Genick und schleifte mich in die Küche. Sie klammerte sich an Gabriels Hemd fest, während sie ihm detailliert schilderte, was in der Küche passiert war. Die furchtbaren Dinge, die Richard gesagt, die Verletzungen, die er ihr zugefügt hatte. Während der ganzen Zeit, in der er mich verhünnte und misshandelte, fügte sie hinzu, als sie widersprechen konnte, sagte ich mir, dass ich nicht aufgeben, nicht sterben durfte, ich musste überleben, um gegen Richard auszusagen und ihn ins Gefängnis zu bringen. Da hatte sie noch Hoffnung gehabt und nicht geahnt, wie viel schlimmer es noch werden würde. Gabriel konnte nicht denken, konnte kaum sehen, weil ihm roter Nebel die Sicht nahm. Er wollte den Bastard aufspüren, der Charlotte terrorisiert hatte, und ihm jeden Knochen im Leib brechen, sein Gesicht zu Brei schlagen und auf seinem Kopf herumtrampeln, bis ihm das Hirn aus den Ohren lief. Anschließend wollte er ihn wieder zum Leben erwecken und von vorn anfangen. Grundgütiger. Charlotte war so zart, sie könnte es niemals mit einem ausgewachsenen Mann aufnehmen. Richards Schläge mussten ihr innere Verletzungen beigebracht haben und dazu noch die grausame psychische Folter. Er wusste nicht, ob er es ertrüge, noch mehr zu erfahren, aber er würde sich dazu zwingen, denn wenn sie das überlebt hatte, konnte er es verdammt noch mal wenigstens hören, sie verdammt noch mal beschützen. Er würde sie immer beschützen. Nachdem er gefrühstückt hatte, Charlotte weinte jetzt, schien es jedoch nicht zu merken, tat er mir wieder weh. Unbewusst drückte sie ihren linken Arm gegen die Brust, woran Gabriel erkannte, dass dieser Wichse ihn ihr entweder ausgerenkt oder gebrochen haben musste. Aber er stellte sicher, dass es nicht schlimm genug war, um mich bewusstlos werden zu lassen. Gabriel zwang sich zu atmen. Der rote Nebel wich purer, eiskalter Wut. Dann schloss er mich wieder in den Schrank. Charlottes Atem rasselte. Sie zitterte am ganzen Leib. Er band etwas über meine Nase, sodass ich kaum Luft bekam und mich komplett darauf konzentrieren musste. Hinterher fand ich heraus, dass er anschließend das Haus verlassen hat, um mit Freunden Kaffee zu trinken und sich somit ein Alibi zu verschaffen. Gabriel schloss seine rechte Hand, die Charlotte nicht sehen konnte, so fest um den Ast neben ihm, dass das Holz ächzte. Dieser verfluchte Psychopath. Ja, das war er. Aber er war nicht so schlau, wie er dachte. Während er weg war, begann mein Telefon ununterbrochen zu läuten. Ich wusste, dass es Molly war, die sich nach mir erkundigen wollte. Gabriel war überzeugt, dass die Frau Charlottes unerwartete Funkstelle nicht einfach akzeptiert hatte. Sie hat die Polizei verständigt? Ja. Sie wandte sich direkt an die Beamten, die meine Anzeige wegen des Stalkings aufgenommen hatten, und sagte ihnen, dass etwas faul sei. Sie behauptete, von einem Kommilitonen erfahren zu haben, dass Richard mir auflauern wolle, und sie versucht habe, mich telefonisch zu warnen. Ein zittriges Lächeln. Sie hat gelogen wie gedruckt, aber es bewegte die Polizei zum Handeln. Ihr Lächeln erstarb. Ihr Atem ging wieder schneller und flacher. Gabriel hatte sich in seinem ganzen Leben noch nie so verdammt hilflos gefühlt. Ich bin für dich da. Er ließ den misshandelten Ast los und streichelte Charlottes tränen nasse Wange. Ein warmer Tropfen platschte auf seine Hand, als sie sagte. Richard kam etwa fünfzehn Minuten, nachdem das Telefon zu klingeln aufgehört hatte, zurück. Genauer kann ich es nicht sagen, ich stand völlig neben mir. Er öffnete den Schrank und verkündete mir, dass er sich ein neues Spiel ausgedacht habe. Denn obwohl er keinen Bock mehr auf mich habe, würde er ein paar Typen kennen, die welchen hätten. Darum habe er sie zu einer Party mit seinem Flittchen eingeladen. Nein, nein, nein! Es war gelogen, erklärte sie, woraufhin Gabriel ein unbeschreibliches Gefühl der Erleichterung ergriff. Aber das wusste ich nicht. Ich hielt es für wahr und bin zusammengebrochen. Ich bin einfach zusammengebrochen. Ich fing an zu weinen. Himmel, Charlotte, so lange hast du die Tränen zurückgehalten? Ihre Stärke verblüffte ihn. Du bist absolut unglaublich. Er musste gegen den Impuls ankämpfen, sie fest in seine Arme zu schließen und zu drücken. Ich konnte nicht mehr. Darum fing ich an zu weinen, und es war seltsam. Richard wurde plötzlich freundlich. Er sagte, es sei allein meine Schuld, dass er die Beherrschung verloren haben, aber dass er mich jetzt, da ich meinen Fehler eingesehen habe, vielleicht zurücknehmen werde. Charlottes Stimme klang so heiser vor Tränen, dass sie kaum zu verstehen war. Er wusste nicht, dass die Polizisten, die Molly gerufen hatte, direkt nach seiner Rückkehr eingetroffen waren. Sie sahen, wie er das Haus betrat, aber da sie sicher waren, dass er mich als Geisel hielt, konnten sie nicht einfach die Tür aufbrechen. Gabriel verstand die Logik dahinter. Trotzdem hatten diese zusätzlichen Minuten Charlottes Leid verlängert. Sag mir, dass sie ihn erwischt haben. Sie nickte. Sie baten, einen meiner Nachbarn die Musik auf volle Lautstärke zu drehen. Anschließend zerbrachen sie ein Fenster, was Richard wegen des Radaus nicht mitbekam, und stiegen ein. Als er das nächste Mal in Giedel trat, stießen sie ihn zu Boden und legten ihm Handschellen an, noch ehe er wusste, wie ihm geschah. Bei diesen Worten schien ihr ganzer Körper in sich zusammenzusacken, als hätte es sie ihre ganze Kraft gekostet, ihm das alles zu erzählen. Gabriel drückte sie an sich, ohne sie einzuengen und damit eine Panikattacke zu riskieren, während er seine Wut zu zügeln versuchte. Sie brauchte jetzt kein Macho gebaren, sondern musste sanft gehalten werden. Seine unerschütterliche, schüchterne Charlotte, die diesen Horror mit heiler Seele überlebt hatte. Sie mochte ein paar Blessuren davon getragen haben. Aber viele Menschen hätten sich nach einer derart brutalen Erfahrung einfach aufgegeben. Sie hatte sich ein neues Leben, eine Karriere aufgebaut. Herrgott, sie hatte sich mit ihm angelegt. Es verschlug ihm den Atem, als ihm klar wurde, wie viel Mut es sie gekostet haben musste, ihm die Stirn zu bieten, ohne zu wissen, wie er reagieren würde. Niemand wird ihr je wieder wehtun, murmelte er in ihr Haar. Es war ein Versprechen, für das er töten würde, um es zu halten. Du bist in Sicherheit. Zehn Minuten später hielt Gabriel sie noch immer in seinen Armen, als ihre Tränen versiegten. Sie trocknete sich das Gesicht mithilfe eines Taschentuchs, das sie aus ihrer Handtasche zog. Danach wusste sie nicht recht, was sie tun sollte. Charlotte hatte sich nie zuvor so ungeschützt und nackt gefühlt. Sie konnte Gabriel nicht anschauen aus Furcht, was sie in seinem Gesicht sehen würde, nun, da er das ganze Ausmaß des Schadens kannte. Nicht des körperlichen, auch wenn sie ein paar Narben davongetragen hatte, sondern des psychischen. Richard hatte sie zwar nicht getötet, dafür jedoch zerbrochen, ihre Seele in zahllose Stücke geschlagen. Charlotte hatte die Fragmente aufgehoben und wieder zusammengesetzt. Aber die Nahtstellen waren schartig und unbeweglich vor Narben, andere Teile hoffnungslos brüchig. Hey. Gabriel legte seine große, raue Hand an ihre Wange und strich mit dem Daumen über ihr Kinn. Sieh mich an. Sein Befehlston brachte ihre verwundete Seele zum Vorschein. Du bist nicht mein Boss. Sie zwang sich, den Kopf zu heben. Hier nicht. Er streichelte wieder ihr Kinn, dann ihre Unterlippe. Bist du sicher? fragte er mit tiefer Stimme. Irgendwie macht es mich nämlich scharf, ihnen Befehle zu erteilen, Miss Baird. Charlotte schnappte nach Luft. Rot glühende Flammen schmolzen die Eisschicht um ihr Herz. Sie hatte schreckliche Angst gehabt, dass er aufhören könnte, auf diese unerhörte Weise mit ihr zu flirten und sie stattdessen mit Samthandschuhen anfassen würde, wie eine Frau, die keinen raueren Umgang ertrug, die sich von ihm überfordert fühlte. Erwarte ja nicht, dass ich gehorche, konterte sie, von einer Welle der Erleichterung erfasst. Er lächelte und streichelte weiter mit dem Daumen zärtlich ihre Unterlippe. Wo würde da auch der Spaß bleiben? Wie könnte ich dich dazu verführen, dein Höschen abzustreifen, wenn du es auf Befehl ausziehst? Gabriel. Ihre Haut fühlte sich fiebrig an. Aber jetzt, da seine Stimme und seine Liebkosungen die Schatten aus ihrem Herzen vertrieben, nahm sie den Sonnenschein und die bunte Blütenpracht der Blumen wieder wahr. Charlotte. Er imitierte ihren Tonfall und dann küsste er sie. Nur flüchtig zwar. Trotzdem war es ein Kuss. Schon dieser kurze Körperkontakt stahl ihr den Atem. Sie biss sich auf die Lippe. Dann platzte sie hervor. Macht es dir denn nichts aus? Eigentlich war es eine unsinnige Frage. Doch Gabriels Mine verfinsterte sich. Dass du eine verdammt erstaunliche Frau bist, knurrte er. Nein. Charlotte wusste nicht, auf welchen Aspekt seiner Reaktion sie zuerst eingehen sollte. Sie sprang von dem Ast herunter, drehte sich zu Gabriel und stemmte die Hände in die Hüften. Ich kann nicht glauben, dass du mich nach allem, was ich dir erzählt habe, gerade angeknurrt hast. Mit verschränkten Armen lehnte er sich gegen den Ast. Ich werde mehr tun als nur knurren, falls du mir diese spezielle Frage noch einmal stellst. Sein Blick glitt über ihren Körper. Verweilte auf ihren Brüsten, ihren Hüften, ihren Schenkeln, bevor er zu ihren Lippen zurückkehrte. Vielleicht sollte ich einfach meine Hand in dein Höschen stecken oder meinen Mund auf deine Klitoris legen und dich aufreizen, bis du um einen Orgasmus bettelst, den ich dir dann vorenthalte, solange du nicht sagst. Entschuldige, Gabriel. Ich weiß nicht, was mich zu dieser lächerlichen Frage bewogen hat. Charlotte presste die Hände auf die Wangen und schaute sich um. Zum Glück war niemand in der Nähe, der seine anzügliche Entgegnung mitbekommen haben könnte. Ich werde einen Spaziergang machen. Sie musste sich beruhigen. Ihre Brüste fühlten sich geschwollen an und ihr Schoß pochte, wie er es nie zuvor getan hatte, ehe sie einem gewissen T-Rex begegnet war. Natürlich kam er ihr nach, legte auf diese vertraute Art die Hand auf ihren unteren Rücken und begleitete sie zum Springbrunnen. Ihre Emotionen waren außer Rand und Band. Charlotte hatte erwartet, dass sie sich nach ihrem Geständnis geknickt und verloren fühlen würde. Doch obwohl tatsächlich ein leiser Schmerz nachklang, wurde er von sprudelnder Freude überlagert. Sie wusste nicht, ob sie ihre Ängste je so weit in den Griff bekommen würde, dass sie keine Panikattacken mehr befürchten musste. Aber es bedeutete ihr alles, dass Gabriel sie nicht abgeschrieben hatte. Hast du schon gefrühstückt? fragte er, als sie die Blumenuhr erreichten. Nein. Sie war zu nervös gewesen. Aber ich mache wirklich gute Pfannkuchen. Kochen war ihr liebstes Hobby, ihr Ventil, und sie musste jetzt ein wenig Dampf ablassen. Ich denke, dass du fast alle Zutaten zu Hause hast. Wir können schnell noch ein paar Bananen besorgen, falls du gern Bananenpfannkuchen isst. Nun ja, meinte Gabriel und setzte ein schiefes Lächeln auf, das ihr den Atem stocken ließ. Eigentlich wollte ich dich lieber ausführen, aber da ich dich viel lieber ganz für mich allein in meiner Höhle habe, bin ich mehr als einverstanden. Er beugte sich zu ihr und hauchte ihr einen teuflisch süßen Kuss auf die Wange. Ich verspreche, dass ich dich nicht verspeisen werde, es sei denn, du bittest mich sehr nett darum. Heute ein Kuss, morgen nackte Haut. Gabriel zog einen Barhocker zur Kücheninsel, setzte sich darauf und schnitt ein paar Erdbeeren für Charlotte Klein, während sie barfuß in seiner Küche umhertapste. Sie hatte nicht nur die Schuhe, sondern auch ihre Strickjacke ausgezogen, und die Spaghetti-Träger ihres hübschen Sommerkleids betonten ihren elegant geschwungenen Hals, die zarte Kontur ihrer Schultern. Möchtest du Schokosträusel in deinem? fragte sie mit einem strahlenden Lächeln. Er schüttelte den Kopf. Viel lieber hätte er den Arm nach ihr ausgestreckt, Charlotte auf seinen Schoß gezogen und sie zum Frühstück verspeist. Für mich bitte nur Banane. Aus dem Gleichgewicht gebracht von dem, was sie ihm erzählt hatte, ihrem Mut hatte er im ersten Moment nicht gewusst, was er tun sollte. Er war so zornig über das, was ihr widerfahren war, aber das Monster, das sie so brutal behandelt hatte, war seiner Rache entzogen. Zudem brauchte Charlotte nicht noch mehr Gewalt. Dann hatte sie sich geweigert, ihn anzusehen, nachdem sie sich die Tränen aus dem Gesicht gewischt hatte, und da hatte er schlagartig gewusst, was er tun musste. Ihr Zeigen, dass sie wunderschön und sexy und das Einzige war, das er wollte. Bestimmt konnte eine Frau, die einen feigen Psychopathen überlebt hatte, mit ein paar neckenden Anzüglichkeiten umgehen. Er hatte recht gehabt. Gabriel aß eine perfekte, glänzende Erdbeere, dann hielt er eine zweite hoch. Komm, beiß mal rein. Charlotte beugte sich über den Tresen, nahm die untere Hälfte der Frucht zwischen die Zähne und schloss genüsslich die Augen. Mh, ist die süß. Sie richtete sich wieder auf. Seufzend verputzte er das restliche Stück. Du hast keine Ahnung, was es mit mir anstellt, dir dabei zuzusehen, wie du dir etwas in den Mund steckst. Sie hatte sich gerade zu dem schwarzen Glas-Keramik-Kochfeld umdrehen wollen, welches offenbar derart ausgefallen war, dass es sie in Begeisterungsstürme ausbrechen ließ, als sie nun mitten in der Bewegung erstarrte und ihn mit einem Blick bedachte, der ihm sofort einen Ständer bescherte. Obwohl ihr die Röte ins Gesicht stieg, stand in ihren Augen ein Ausdruck sinnlichen Verlangens. Und dann tat seine Mrs. Baird etwas vollkommen Unerwartetes. Sie hob einen Finger zu ihrem Mund und saugte mit eingezogenen Wangen daran. Verflucht! Gabriel sprang auf und war schon halb um die Kücheninsel herum, bevor er registrierte, dass sie sich nicht bewegt hatte. Nur der Finger war nicht mehr in ihrem Mund. Er zwang sich zur Beherrschung und griff sich mit der Hand ins Haar. Pfannkuchen, brummte er, dich hebe ich mir für später auf. Charlotte kehrte an den Herd zurück. Aber sie wirkte auf einmal fahrig. Gabriel hätte es auf sich beruhen lassen können, aber so war er nun mal nicht gestrickt. Er setzte sich wieder auf seinen Hocker und aß ein paar Schokosträusel, die Charlotte zusammen mit dem Obst gekauft hatte. Lag es an meinen schnellen Bewegung? Ihre Schultern versteiften sich, aber sie nickte. Er widerstand dem Impuls, zu ihr zu gehen, mit den Händen über ihre warmen, geschmeidigen Arme zu streichen und eine Spur von Küssen über ihren Hals zu ziehen. Wenn ich jetzt zu dir käme, dir einen Träger deines Kleids abstreifen und meine Lippen auf deine Schulter pressen würde, was würde passieren? Ich … ich weiß es nicht. Sie goss Teig in eine Pfanne. Gabriel wartete, bis sie den Pfannkuchen auf einem Teller befördert hatte, bevor er aufstand. Er rechnete damit, dass sie sich umdrehen würde, und das tat sie, gerade weit genug, um ihn anzusehen. Ohne den Blickkontakt zu unterbrechen, trat er so nahe zu ihr, dass ihre Schulter seine Brust berührte. Deine Haut ist wunderschön, Charlotte. Er fuhr mit dem Finger über ihren Arm. So weich und goldfarben. Er ließ die Hand nach oben wandern und zog an ihrem Träger. Der Puls an ihrem Hals pochte unsteht, aber sie war nicht regungslos geworden wie ein kleines Tier im Angesicht eines Räubers. Gabriel achtete mit allen Sinnen auf jede Veränderung, als er den Kopf beugte und genau das tat, was er angekündigt hatte, indem er die Lippen auf ihre Schulter presste und dann die Zunge hervorschnellen ließ. Nur ganz kurz, sodass Charlotte zusammenzuckte. Lächelnd brach er den Kuss ab und blies auf die Stelle. Charlotte erschauerte. Also schrappte er mit den Zähnen darüber, bevor er sie wieder küsste. Ein leises Wimmern entrang sich ihrer Kehle. Bei jeder anderen Frau wäre er nun zur Sache gekommen und hätte die Hände um ihre Brüste gelegt und sie sanft geknetet, während sein Mund sich gierig über ihren Hals hermachte. Aber bei Charlotte musste er ein langsameres Tempo vorlegen. Langsam kann auch Spaß machen, erklärte er seinem irrigierten Schwanz, dann rückte er Charlottes Träger zurecht. Charlotte spürte Gabriels Kuss noch lange, nachdem er sich wieder gesetzt hatte. Sein Mund, seine Zunge, wieder lief ein Schauder über ihren Leib. Sie konnte sich nicht vorstellen, wie sie es aushalten sollte, würde er sie je so intim küssen, wie er es beschrieben hatte, als sie zum ersten Mal in seiner Küche gewesen war. Vergiss die Schokostreusel für deinen nicht. Seine Stimme verursachte ihr ein Kribbeln bis in die Zehenspitzen. Ihre Brustwarzen waren jetzt schon wie elektrisiert. Danke für den Hinweis. Charlotte schüttelte einige in den restlichen Teig, bevor sie sich wenige Minuten später beide genüsslich über ihre Pfannkuchen hermachten. Sie hatte mit einem peinlichen, quälenden Morgen gerechnet, doch stattdessen verbrachte sie ihn in Sonnenlicht getaucht, Gabriel gegenüber. Er flirtete weiter mit ihr, aber sie sprachen auch über ein paar berufliche Angelegenheiten. Wir sollten ins Büro fahren und den Papierkram erledigen, schlug sie vor, weil sie genau wusste, wie viel Zeit er in seinem Terminkalender für sie freigemacht hatte. Andernfalls wirst du morgen kaum eine Verschnaufpause bekommen. Ausgezeichnete Idee, dann kannst du meiner Mutter erzählen, dass ich dich bei unserem Date ins Büro ausgeführt habe. Ein Date, der Klang des Wortes zauberte ihr ein Lächeln ins Gesicht. Es wird nur ein paar Stunden in Anspruch nehmen. Gabriel sah sie mit einer Zärtlichkeit im Blick an, die er einen süßen, wundervollen Stich ins Herz versetzte. Ich habe etwas für dich, verkündete er zu ihrer Überraschung. Und zwar schon seit geraumer Weile. Ich weiß nicht, ob heute der richtige Tag ist, um es dir zu geben, aber ich möchte es gern. Charlotte rutschte unruhig auf ihrem Stuhl umher, dann wartete sie neugierig, während er nach oben verschwand. Als er zurückkam, konnte sie nichts Offensichtliches erkennen. Allerdings war eine seiner Hände locker zur Faust geballt. Er umrundete den Tresen und griff nach ihrem Handgelenk. Sie biss sich auf die Unterlippe. Dann entgleisten ihr die Gesichtszüge. Ich will kein gebrauchtes Armband, empört versuchte sie ihm, ihre Hand zu entziehen. Es war dasselbe Armband, das er sie in Queenstown hatte aussuchen lassen, nachdem er sie von einem Edeljuwelier zum nächsten geschleppt hatte. Und jetzt hatte er den Nerv, ihr lachend das aus Platins, Maragden und Diamanten gefertigte Schmuckstück anzulegen. Wie viele Frauen kennst du, die solch zarte Handgelenke haben? Noch immer aufgebracht über seine Dreistigkeit, vor allem da sie sich auf den ersten Blick in das einzigartige Design mit Blüten und exquisit gestalteten Blättern verliebt hatte, entgegnete sie, statistisch gesehen mindestens jede zweite Frau, mit der du ausgegangen bist. So voller Argwohn? Er schnippte mit dem Daumen gegen den kleinen ovalen Anhänger neben dem Verschluss. Dann war das hier eine weise Entscheidung. Sie schaute nach unten und ihr sprang fast das Herz aus der Brust. Miss Baird war darauf eingraviert. Miss Baird? fragte sie den Tränen nahe. Meine Miss Baird. Charlotte konnte es nicht glauben. Er hatte das Armband vor Monaten gekauft. Ihre Unterlippe bebte, als sie ihm einen Stups gegen die Brust versetzte. Du bist ein schrecklicher Mann. Es hatte sie rasend gemacht, ein Geschenk für eine andere Frau auswählen zu müssen. Warum hast du mich auf die Folter gespannt? Ich habe mit dir geflirtet, brummte er. Ich dachte, du kommst selbst darauf, als ich deutlich machte, dass mich einzig und allein deine Meinung interessiert. Wie hätte ich denn darauf kommen sollen? Das Sonnenlicht, das durch das Deckenfenster fiel, brach sich in der atemberaubenden Preziose. Ich hatte dir doch gesagt, dass Männer wie du keine Annäherungsversuche bei Frauen wie mir machen. Seine Miene veränderte sich. In seinen Augen stand nun pure Sünde. Das ist die eine Strafe, sagte er mit einem Tonfall der Viroseide über ihre Haut strich. Wir überlegen uns einen Zahlungsplan, den du bewältigen kannst. Ihre Brust hob und senkte sich, als sie zittrig ein- und wieder ausatmete. Aber sie lenkte noch immer nicht ein. Ich kann das nicht annehmen. Das Armband hatte einen fünfstelligen Betrag gekostet. Sie wusste das so genau, weil sie sich diebisch darüber gefreut hatte, ihn dafür bezahlen zu sehen. Ihrer Meinung nach war es die gerechte Strafe dafür gewesen, dass er sie auf diese qualvolle Odyssee mitgenommen hatte. Versuch nur, es mir zurückzugeben, forderte er sie heraus. Sie nestelte vergeblich an der Schließe. Gabriel, was hast du getan? Er legte die Hand besitzgierig auf ihren Rücken und küßte wieder ihre Schulter. Ich zeige dir, wie man es öffnet, wenn du aufhörst, es mir wiedergeben zu wollen. Das ist lächerlich, es muss einen Weg geben. Aber so sehr sie sich auch abmühte, gelang es ihr nicht herauszufinden, wie man den Verschluss aufbekam. Ich kann nicht mit einem Armband herumlaufen, dass mein halbes Jahreseinkommen wert ist. Er zuckte die Achseln und hielt eine Erdbeere vor ihren Mund. Beiß rein. Als sie es kraftvoll tat, hob er die Hand, um mit dem Träger ihres Kleids zu spielen. Damit machst du mir diesen sinnlichen Mund auch nicht madig. Er strich mit der restlichen Erdbeere über ihre Lippen, dann lehnte er sich vor und murmelte. Sie würden mich doch nicht in meinen Schwanz beißen, Miss Baird. Oder doch? Ihr tat schon die Brust weh von ihren flachen Atemzügen und ihre Brillengläser waren beschlagen. Ich schätze, das bleibt abzuwarten. Ächzen steckte er ihr den Rest der Erdbeere in den Mund. Es macht dir wirklich nichts aus, ins Büro zu fahren? Nein, vorausgesetzt, du nimmst mir dieses Armband ab. Eine Dreiviertelstunde später saß sie an ihrem Schreibtisch und druckte die Unterlagen aus, die er benötigte. Das Armband war noch immer an ihrem Handgelenk. Gabriel Bishop war ein starrsinniger Mann, das wusste sie längst, und er hatte entschieden, dass das absurd teure, unbeschreiblich schöne, einzigartige Schmuckstück ihr gehörte. Es ärgerte sie. Gleichzeitig wurde ihr ganz warm ums Herz. Er hat es seit Monaten, ging es ihr abermals durch den Sinn, während ihr Blick auf dem grazilen Gebilde ruhte. Sie hatte es sehnsuchtsvoll in dem Juweliergeschäft bewundert und nicht die geringste Intention gehabt, es Gabriel zu empfehlen, damit er es seiner Freundin schenken konnte. Als er sie dabei ertappt hatte, wie sie es fotografierte und er es anschließend gekauft hatte, war sie schrecklich frustriert gewesen. Und eifersüchtig. Das konnte sie jetzt eingestehen. Sie war eifersüchtig gewesen, weil er das Armband, das ihr so sehr gefiel, einer anderen Frau verehren würde. Dabei war es die ganze Zeit für sie gedacht gewesen. Monatelang. Sie berührte die winzigen Blumen mit besitzgierigen Fingern. Dann zog sie sie hastig zurück, als Gabriel aus seinem Büro kam. »Sind die Papiere fertig, Charlotte?« fragte er leicht geistesabwesend, sein Augenmerk auf dem Bericht in seiner Hand. »Ja.« Ihr Puls beschleunigte sich beim Anblick dieses großen, klugen, hinreißenden Mannes. »Hier, bitte.« »Danke.« Er nahm die Unterlagen. »Könntest du das vorherige Angebot für mich heraussuchen? Ich muss etwas überprüfen.« Damit wandte er sich zum Gehen. »Ich schicke es dir in einer Minute.« Charlotte suchte es im Computer, musste jedoch feststellen, dass die Akte aus unerfindlichen Gründen nicht als Datei gespeichert war. Sie steckte den Kopf durch Gabriels Tür und sagte, »Ich muss nach unten in den Archivraum.« Er blickte auf und runzelte die Stirn. »Ich werde dich begleiten.« Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch hielt sie sich am Türrahmen fest. »Er ist nur eine Etage tiefer. Ich schaffe das.« Aber er kam ihr bereits entgegen. »Charlotte, ich weiß, dass du das schaffst. Gleichzeitig empfinde ich dir gegenüber heute einen großen Beschützerinstinkt.« In seiner Stimme klang eine gewisse Schärfe mit. »Darum lass mich einfach mitkommen.« Aufgewühlt von seinen unverblümten Worten legte sie die Hände auf seine Brust. Sie war so sehr darauf konzentriert gewesen, wie er zu ihr war, dass sie keinen Gedanken daran verschwendet hatte, wie sie zu ihm sein sollte. Er war ein beschützender, vereinnahmender Mann, und sie hatte ihm heute viel zugemutet. Gabriel zuliebe nahm sie ihren ganzen Mut zusammen. »Vielleicht sollte ich dir einen Kuss geben. Komm her!« Er beugte den Kopf, woraufhin sie die Hand an seine Wange legte und ihn auf die Lippen küsste. Sie war sich seiner Kraft und körperlichen Überlegenheit mehr als bewusst, umso mehr erstaunte es sie, dass er ihr die Kontrolle überließ. Obwohl seine Hände ihre Hüften umfassten, zog er sie nicht an sich, er zwang nichts, sondern stand einfach nur da und ließ sich von ihr küssen. Nur sein Atem wurde unregelmäßiger als die Sekunden verstrichen. Charlotte überlegte, ob sie aufhören sollte, sah jedoch keinen Anlass dazu. Gabriel roch so gut, schmeckte so gut. Seine Wärme hüllte sie ein und schenkte ihr Sicherheit, während sie innerlich ganz weich wurde, als bestünde ihr Blut aus flüssigem Honig. Gabriel neigte den Kopf, bis der Lippenkontakt vollkommen war. Charlotte bewegte sich mit ihm, dabei glitt ihre Hand von seiner Wange zu seinem Hals. Die Sehnen traten hervor, als sie sie berührte, und verlockten sie dazu, jeden warmen Zentimeter zu küssen. Ihre Brustspitzen waren so steif, dass es fast wehtat, darum presste sie sich an ihn, rieb sich an seinem kraftvollen Oberkörper, um das begehrliche Ziehen zu lindern. Und dann meldete sich die Angst zurück. Völlig frustriert und erbrach sie den Kuss, um nicht von Panik übermann zu werden, und ließ sich auf die Fußsohlen zurücksinken. Mit feuchten Lippen und geweiteten Pupillen sagte Gabriel, »Ich mag die Art, wie du meine Stimmung hebst.« Die kalte Metallfaust um ihre Brust hörte auf, zuzudrücken, weil es Gabriel nichts auszumachen schien, sich in Zurückhaltung zu üben. Wenn er nicht aufgab, würde sie das erst recht nicht tun. Sie brauchten drei Stunden, bis sie mit der Arbeit fertig waren. Mittendrin erhielt Gabriel einen Anruf, der zu einem kurzen, wortkarben Gespräch führte. Doch als Charlotte sich erkundigte, ob alles okay sei, meinte er nur, sie brauche sich keine Gedanken zu machen. Aufgrund der Anspannung in seinem Kiefer und seinen Schultern wusste sie, dass das nicht der Wahrheit entsprach. Sie wollte noch einmal nachhaken, als sie das Büro verließen, doch da er wieder guter Laune war, verzichtete sie darauf. Trotzdem ging ihr die Sache nicht aus dem Kopf, vor allem in Anbetracht der zahlreichen Anrufe, die er in letzter Zeit von einem eldlich klingenden Mann mit Raucherstimme erhalten hatte. Nach jedem dieser Telefonate war Gabriels Miene unweigerlich grimmig gewesen. Gabriel, sagte sie, als sie aus der Garage fuhren, ein breites Lächeln. Was hältst du von einem späten Mittagessen in der Mission Bay? Völlig hingerissen von diesem Lächeln und unsicher in Bezug auf ihre noch ganz frische Beziehung, nickte sie wortlos. Sie peilten den pulsierenden Restaurant und Cafébezirk am Meer an, wo das Wasser in der Sonne glitzerte und ein großer Aufgebot an farbenprächtigen Kajaks über die Wellen glitt und entschieden sich für ein hervorragendes mexikanisches Lokal, das Charlotte zusammen mit Molly entdeckt hatte. Gabriel bestellte, was Charlotte empfahl. Jedes Mal, wenn sie das Armband berührte, lächelte er innerlich. Es schien ihr nicht bewusst zu sein, wie zärtlich sie es streichelte, und er würde sie nicht darauf aufmerksam machen. Ihre offenkundige Freude bezauberte ihn viel zu sehr. Schon seit dem Tag, an dem er das Armband gekauft hatte, hatte er davon geträumt, es ihr anzulegen. Sie war an jenem Tag entzückend schlecht gelaunt gewesen und hatte ihn auf jedes Schmuckstück hingewiesen, von dem sie dachte, es würde ihn zufriedenstellen. Aber er hatte nicht locker gelassen und eigentlich fest vorgehabt, ihr das Armband im Lauf der nächsten Wochen zu schenken, nur hatte er da noch nichts vom Ausmaß der Narben auf ihrer Seele geahnt. Sich in Beherrschung zu üben, fiel ihm nicht leicht, aber Charlotte war die Sache wert. Und dann dieser Kuss. Verdammt, er hätte ewig dort stehen und sich von ihr mit diesem sanften, sinnlichen Verlangen, das ihn in Ketten legte, küssen lassen können. Er war kein Mann, der gern die Kontrolle abgab, aber im Fall von Miss Baird war er mehr als bereit, sich ihr zu unterwerfen. Hast du schon Pläne für den restlichen Nachmittag? fragte er sie nach dem Essen. Der Sand knirschte unter ihren Schuhen, als sie über den Strandweg zurück zu seinem Wagen gingen. Ich wollte einen Roman zu Ende lesen, antwortete sie. Mein Boss zwingt mich bis spät abends zu arbeiten, darum hatte ich bisher nicht die Zeit. Sehr witzig. Er gab ihr einen Klaps auf den Po und sah, wie ihre Mundwinkel zuckten. Hol das Buch und lies es bei mir zu Hause. Du kannst auf dem Balkon in der Sonne sitzen. Gabriel liebte es, sie ganz für sich allein zu haben, sodass er sie zu küssen und anderen himmlisch unanständigen Handlungen verführen konnte. Heute ein Kuss, morgen nackte Haut. Gabriel mochte es, positiv zu denken und vorauszuplanen. Doch sie schüttelte den Kopf und biss sich auf die Unterlippe. Möchtest du stattdessen mit zu mir kommen? Ohne die Geschichte, die sie ihm an diesem Morgen erzählt hatte, hätte er das Ausmaß ihres Muts und des Vertrauens, das sie ihm entgegenbrachte, vermutlich nicht begriffen. Gern, sagte er, und seine Brust zog sich schmerzhaft zusammen, so heftig waren seine Gefühle. Sie schenkte ihm ein wunderschönes, unsicheres Lächeln. Magst du Historiendramen? Er stöhnte auf. Ja, natürlich, ich liebe sie. Charlotte lachte über seine offensichtliche Lüge und in seinem Herzen ging die Sonne auf. War nur ein Witz, ich glaube, heute wird das Rückspiel Südafrika gegen Wales übertragen. Das könnten wir uns ansehen. Klingt schon besser. Charlie Maus gegen T-Rex. Runde 7489. Charlotte schlug das Herz bis zum Hals, als Gabriel den SUV in ihrer Garage parkte, welche sie sonst nur als Stauraum benutzte. Nachdem sie hastig ausgestiegen war und das Tor mittels Fernbedienung heruntergefahren hatte, ging sie Gabriel voraus zu der Tür, die ins Haus führte. Dies war das erste Mal seit dem Übergriff, dass sie mit jemand anderem als Molly allein darin sein würde. Sogar als letztes Jahr der Klempner gekommen war, hatte sie ihre beste Freundin gebeten, dabei zu sein. Ihre Finger zitterten so heftig, dass die Schlüssel in ihrer Hand klirrten. Gabriel drückte sanft ihre Hüfte. Soll ich etwas Anzügliches und Unangemessenes sagen, um dich auf andere Gedanken zu bringen? Ein Kichern entschlüpfte ihr. Sei still! Doch seine Neckerei zeigte Wirkung und sie bekam den Schlüssel ins Schloss. Gabriel blieb auf Abstand, während sie den Code ihrer Alarmanlage eingab. Charlotte verliebte sich sofort noch ein bisschen mehr in ihn, weil er so rücksichtsvoll war. Komm rein! Sie streifte sich die Schuhe von den Füßen, dann führte sie ihn ins Wohnzimmer. Erst in diesem Moment erkannte sie, dass es ein logistisches Problem gab. Mein Sofa ist zu klein. Ausgeschlossen, dass er mit hochgelegten Beinen darauf lümmeln könnte. Ich setze mich auf den Boden und lehne mich mit dem Rücken daran, meinte er sorglos und schnappte sich die Fernbedienung. Mal sehen, wann das Spiel beginnt. Charlotte überließ ihn sich selbst und überwand sich, ins Schlafzimmer zu gehen. Es war hart, dies in dem Wissen zu tun, dass noch jemand im Haus war, doch sie rief sich ins Gedächtnis, dass es nicht irgendjemand war. Es war Gabriel. Der große, umwerfende Gabriel, der noch nie absichtlich irgendetwas getan hatte, um sie zu verängstigen. Sie hängte ihre Handtasche hinter der Schlafzimmertür auf und steckte ihr Handy in die Tasche ihres Kleides. Als sie wieder herauskam, hockte Gabriel auf dem Fußboden und zäppte durch die Kanäle. Dabei hatte er einen Arm auf der Couch aufgestützt. Anstoß ist in einer Stunde. Er sah zu ihr hin. Ich bin schrecklich enttäuscht. Sie verspürte einen Stich in der Brust. Was? Warum? Weil ich gehofft hatte, du würdest dir etwas Bequemeres anziehen. Charlotte zog die Nase kraus. Findest du Flanellhosen sexy? Er grinst übers ganze Gesicht. Und ob? Besonders, wenn du nichts dazu trägst. Errötend bewarf sie ihn mit einem Kissen. Gabriel fing es lachend auf, bevor Charlotte sich in die Küche zurückzog, um nachzusehen, woraus sie ihnen später ein Abendessen zaubern könnte. Obwohl sie schon den Großteil des Tages zusammen verbracht hatten, bekam sie einfach nicht genug von ihm. Miss Barrett, mich plagt die Einsamkeit. Sie kehrte ins Wohnzimmer zurück, wo sie sich neben ihm niederließ und sich an ihn kuschelte. So verharrten sie eine lange Weile, während er beiläufig ihre Schulter streichelte und seinen warmen, verlockenden Körper an ihren schmiegte. Er stahl ihr mehr als einen langen, feuchten Kuss, doch er drängte sie nicht zu mehr. Als er ihr schließlich eine gute Nacht wünschte und nach Hause fuhr, zweifelte Charlotte an ihrem Verstand, weil sie ihn hatte gehen lassen. Es war der beste Tag ihres Lebens gewesen. Charlotte schwebte am nächsten Tag geradezu ins Büro und konnte es nicht erwarten, Gabriel wiederzusehen. Er war einfach … Sie musste über sich selbst lachen, weil sie sich wie ein verknallter Teenager benahm, was sie nie gewesen war. Es hatte nicht nur an ihrer Schüchternheit gelegen, dass sie nicht sorglos sein konnte. Die Krebserkrankung ihrer Mutter hatte Charlottes Prioritäten für immer verändert. Da außer ihr noch niemand da war, setzte sie den Kaffee im Pausenraum auf. Dabei wünschte sie sich, ihre Mutter könnte sie jetzt sehen und sich an ihrem Glück erfreuen. Sie hatten sich so nahe gestanden. Während Pippas Chemotherapie hatte Charlotte oft sogar ihre Hausaufgaben im Behandlungsraum erledigt. Ihre Mutter hatte außerdem Charlottes und Mollys Freundschaft mit unerschütterlicher mütterlicher Liebe unterstützt. Ich werde nicht zulassen, dass diese Krankheit dir die Chance nimmt, dein Leben zu genießen, Charlotte. Ich möchte, dass du Freundschaften schließt und Spaß hast. In Pippas Herz war immer so viel Liebe und Großzügigkeit gewesen, selbst noch im Endstadium ihrer Krankheit, als sie furchtbare Schmerzen gelitten hatte. Charlotte wusste, dass ihre Mutter in diesem letzten Jahr nur ihr und ihrem Vater zuliebe darum gekämpft hatte, am Leben zu bleiben. Sie war das Zentrum ihrer kleinen Familie gewesen, das Bindeglied, das alles zusammenhielt. Aber auch ihr Vater war sehr tapfer gewesen. Drei Tage vor dem Tod ihrer Mutter hatte Charlotte zufällig eine herzzerreißend zärtliche Szene zwischen ihren Eltern mitbekommen. Mit Tränen überströmtem Gesicht hatte ihr Vater seine schwache Frau im Arm gehalten, sie auf die Stirn geküsst und gesagt, es ist in Ordnung, Pipp, du kannst gehen, wir kommen schon zurecht. Ihre Mutter hatte ihm die Arme um den Hals geschlungen und geflüstert, ich will nicht gehen. Mehr hatte Charlotte nicht ertragen können. Sie war in den Garten gegangen, hatte sich in die alte Reifenschaukel gesetzt und erst dort, wo ihre Eltern sie nicht hören konnten, ihren Tränen freien Lauf gelassen. Trotz der Trauer, die sie noch immer im Herzen trug, musste sie jetzt lächeln, denn sie wusste, ihre Eltern hätten Gabriel geliebt. Ihr Vater wäre begeistert davon gewesen, einen weiteren Rugby-Fan in der Familie zu haben, ganz zu schweigen davon, dass es der Bischof war. Und ihre Mutter hätte tiefe Zuneigung zu ihm gefasst, weil er Charlotte so gut behandelte. Dring! Vor Schreck hätte Charlotte fast den Kaffee verschüttet, den sie sich gerade einschenkte. Sie stellte die Kanne weg und kramte ihr Handy heraus. Es war eine lokale Nummer, aber sie sagte ihr nichts. Hallo? Sie hatte sich antrainiert, sich bei einem privaten Anruf niemals mit ihrem Namen zu melden. Charlotte? Ihre Knie begann zu zittern. Sie taumelte zu einem Stuhl am Esstisch und rang nach Luft. Detective Lee? Sie würde diese Stimme niemals vergessen. Detective Mai Lees Stimme war die erste gewesen, die sie nach den entsetzlichen Stunden gehört hatte, als die Frau sie sanft und mitfühlend von ihren Fesseln befreit und gesagt hatte, dass sie jetzt in Sicherheit sei und Richard in Untersuchungshaft. Die damalige Streifenpolizistin war heute eine erfahrene Inspektorin der Mordkommission und sie hatte es sich zur Aufgabe gemacht, Charlotte über Richards Berufungsanhörungen auf dem Laufenden zu halten. Steht eine weitere Anhörung bevor? fragte Charlotte. Sie hatte bisher bei Zweien ausgesagt. Nein. Mai Lee machte eine Pause und Charlotte stellten sich die Nackenhaare auf. Charlotte, ich bedauere Ihnen, diese Nachricht überbringen zu müssen, aber Richard wird kommenden Montag entlassen. Ich hätte sie schon früher gewarnt, aber jemand hat Mist gebaut. Darum habe ich die Information gerade erst bekommen. Ihr Herz war zu eiserstarrt. Wie können die ihn auf freien Fuß setzen? Seine Haftstrafe ist noch nicht verbüßt. Den Leitlinien für Strafurteile zufolge hat er die maximale Zeit abgesessen, die in seinem Urteil vorgesehen ist. Detective Lees Ton war scharf, als sie hinzufügte, Sie wissen, was ich von dem Richter halte, der ihn verurteilt hat. Dieser Richter hatte Richards bis dahin reiner Weste und seiner vielversprechenden Zukunft großes Gewicht beigemessen. Ein einziger Fehler, hatte er gesagt. So schlimm er auch war, sollte nicht das gesamte Leben dieses jungen Mannes ruinieren. Weitere strafmildernde Umstände sind sein frühes Schuldeingeständnis und seine offenkundige Reue. Die beiden letzteren Punkte waren nach Charlottes Dafürhalten wohl kalkulierte Schachzüge Richards gewesen, um das Mitgefühl des Gerichts zu erringen. Es hatte funktioniert. Er war zu der geringsten Strafe verurteilt worden, die man für ein derart schweres und brutales Delikt verhängen konnte. Charlottes Hände zitterten, und sie hatte so schlimmes Herzrasen, dass ihr übel wurde. Glauben Sie, ich bin vor ihm sicher? Richard hatte Charlotte nie irgendwelche bedrohlichen Briefe oder sonstige Nachrichten geschickt. Trotzdem konnte sie nicht vergessen, wie er sie an jenem Tag angesehen hatte, als er vom Gerichtsdiener aus dem Saal geführt worden war. Er hatte sich zu ihr umgedreht, sie mit seinen kalten blauen Augen durchbohrt und gefeixt. Dieses Feixen hatte sie noch jahrelang in ihren Albträumen verfolgt. Es verhieß, dass er zurückkommen und zu Ende bringen würde, was er angefangen hatte. Aber das war fünf Jahre her. Vielleicht dachte er gar nicht mehr an sie. Nein, sie sind nicht vor ihm sicher. Detective Lees Worte trafen Charlotte wie ein Schlag gegen die Brust und nahmen ihr den Atem. Ein Mann mit Richard Wilsons psychopathischen Tendenzen schlägt nicht einfach ein neues Kapitel auf. Er ist und bleibt ein gutaussehender Irrer, der es versteht, Menschen zu manipulieren. Sie haben ihm eine Lektion erteilt und das wird er ihnen nicht vergessen. Nein, flechtete Charlotte ihrem Stillen bei, das wird er nicht. Genau wie nach der polizeilichen Verwarnung hatte er seine Zeit im Gefängnis bestimmt damit zugebracht zu brüten, sich in die Sache hineinzusteigern und im Detail zu planen, wie er Charlotte dafür bezahlen lassen würde, dass sie ihn, den Goldjungen, hinter Gitter gebracht hatte. Haben sie einen Rat für mich, fragte sie und versuchte sich einzureden, dass sie heute stärker sei, dass sie damit klarkommen werde. Doch das Entsetzen legte sich wie eine Eisenkralle um ihre Kehle. Falls sie allein leben, ändern sie das, sagte die Polizistin. Außerdem sollten sie sich ein überwachtes Alarmsystem zulegen, wenn sie noch keins haben. Zur Abschreckung werde ich regelmäßig einen Streifenwagen in ihrem Wohnviertel patrouillieren lassen, aber sie wissen ja, wie intelligent und gerissen der Kerl ist. Ich würde darauf tippen, dass er sie nicht bei ihnen zu Hause angreifen wird, sondern an einem anderen Ort, wo sie sich sicher fühlen. Charlotte nickte, völlig vergessend, dass die Frau sie nicht sehen konnte. Sie versuchte, sich zu konzentrieren, aber ihr Kopf war wie benebelt. Ich werde ihn so gut es geht im Auge behalten, versprach Miley, aber nach seiner Haftentlassung ist er ein freier Mann und sein Anwalt hat deutlich gemacht, dass jede zusätzliche polizeiliche Aufmerksamkeit als Schikane verstanden werden wird. Wenn ich nicht aufpasse, könnte er erwirken, dass ich mich nur bis auf dreißig Meter nähern darf. Charlotte? Als Gabriels Stimme ertönte, blickte sie auf und versuchte, etwas zu sagen, doch die Worte blieben ihrem Hals stecken, während das volle Begreifen wie eine Lawine über sie hinwegrollte. Richard würde auf freien Fuß gesetzt werden, und es bestand die hohe Wahrscheinlichkeit, dass er Jagd auf sie machen würde. Dieses Mal würde er sie nicht am Leben lassen, damit sie gegen ihn aussagen konnte. Mit düsterer Miene nahm Gabriel ihr das Mobiltelefon aus der Hand. »Wer spricht da?« Konzentriert ging er neben ihr in die Hocke und legte die Hand auf ihre Eisige, während er lauschte. »Gabriel Bishop.« Es entstand eine Pause, nachdem er sich identifiziert hatte. »Ja?« Dieses Mal verstummte er länger. »Ich werde mich darum kümmern.« Er hörte wachsam zu, dann sagte er, »Sie geben uns Bescheid, falls Ihre Streife etwas Verdächtiges bemerkt.« »Zehn Sekunden. Vielleicht auch zwanzig.« Charlotte wusste es nicht genau, da ihr Kopf noch immer nicht richtig funktionierte, vergingen, bevor er entgegnete, »Ja, ich sorge dafür.« Charlotte starrte Gabriel an, als er auflegte, nachdem er Detective Lee seine Telefonnummern durchgegeben hatte. »Kann ich mein Handy wiederhaben?« Es schien ihr extrem wichtig, es in der Hand zu halten. Gabriel gab es ihr und schloss ihre Finger darum. »Danke.« Sie hielt es, als wäre es ein Talisman, der das Böse abwehren konnte. »Hat Detective Lee es dir gesagt?« »Ja.« Er stand auf. »Komm mit, wir machen einen Spaziergang.« »Du hast keine Zeit. Deine Videokonferenz mit Henderson beginnt in«, sie schaute auf ihre Armbanduhr, »fünfzehn Minuten.« »Die läuft nicht davon.« Er zog sein Smartphone heraus und telefonierte kurz, um die Besprechung zu verschieben. »Charlotte.« Gabriel runzelte die Stirn, als sie nicht reagierte. Er änderte seine Taktik, indem er einen strengeren Ton anschlug. »Miss Baird!« Ihre Schultern versteiften sich, ihre Wimpern flatterten. »Es geht mir gut, ich brauche keinen Spaziergang. Aber ich.« Er zog eine Braue hoch, als sie noch immer nicht nachgab. »Sehr bald werden auch andere den Pausenraum aufsuchen.« Das schien zu ihr durchzudringen. Sie steckte das Handy in die Tasche ihres schwarzen Trenchcoats, den sie noch immer über ihrem hellen Laienkleid trug und folgte ihm. Gabriel hätte gern ihre Hand genommen, aber inzwischen waren weitere Mitarbeiter auf der Etage eingetroffen, und er wusste, dass er damit Charlottes Unbehagen nur verschlimmern würde, und sie war auch so schon angeschlagen genug. Die Frau, die sich so süß stundenlang an ihm gekuschelt und ihn dann lächelnd zum Abschied geküsst hatte, stand vollkommen unter Schock. Gabriel würde nicht zulassen, dass das so blieb. Sie fuhren mit dem Aufzug ins Erdgeschoss, dann führte er sie nach draußen und in Richtung Hafen. Die Gehsteige waren voller Leute, die in der Innenstadt arbeiteten, aber noch mischten sich keine Ladenbesucher darunter. Mit Ausnahme der Cafés und Schickereien würden die Geschäfte erst um neun öffnen. Darum gelangten sie relativ ungehindert zum Wasser. Gabriel, meintest du einen Sprint, als du von einem Spaziergang sprachst? Erst auf ihre bissige Frage hin realisierte er, dass er vor Zorn schnelle, ausholende Schritte machte. Charlotte war ein wenig außer Atem, aber das Funkeln war in ihre Augen zurückgekehrt, darum bereute er seinen Lapsus nicht. Hattest du noch Gelegenheit, deinen Kaffee zu trinken? fragte er, als ihm aus einem nahen Kaffee der Duft gerösteter Bohnen in die Nase drang. Nein, aber ich möchte auch keinen. Trotzdem kaufte er ihr einen schaumigen, mit Kakaopulver bestäubten Milchkaffee, wie er ihn schon manchmal in ihrer Hand gesehen hatte, wenn sie von einer ihrer Mittagspausen mit Molly zurückgekommen war. Charlotte verschränkte die Arme vor der Brust. Du willst zwei auf einmal trinken? Sei kein schlecht gelauntes Kätzchen. Gabriel hielt ihr den Becher hin. Ich habe sogar um eine extra Portion Kakao gebeten. Sie zog die Brauen hoch, ihre Arme weiter trotzig verschränkt. Dann werfe ich ihn eben weg. Gib schon her. Er sah zu, wie sie daran nippte, beging jedoch nicht, den Fehler zu glauben, dass sie wieder ganz sie selber war. Die schockierende Nachricht hatte sie tief getroffen. Aber sie war imstande, ihn anzufauchen, und das wiederum war ein gutes Zeichen dafür, dass seine Miss Baird noch da war. Erschüttert zwar, ansonsten aber unversehrt. Sie schwiegen, als sie an der Ampel die Straße überquerten. Indem sie die Menschen passierten, die aus dem Bahnhof strömten, überquerten sie die Straße, die am Ufer entlang führte, und bogen nach links in Richtung Fährterminal ab. In dieser Gegend wimmelte es von Pendlern. Gabriel lief weiter mit der stillen Charlotte an seiner Seite. Trotzdem war er sich jeder ihrer Bewegungen, jeder ihrer Atemzüge bewusst. Am Viaduct Basin angekommen, hielten sie sich rechts und spazierten durch das Vineyard Quarter, bis sie an die breite Fußgängerbrücke mit ihren weißen, stilisierten Bögen gelangten, die den Kanal zum Yachthafen links von ihnen überspannte. Ich liebe es zuzusehen, wie die Brücke hochgezogen wird, damit hochmastige Schiffe passieren können, bemerkte Charlotte, die mit aufgestützten Unterarmen an der Brüstung lehnte und aufs Meer hinausblickte. Gabriel zeigt auf eine Yacht im Wasser. Da gönnt sich jemand einen freien Tag. Ich hoffe für ihn, dass es sonnig bleibt. Charlotte nestelte an ihrem Kaffeebecher herum. Es tut mir leid, wie ich im Pausenraum reagiert habe. Sie atmete zittrig ein. Ich hatte mir erfolgreich eingeredet, dass Richard für alle Zeit aus meinem Leben verschwunden ist. Wenn sie sich je erlaubt hätte, darüber nachzudenken, hätte sie gewusst, dass dieser Tag kommen würde. Aber um ihre Angst so weit in Schach zu halten, dass sie überhaupt noch so etwas wie ein Leben führen konnte, hatte sie sich vorgaukeln müssen, er käme nicht. Herrgott, Charlotte, du gehst damit besser um, als irgendjemand von dir erwarten dürfte. Der Ärmel seines dunkelgrauen Sakkos streift ihren Arm. Außerdem werde ich nicht zulassen, dass du verletzt wirst. Sie nagte an ihrer bebenden Unterlippe und schüttelte den Kopf. Das geht nicht, Gabriel. Ich kann dir nicht das Kommando überlassen. Nicht, nachdem ich so sehr um meine Unabhängigkeit gekämpft habe. Charlotte. Willst du wissen, warum Molly ausgezogen ist, nachdem sie sich erfolgreich um einen Vollzeitjob in der Bibliothek beworben hatte? Sie wartete nicht auf seine Antwort. Nicht, weil sie es wollte, sondern weil uns beiden klar war, dass ich zu abhängig von ihrer Präsenz wurde. Irgendwann war sie an dem Punkt angekommen, an dem sie sich erst entspannen konnte, wenn Molly nach Hause kam. Die erste Nacht, die ich nach ihrem Auszug allein verbrachte, war furchteinflößend und befreiend. Ich will dir das nicht wegnehmen. Trotzdem ist es wichtig, dass wir die Sache rational angehen. Du musst Maßnahmen treffen, um dich zu schützen, bis wir sicher sein können, dass dieser Hurensohn nicht länger eine Bedrohung darstellt. Und es gibt keinen besseren Schutz, als dass du zu mir ziehst. Alte Wunden und Psychopathen und ein wütender T-Rex. Charlotte wäre fast ihr halbvoller Becher entglitten. Was? Ich wohne in einem gut gesicherten Gebäude, und das Apartment ist groß genug, dass du mich nicht sehen musst, wenn du nicht willst. Als wäre das das Problem. Du hörst mir nicht zu. Ihre Finger umklammerten den Becher so sehr, dass sie ihn eindrückte und ein leises Knacken ertönte. Ich kann nicht einen Schritt zurück machen. Nach der Sache mit Richard habe ich mir mein Leben wieder erobert. Ich habe damals mein Haus, das ich sehr liebe, nicht aufgegeben. Und ich werde es auch jetzt nicht tun. Sie rang mit den Emotionen, die in ihr aufzusteigen und sie zu überwältigen drohten. Kannst du dir vorstellen, wie schwer das war? Anfangs konnte ich noch nicht einmal die Küche betreten, weil ich ihn überall sah. Am Herd, am Tisch. Molly und ich trieben das nötige Geld auf, um den Tisch, das Bett, die Couch, den Teppich und alles andere, was er angefasst haben konnte, zu ersetzen. Mein Schlafzimmerschrank hat keine Türen mehr. Trotzdem bin ich geblieben. Ich machte es wieder zu meinem Zuhause. Gabriel atmete hörbar aus. Ich hoffe, er taucht auf. Ich würde gern die Chance bekommen. Nein, werde nicht wie er. Tu das nicht. Der Ansturm ihrer Gefühle ließ ihre Stimme beben, als sie die Hand auf seinen Unterarm legte und die Anspannung in seinen Muskeln spürte. Ich würde es nicht ertragen, wenn du gezwungen wärst, wie er zu werden, um mich zu beschützen. Herrgott, Charlotte, das würde nicht passieren. Gabriel fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Aber ich beschütze, was mir gehört. Das habe ich immer getan und werde ich immer tun. Seine aufrüttelnden Worte drangen durch ihre Frustration und rührten an etwas Neueres, viel Verletzlicheres. Sie schmeckte das Salz in der Luft, als sie tief einatmete und dabei den Kopf schüttelte. Ich kenne dich, Gabriel. Du bist schrecklich zornig und das schon seit ich es dir erzählt habe. Seine Muskeln unter ihrer Haut spannten sich noch stärker an. Natürlich bin ich zornig. Er hat dich verletzt. Aber wenn du diesem Zorn die Kontrolle überlässt, sagte sie und ließ ihr Herz sprechen. Wird er dich verschlingen? Und dann hätte Richard dich mir auch noch genommen. Gabriel schwieg minutenlang, während er mit malendem Kiefer auf das Wasser starrte, das durch den zunehmenden Wind kappelig geworden war. Dir zuliebe, sagte er schließlich, werde ich versuchen, mich nicht auf diesen Dreckskerl zu fokussieren. Er legte ihr den Arm um die Schultern und zog sie an sich. Doch dabei achtete er darauf, sie nicht so festzudrücken. Aber ich bin kein vernünftiger Mann, wenn Menschen, die mir etwas bedeuten, bedroht werden, Charlotte. Sollte er in deine Nähe kommen, kann ich für nichts garantieren. Ich werde ihn zermalmen und seinen verfluchten Leichnam an einem Ort verscharren, wo er niemals gefunden wird. Erschaudernd erkannte Charlotte, dass sie ihn im Auge behalten musste. Denn sein Beschützerinstinkt war so unerbittlich wie seine Entschlossenheit. Zudem war Gabriel skrupellos und extrem intelligent. Sie musste dafür Sorge tragen, dass er diese Eigenschaften nicht darauf konzentrierte, Richard als präventive Maßnahme unschädlich zu machen, sondern auf sie. Wenn du nicht bei mir einziehst, sagte er, während sie noch ihren Gedanken nachhing, ziehe ich eben bei dir ein, oder ich besorge dir einen Bodyguard. Was immer du willst. Aber du wirst dich von mir beschützen lassen. Charlottes Blick ruhte auf den Wellen. Doch ihre Aufmerksamkeit gehörte ganz dem Mann, der sie in den Armen hielt und dessen raue Stimme verriet, dass er kurz davor stand zu explodieren. Er hatte ihr gerade aufgezeigt, wie sie ihn dazu bringen konnte, sich auf sie zu konzentrieren, damit er nicht in einen Abgrund aus Hass und Rache stürzte. Sie spürte seine Körperwärme durch die feine Baumwolle seines Hemds, als sie mit der einen Hand über seine Brust streichelte. Gib mir ein paar Minuten, okay? Als er sich nicht vom Fleck rührte, legte sie den Finger an sein Kinn. Gabriel? Stahlgraue Augen versenkten sich in ihre. Fünfzehn Minuten. Sonst komm ich dich holen. Er hob die Hand, als wollte er in ihr Haar fassen und sie zu einem Kuss zu sich heranziehen, doch dann ballte er sie zur Faust und ließ sie sinken. Fünfzehn Minuten, keine Sekunde länger. Sie sah zu, wie er wegging. Es tat ihrem Herzen leid, wie sehr er sein Naturell ihr zu Liebe zügeln musste. Gabriel war ein sinnlicher Mann, und wäre sie nicht so verkorkst, würden sie jetzt zusammen im Bett sein. Das wusste sie. Sie würde seinen Zorn mit ihrem Körper eindämmen und er seine Urinstinkte darauf fokussieren, ihr Vergnügen zu schenken. Aber sie war verkorkst, und sie hatte die Nase voll davon. Sie wollte, dass er sich ihr gegenüber wie ein Höhlenmensch gebärden durfte, wenn er es brauchte. Und sie wollte imstande sein, ihn ins Bett zu locken, wenn er verstockt und unkommunikativ war, wie in Bezug auf diese Telefonanrufe. Ihr Instinkt sagte ihr, dass sich die Dinge zwischen ihnen auf fundamentale Weise positiv verändern würden, wenn sie Sex miteinander hätten. Gabriel war ein Mann, der Berührungen brauchte und der mit seinem Körper zu ihr sprechen würde, wenn sie ihn ließe. Sobald er außer Sicht war, warnte sie sich verärgert und frustriert wieder dem Meer zu. Dann holte sie ihr Handy heraus, um Molly anzurufen. »Hi«, sagte sie, als ihre Freundin sich meldete. Sie klang ein wenig außer Atem. »Hat Fox gerade schmutzige Dinge mit dir angestellt?« Ein verlegenes Lachen. »Kann sein, aber er muss sich sowieso mit Noah treffen.« »Darum schiebe ich ihn jetzt aus der Tür.« »Hallo, Charlie«, erklang die unverwechselbare Reibeisenstimme des Frontsängers von Schoolboy Choir. »Miss Molly ist gleich bei dir.« »Fox«, protestierte Molly im Hintergrund. »Gib mir das Telefon.« Dann brachen die Geräusche ab, als würde jemand den Hörer zuhalten. Während Charlotte wartete, dass Molly wieder ans Telefon kam, stellte sie sich lächelnd vor, wie ihre vom Küssen derangierte Freundin einen Mann abzuwehren versuchte, dem sie in Wahrheit nicht widerstehen konnte. »Bitte entschuldige«, sagte Molly nun noch atemloser. »Er ist heute in dieser Stimmung.« »Ich glaube, ich weiß genau, in welcher Stimmung er heute ist, Miss Molly.« »Ach, sei still«, Molly lachte. »Also?« »Wie war dein zweites Date mit T-Rex?« »Wundervoll.« Bei der Erinnerung an die Stunden, die sie gestern mit Gabriel verbracht hatte, wurde ihr warm ums Herz. »Wieso klingst du da nicht so? Hast du einen Röntgenblick? Wie kannst du übers Telefon spüren, dass etwas nicht stimmt?« »Weil ich dich kenne. Was ist los?« Charlotte rieb sich die Stirn. Dann erzählte sie ihr von Richards bevorstehender Freilassung. »Mir ist klar, dass ich die Gefahrensituation ernst nehmen muss. Aber ich hasse das Gefühl von Richard in die Enge getrieben zu werden.« »Man könnte es auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten«, entgegnete Molly nach einer kurzen Pause. »Aus welchem denn?«, fragte Charlotte, während sie beobachtete, wie ein Katamaran auf ihrer Seite des Jachthafens anlegte. Letztes Mal hatte Dick die Kontrolle. Er manipulierte und intrigierte. Ihre Stimme war schneidend scharf vor Wut. »Aber diesmal führst du Regie. Du triffst die Entscheidungen.« Von dieser Warte aus hatte Charlotte es noch nicht betrachtet. »Ich reagiere noch immer auf ihn.« »Dann tu es nicht.« »Überleg dir, was du willst. Nicht, was Gabriel glücklich machen oder diesem jämmerlichen Unhold Einhalt gebieten würde. Was würde dir das Gefühl geben, dass du die Situation im Griff hast?« »Es ist nur so, Molly, dass ich Gabriel glücklich machen möchte.« Wenn er lachte oder lächelte, ging für sie die Sonne auf. »Ich ertrage es nicht, wenn er so zerrissen ist.« »Auch das ist eine Entscheidung.« In Mollys Stimme klang ein Lächeln mit. »Und ich kann sie nachvollziehen, weil ich Fox auch gern glücklich mache. Genauso wie ich gern Dinge tue, die dich glücklich machen. Es ist nichts Falsches daran, Menschen, die einem am Herzen liegen, Freude zu bereiten. Ein Problem besteht nur dann, wenn es immer dieselbe Person ist, die gibt. Wenn es ein beidseitiges Geben und Nehmen ist, spricht man von Liebe.« Errötend trat Charlotte von der Brüstung weg und machte sich auf den Rückweg zum Büro. »Wir kommen uns doch gerade erst näher«, sagte sie, während sie ihren übel zugerichteten Kaffeebecher in einen Abfalleimer warf. »Charlie, ihr zwei tänzelt seit Monaten umeinander herum«, wandte ihre Freundin trocken ein. »Dieses Vorspiel muss ihn in den Wahnsinn treiben.« »Du denkst ziemlich eingleisig. Wie ich sehe, kannst du mir trotzdem folgen. Was sagt das also über dich aus?« Charlotte grinste. Allmählich erkannte sie die Schemen eines Weges, der aus diesem Schlamassel führte. »Danke, Molly. Ich werde über all das Nachdenken und mehr agieren als reagieren.« Ihr Armband glitzerte in der Sonne, als sie auflegte. Gabriel hatte ihr gestern Abend, nachdem sie sich bereit erklärt hatte, es zu behalten, endlich gezeigt, wie man den komplizierten Verschluss öffnete. Sie beschloss, es ihm einfach zurückzugeben, sollte das mit ihnen nicht funktionieren, weil ihre Probleme es unmöglich machten, oder sein Verlangen nach ihr erlosch. Der Kummer, den sie allein bei dem Gedanken empfand, nicht mehr mit ihm zusammen zu sein, bewies, wie sehr sie ihm schon jetzt verfallen war. Gabriel war ganz und gar nicht in der Stimmung für ein Wiedersehen mit Brian Bishop, der unangekündigt in der Lobby von Saxon und Archer auf ihn wartete. Gabriel hatte auf dem Rückweg die lange Route gewählt, um seinen Zorn unter Kontrolle zu bringen, aber kaum, dass er das Gebäude betreten und den Mann entdeckt hatte, der sein biologischer Vater war, flammte er von Neuem auf. Brian sah blass und mitgenommen aus, aber Gabriel bemerkte auch die gelblichen Zähne, die nikotinfleckigen Fingernägel und die schiefe Nase, ein Andenken an die Prügel, die er von einem Gläubiger bezogen hatte. Sein Vater hatte schon immer einen Hang zur Selbstzerstörung gehabt. »Was willst du?« blaffte er, nachdem er Brian zurück auf den Gehsteig eskortiert hatte. Mit feuchten Augen streckte der Mann, den er einst Dad genannt hatte, die Hand aus, um sein Gesicht zu berühren. Gabriel wich zurück. »Wenn es Geld ist,« sagte er frostig, »gib mir deine Kontonummer, dann überweise ich dir welches.« Lieber wollte er Brian mit Geld befriedigen, als zuzulassen, dass der Mann sein Spielchen mit Alison trieb, indem er an ihr Mitgefühl appellierte. »Nein, mein Sohn«, sagte er mit der brüchigen Stimme eines wesentlich älteren Mannes, »ich wollte nur meinen Jungen sehen. Ich bin kein Junge mehr, seit ich sechs war.« Seit dem Tag, an dem seine Illusionen über Brian für immer zerstört worden waren. Dessen Verschwinden ein Jahr später hatte Gabriels Meinung über seinen Vater nur endgültig besiegelt. Brian zog seine dunkelblaue Windjacke fester um sich. Die eigene Sterblichkeit vor Augen lässt einen auf sein Leben zurückblicken. »Meines ist voller Fehler, und ich erwarte nicht, dass du mir vergibst, aber schließe mich bitte nicht aus deinem Leben aus.« Sein Flehen stieß auf eine Steinmauer. »Du hast es selbst so gewollt.« Gabriel hatte mit angesehen, wie sein jüngerer Bruder sich die Nase am Fenster platt gedrückt und darauf gewartet hatte, dass ihr Vater heimkam. A Sailor war lange der felsenfesten Überzeugung gewesen, dass Brian zurückkommen würde. Und sein kindlicher Schmerz darüber, sich falsche Hoffnungen gemacht zu haben, war ein weiterer Stein in dieser Mauer. »Du hast deine Familie weggeworfen. Du kannst jetzt nicht einfach daherkommen und uns wieder aufklauben.« »Gabriel, mein Sohn, ich...« Er schnitt ihm mit einer unwirschen Handbewegung das Wort ab. »Genug! Verschwinde! Und lass dich nie wieder an meinem Arbeitsplatz blicken. Ich werde dir das Geld schicken.« »Ich will dein Geld nicht.« Brian ließ die Schultern hängen. »Solltest du zu dem Schluss gelangen, dass du mir doch verzeihen kannst, findest du mich im Hope Hospice.« Gabriel entgegnete nichts, woraufhin der Mann, den er kaum kannte und auch nicht mehr kennen wollte, endlich abzog. »Gabriel!« Er drehte sich um, als er Charlots Stimme hörte. Sie musste den kürzesten Weg zurückgenommen haben. »Hattest du ein gutes Gespräch mit Molly?« fragte er und kehrte Brian Bishops in schwindender Gestalt den Rücken zu. »Woher weißt du...« Sie schüttelte den Kopf und sah an ihm vorbei. »Ja, das hatte ich, aber lass uns drinnen darüber reden.« »Wer war der Mann?« Charlotte hatte schon erwartet, dass Gabriel die Achseln zucken würde. »Jemand, den ich in einem anderen Leben kannte.« Die Worte klirrten vor Kälte. »Er ruft dich immer an, oder?« »Es ist nicht wichtig, Charlotte.« Gabriel wollte, dass sie das Thema fallen ließ. Ihre Augen wurden schmal. »Na gut.« »Dein Tonfall klingt nicht danach, dass es gut ist,« meinte er stirnrunzelnd, »sondern eher so, als wärst du sauer.« Mir ist nur gerade klar geworden, dass wir eine ziemlich einseitige Beziehung führen. Ihr Gespräch mit Molly war ihr noch frisch im Gedächtnis. Mir ist dabei die Rolle der bedürftigen, gebrochenen Frau zugedacht, die nehmen soll, aber nicht geben darf. »Verflucht,« knurrte er, »ich hab dafür jetzt keine Zeit.« »Na gut,« sagte Charlotte wieder, nur um ihn zu reizen. Gabriels Augen funkelten. »Du willst wissen, wer das war.« »Brian Bishop, mein verdammter Vater.« »Der Mann, der uns verlassen hat, als ich sieben war, nachdem er jeden Cent abgeräumt hatte, den er und meine Mutter auf ihrem gemeinsamen Konto hatten. Er nahm uns das Geld für die Miete, für Lebensmittel, für alles weg.« Das Knurren war verschwunden. Eine Eisschicht hatte sich darüber gelegt. Jetzt ist er krank und bildet sich ein, das würde mich auch nur einen Scheiß kümmern. Auf diesen kalten Gefühlsausbruch war Charlotte nicht gefasst gewesen, aber sie hatte Gabriel schon zuvor wütend erlebt. »Du bist noch immer schrecklich zornig auf ihn,« sagte sie zögerlich, »aber sie spürte den Schmerz in ihm, den er sich nicht eingestehen wollte.« »Vielleicht solltest du mit ihm sprechen. Nicht ihm, sondern dir selbst zuliebe. Weder will noch brauche ich von dir einen Ratschlag in Bezug auf meinen beschissenen Vater.« Er schaute auf die Uhr, nachdem er sie mit diesem schneidenden Kommentar schnell und effektiv zum Schweigen gebracht hatte. Genauso hatte sie ihn schon bei Verhandlungen mit geschäftlichen Widersachern erlebt. »Wir müssen zurück ins Büro.« Charlotte nickte nur und fühlte, wie ihr Herz in zwei ging. Schuld waren weder seine Worte noch der eisige Ton, den er angeschlagen hatte, sondern die Tatsache, dass sie geglaubt hatte, Fortschritte darin zu machen, Gabriel auf Augenhöhe zu begegnen, was ihre Beziehung betraf. Doch da war sie offenbar einer Selbsttäuschung erlegen. Er hatte ihr erlaubt, ihm zu nahe zu kommen. Jetzt hatte er eine Grenzlinie gezogen, die sie nicht übertreten durfte. Cupcakes und Küsse Eine Stunde später war Gabriel wieder ruhig genug, um einzusehen, dass er Mist gebaut hatte. Großen Mist. Er war derart wütend auf Brian gewesen, dass er es an Charlotte ausgelassen hatte. Die Tatsache, dass er es ausgerechnet heute getan hatte, wo sie ihn so dringend brauchte, machte ihn zu einem Arschloch von epischem Ausmaß. »Gott verdammt nochmal!« Er warf seinen Füller beiseite und stand auf, um Charlotte ausfindig zu machen. Sie war weder an ihrem Schreibtisch noch im Pausenraum. Doch da der Monitor ihres Computers aktiv war, darauf der halb ausgearbeitete Plan für eine Geschäftsreise, die er diesen Monat unternehmen würde, konnte sie nicht weit sein. »Gabriel!« Der Leiter des operativen Geschäfts zwingte ihn in sein Büro, als Gabriel wieder in den Flur trat, um seine Suche nach Charlotte fortzusetzen. »Kann ich Sie kurz sprechen?« »Sicher.« Er entdeckte Charlotte im selben Moment, als er den Raum wieder verließ. Sie stand ein Stück entfernt im Gang und schaute zusammen mit einer anderen persönlichen Assistentin konzentriert auf ein Tablet. Dem Stirnrunzeln beider Frauen zufolge, tüftelten sie an irgendeinem Problem. Charlotte schien soweit okay zu sein, doch als ihre Blicke sich trafen, war das Glitzern aus ihren Augen verschwunden. Sie wandte sich wieder ihrer Kollegin zu, als diese etwas sagte und lächelte. Aber es war nicht das Lächeln seiner Miss Baird, sondern mehr der Schatten davon. Gabriel trug die Schuld daran. Charlotte kehrte an ihren Schreibtisch zurück, nachdem sie der persönlichen Assistentin der Finanzchefin beim Herunterladen einer App für Online-Meetings geholfen hatte und fand dort einen appetitlichen Vanillecupcake, der mit Himbeerglasur überzogen und mit silbernen Streuseln dekoriert war. Sie starrte ihn an. Gabriel hatte sich schon früher mit köstlichen Leckereien bei ihr entschuldigt, aber immer nur, weil er sie auf die Palme gebracht hatte. Er hatte sie nie zuvor verletzt. Charlotte Sie drehte sich auf ihrem Stuhl zu ihm herum. Er stand in der Tür zu seinem Büro und wirkte derart abgekämpft, dass ihr das Herz blutete. Ja? Sie konnte ihm nicht die kalte Schulter zeigen, wenn es ihm nicht gut ging. Dafür bedeutete er ihr zu viel. Es tut mir leid. Er vergrub die Hände in den Hosentaschen und ließ einen Stoßseufzer entweichen. Ich bin zornig auf Brian und es macht mich stinksauer, dass ich nicht dagegen ankomme. Charlotte ging zu ihm. Dann zogen sie sich in sein Büro zurück und schlossen die Tür. Was auch immer geschieht, er ist dein Vater, bemerkte sie sanft. Diese Verbindung ist unverbrüchlich. Gabriel trat an das Fenster hinter seinem Schreibtisch und richtete den Blick auf die Stadt und das Meer dahinter. Aber ich will das nicht. Er hat keinerlei Anspruch auf mich. Er verschränkte die Arme und schüttelte den Kopf. Ich kann nicht mehr darüber sprechen, besonders nicht, solange ich mir Sorgen um dich mache. Es war keine kalte Zurückweisung wie zuvor, sondern die simple Bitte, ihm Raum zu geben. Charlotte hatte damit kein Problem. Emotionale Wunden von dieser Tiefe und Komplexität ließen sich nicht in einem einzigen Gespräch heilen. Gleichzeitig machte sie sich Gedanken darüber, was passiert wäre, hätte er nicht den ersten Schritt getan. Wäre sie mutig genug gewesen, ihn zu bedrängen und zu fordern, dass er ihr seine Geheimnisse anvertraute? Er kam zu ihr und stützte die Hände in die Hüften. Zu welchem Entschluss bist du gelangt? Charlotte wusste, dass das Ungleichgewicht zwischen ihr und Gabriel ein gefährliches Fragezeichen in ihrer Beziehung blieb, doch als erstes mussten sie sich mit diesem Thema befassen. Ich werde mich von Richard nicht in ein ängstliches Häschen verwandeln lassen, das sich in seinem Bau verkriecht. Gabriel unterbrach den Augenkontakt keine Sekunde. Sie wollte ihn berühren, war sich angesichts seiner düsteren Stimmung jedoch nicht sicher, ob er es zulassen würde. Darum sprach sie weiter. Aber ich werde mich auch nicht dumm verhalten. Ich organisiere einen Personenschützer. Nein. Sie erwiderte seinen finsteren Blick. Lass mich ausreden. Gabriel verschränkte wieder die Arme, ragte wie eine uneinnehmbare Mauer vor ihr auf. Du hast recht, dein Wohnhaus ist gut gesichert. Wenn ich dort einziehe, entschärft das die Lage erheblich. Gleichzeitig würde es dafür sorgen, dass Gabriel sich auf sie konzentrierte, anstatt über Mittel und Wege nachzudenken, wie er Richard ein für allemal unschädlich machen könnte. Er ließ die Arme sinken, und seine Mine entspannte sich. Ich bin froh, dass du zur Einsicht kommst. Ich bemühe mich, rational zu sein. Aber wenn du solche Dinge sagst, provoziert mich das dazu, dir nur aus Prinzip zu widersprechen. Gott sei Dank bist du reifer als ich. Der winzige Hauch eines Lächelns. Gabriel. Charlotte bezähmte den Drang, mit dem Fuß aufzustampfen. Ich habe mich erkundigt, ob in deinem Apartmentkomplex noch etwas frei ist. Auf einer der unteren Etagen wird eine kleine Wohnung, die ich mir leisten könnte, zur Untermiete angeboten. Ich werde mich um sie bewerben. Es war keine Flucht, sondern eine kluge Sicherheitsmaßnahme. Ich könnte nach wie vor mit dem Bus zur Arbeit fahren, und sollte irgendetwas passieren, wärst du in der Nähe. Gabriels Mine hatte sich mit jedem ihrer Worte weiter verfinstert. Mir gehört ein riesiges zweistöckiges Penthouse. Und du willst in irgendeinem miefigen Kellerloch hausen? Es funktioniert nur nach meinen eigenen Regeln. Charlotte sah, dass er mit den Zähnen knirschte. Sie riskierte es und legte die Hand an seine Brust. Versuch doch, mich zu verstehen. Ich werde mitkommen, wenn du dir die Wohnung ansiehst, sagte er barsch. Sollte irgendetwas daran nicht sicher sein, wirst du dort nicht einziehen. Verstanden? Charlotte nickte. Verstanden. Ich muss dich küssen. Ihr Herz hämmerte wie ein Presslufthammer, und das Blut rauschte ihr in den Ohren, als sie sich auf die Zehenspitzen stellte. Gabriel bag ihr Gesicht zwischen den Händen, die Geste so zärtlich und beschützend, dass sie erbebte. Er strich mit dem Daumen über ihren Wangenknochen. Dann senkte er den Kopf und legte den Mund auf ihren. Obwohl sein gesamter Körper angespannt war, küßte er sie ganz sanft, strich leicht mit der Zunge über ihre Lippen, bis Charlotte sie öffnete und er hineingleiten konnte. Tausende Schmetterlinge stoben in ihrem Bauch auf. Sie presste die Schenkel zusammen und legte die Hand in seinen Nacken. Alles an ihm war so kräftig, selbst sein Hals, und doch perfekt proportioniert. Er schlang den Arm um ihre Taille und drückte sie an sich, während er den Kuss intensivierte und seine Zunge an ihrer leckte, bis Charlotte lustvoll wimmerte und dasselbe mit seiner Tat. Stöhnend ließ er die Hand ihren Rücken hinaufgleiten und umfasste nun ebenfalls ihren Nacken. Eine schwarze Welle der Klaustrophobie schlug über ihr zusammen. Gabriel gab sich ganz der Wonne hin, seine süße, sinnliche Charlotte mit den Lippen zu verschlingen, als er spürte, wie ihr Körper steif wurde und sie seine Küsse nicht mehr erwiderte. Er brauchte nur einen Sekundenbruchteil, um sie freizugeben, aber es dauerte zu lang. Ihre Pupillen waren geweitet, ihre Haut blass, ihre Atmung beängstigend flach. Fast schien es, als wäre sie nicht mehr anwesend. Charlotte? Charlotte? Er wollte sie aus ihrer Trance schütteln, wusste jedoch nicht, ob sie weiteren Körperkontakt ertrug. Sie reagierte nicht, war stocksteif. Ihre Augen starrten ins Leere. Miss Baird! Charlotte blinzelte, konzentrierte sich auf ihn. Ihr Gesicht schien noch bleicher zu werden. Schwanken streckte sie den Arm aus, als suchte sie nach einer Wand, um sich abzustützen. Gabriel ging das Wagnis ein und nahm ihre Hand, bevor sie ganz das Gleichgewicht verlor. Zu seiner Erleichterung zuckte sie weder zurück, noch starrte sie ihn mit diesem entsetzlich leeren Blick an. »Gabriel?« »Sch, sch, ich halte dich.« Er führte sie zu seinem schwarzen Ledersessel und half ihr, sich zu setzen. »Atme, Liebling.« Charlotte bemühte sich. Ihr Atem ging zu schnell und unregelmäßig. Aber es war besser als davor. Gabriel ging vor ihr in die Hocke, legte eine Hand auf seinen Schreibtisch, die andere auf ihr Knie. »So ist es gut«, murmelte er, tiefer, langsamer. Es vergingen mindestens fünf Minuten, bis sich ihre Atmung halbwegs stabilisierte, und die ganze Zeit schlug ihm das Herz bis zum Hals, war sein Körper gespannt, als wollte er den Angriff eines Raubtiers abwehren. Nur, dass die Bedrohung ausschließlich an Charlottes Bewusstsein existierte, wo er nicht hingelangen konnte. Er hasste es, sie nicht vor ihren Albträumen schützen zu können. »Er«, sagte er, indem er mit schierer Willenskraft seine Stimme mäßigte, »so ist es besser.« Sie schaute ihn mit weit aufgerissenen Augen und bebender Unterlippe an. »Es tut mir leid.« »Hey«, er drückte ihr Knie, war so sanft, wie er nur konnte. »Habe ich etwa um eine Entschuldigung gebeten?« »Nein«, dachte Charlotte, »das hast du nicht.« Er war zu gutherzig, um ihr Schuldgefühle wegen ihres Zusammenbruchs zu vermitteln. Aber er musste es so satt haben. »Ich dachte, es würde mir besser gehen«, wisperte sie, und die kleine Flamme der Hoffnung, die sich in ihr entzündet hatte, flackerte ein letztes Mal und erlosch. Nach gestern hatte ich das Gefühl, dass ich auf dem Weg der Besserung bin. »Ich habe den Großteil des verdammten gestrigen Tages in deinem Haus verbracht, Charlotte.« Gabriel schluckte den Tonfall an, mit dem er sprach, wenn er in einer Verhandlung nicht bereit war, von seinem Standpunkt abzurücken. »Willst du wirklich behaupten, dass das nicht zählt? Denn wenn du es tust, bist du eine schamlose Lügnerin.« Sie schluckte und strich sich mit zittrigen Fingern die Haare zurück, während Tränen über ihr Gesicht rollten. »Wieso tust du das?« »Du musst das wirklich fragen?«, knurrte er. »Begreifst du denn immer noch nicht, dass ich dich verflucht großartig finde? Du hast einen messerscharfen Verstand, ein Lächeln, das Licht in meine Seele bringt, und einen Körper, mit dem ich alle möglichen, unanständigen Dinge tun möchte.« Sie lachte unter Tränen auf. »Bei dem Tempo, das ich derzeit vorlege, wirst du dich mit den meisten wohl gedulden müssen, bis du achtzig bist.« Charlotte befürchtete insgeheim, dass ihre Worte kein Witz, sondern eine Zukunftsprognose sein könnten. »Wir werden das vitalste Paar im ganzen Seniorenheim sein.« Nun fing sie richtig an zu weinen. Heftige Schluchzer schüttelten sie, als alles, was an diesem Morgen geschehen war, wie eine Ziegelmauer über ihr zusammenbrach. »Baby, komm her.« Gabriels Stimme war rau. »Lass mich dich halten.« Es gab nichts, dass sie sich mehr wünschte. Darum beugte sie sich vor und schlang ihm die Arme um den Hals. Gabriel streichelte ihren Rücken. Seine schwere Hand war wie ein tröstliches Gewicht. Irgendwie landete sie schließlich auf seinem Schoß. Er lehnte sich am Schreibtisch an, nahm ihr die Brille ab und legte sie weg. Dann wiegte er Charlotte in seinen Armen. Als hätte sie die Tränen zu lange zurückgehalten, wollten sie nun nicht mehr versiegen, während die Erinnerung an Jahre des Schmerzes, der Trauer und des Zorns wie ein Gewittersturm in ihr tobte, bis ihr jeder Knochen wehtat und ihre Haut brannte. Es fühlte sich an, als würde er nie vorübergehen. Doch irgendwann tat er es. Erschöpft und kraftlos schmiegte sie sich an Gabriel und streichelte das feuchte Hemd über seiner Brust, bis sie ihre Sprache wiederfand. »Das ist schon das zweite Mal, dass ich dich nass geweint habe.« »Solange es dich dazu bringt, dich an mich zu kuscheln, stört mich das nicht.« Überrascht stellte sie fest, dass sie lächelte. Aber sie schwelgte weiter in der wohligen Stille, die in ihrer Seele eingekehrt war. Sie hatte den Sturm unbeschadet überstanden, und dieses Geschenk würde sie nicht zurückweisen. »Ich muss mein Gesicht waschen.« Aber wenn sie auf dem Weg zur Toilette anderen Mitarbeitern begegnete, würden diese sofort erkennen, dass sie geweint hatte. »Fass in die Schublade zu deiner Rechten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine Flasche Wasser darin deponiert habe.« Gabriel beugte sich ein Stück vor, damit sie die ungeöffnete Flasche herausnehmen konnte, dann lehnte er sich wieder gegen den Schreibtisch. »Meine Papiertaschentücher sind draußen«, sagte sie plötzlich beschämt über den Zustand ihres Gesichts. In ihrem Bestreben zu lernen, wie man sich schminkte, hatte sie heute Wimperntusche aufgetragen, und sie war bestimmt verlaufen. Gabriel hob sie hoch und setzte sie auf seinen Chefsessel. »Warte hier.« Er verließ das Büro und kam kurze Zeit später mit der Schachtel und Charlottes Handtasche zurück, bevor er erneut die Tür schloss. »Jetzt ist der Fall klar«, sagte er, als er ihr beides aushändigte. »Gewichtheben ist ein geheimes Hobby.« »Sehr witzig.« Charlotte zog mehrere Tücher aus der Box, befeuchtete sie mit dem Wasser aus der Flasche und wischte über ihre Wangen. Die Tücher färbten sich dunkelbraun von der Mascara, die sie aufgelegt hatte, um ihre Wimpern zu betonen. »So schwer ist meine Handtasche auch wieder nicht.« »Stimmt, sie wiegt nur halb so viel wie du«, entgegnete er trocken. »Auf deinem Schreibtisch waren Nachrichten von drei Leuten, die mich sprechen wollen.« »Haben sie an die Tür geklopft?« Es erleichterte sie zu wissen, dass sie ihr Schluchzen trotzdem nicht gehört haben konnten. Gabriels Büro verfügte über einen exzellenten Schallschutz. Bei geschlossener Tür hatte sie noch nie eine seiner Unterredungen mitbekommen, egal wie hitzig sie gewesen waren. Er schnaubte abfällig. »Sie haben Angst vor mir, Charlotte. Du bist die T-Rex-Bändigerin.« Sie kniff die Augen zusammen. »Bestimmt dachten sie, dass du beschäftigt bist.« »Ach ja?« Er zog einen Klebezettel aus der Tasche. »Warum steht dann hier, hallo Charlotte, wollte zu Bishop. Kannst du mich anrufen, wenn er Zeit hat? Ich will nicht seinen Zorn auf mich ziehen, indem ich ihn störe.« Er legte die Notiz auf den Schreibtisch und brachte eine andere zum Vorschein. »Charlotte, könntest du mich anrufen, wenn die Bestie gute Laune hat?« Gabriel zog eine Braue hoch. »Das ist mal was Neues.« Charlotte guckte ihn böse an. Diese Nachrichten waren nicht für dich bestimmt. »Keine Sorge, Miss Barrett, ich werde diese Feiglinge nicht feuern. Zufälligerweise machen sie einen guten Job.« Er deponierte den letzten Zettel auf den beiden anderen, ohne ihn laut vorzulesen. Charlotte, die sich wieder ein bisschen mehr wie sie selbst fühlte, holte ihre Puderdose heraus und überprüfte ihr Gesicht. Ihre Augen waren nicht so schlimm geschwollen, wie sie befürchtet hatte. Wenn sie ihre Brille aufsetzte und ein wenig frisches Make-up auflegte, würde man den Schaden kaum noch bemerken. Nach Monaten vorsichtigen Experimentierens war sie zwar noch immer keine Expertin, aber sie wusste, wie man sich die Wimpern tuschte, das Gesicht puderte und einen Hauch Lippenstift auflegte. Es fühlte sich unglaublich intim an, es vor Gabriel zu tun, besonders als dieser sich auf den Besucherstuhl auf der anderen Seite des Schreibtisch pflanzte, die Beine mit überkreuzten Knöcheln auf die zerschrammte Oberfläche legte, die Hände hinter dem Nacken verschränkte und sich behaglich zurücklehnte. Dabei möchte ich dir gern einmal zusehen, wenn du nackt bist. Charlotte's Wangen begannen zu glühen. Wenn du auf einem dieser hübschen Hocker vor einem Schminktisch sitzt. Hast du so einen? Nein. Sie hatte sich immer einen viktorianischen Schminktisch gewünscht, aber die Antiken waren zu teuer und die Nachgemachten gefielen ihr nicht. Vielleicht schenke ich dir einen zum Geburtstag. Du kannst es mir danken, indem du die Splitterfasernack die Wimpern tuschst. Er machte sie absichtlich verlegen, aber Charlotte war inzwischen daran gewöhnt, auf dieser Ebene mit ihm die Klingen zu kreuzen. Sie war froh, dass ihr Zusammenbruch ihn nicht entmutigt hatte. Nicht nur das stellte sie nun fest, auch sie selbst war mental wieder stabil. Vielleicht sogar stabiler als vor ihrem Tränenausbruch. Es war, als wäre ein Ventil so lange überdreht worden, bis es schließlich nachgegeben hatte und alles reingewaschen worden war. Du wirst mir die nächsten zwanzig Jahre nichts mehr kaufen. Mit diesem strengen Hinweis hob sie das Handgelenk und zeigte auf das Armband, das daran funkelte. Sein Lächeln war voller Besitzgier. Es sieht perfekt an ihnen aus, Miss Barrett. Sie schnitt ihm eine Krimasse, weil er nicht auf diesen Punkt einging und puderte sich das Gesicht fertig. Das hätte sie zuerst machen sollen, aber sie hatte sich so nackt und nervös gefühlt, dass sie mit der Mascara angefangen hatte. Jetzt würde sie diese neu auftragen müssen, weil sie Puder auf die Wimpern bekommen hatte. Nachdem das erledigt war, schminkte sie sich die Lippen und setzte ihre Brille auf. Sie konnte Gabriel nun wieder klar und deutlich erkennen. Geht das so? fragte sie den Mann, der sie ansah, als wollte er sie verschlingen. Komm, setz dich auf meinen Schoß. Gabriel. Er stellte die Füße auf den Boden und winkte mit dem Finger. Gabriel führt Charlotte in die Welt der Sünde ein. Wir sind im Büro, ermahnte sie ihn, kam aber dennoch um den Schreibtisch herum und setzte sich auf seine starken Oberschenkel. Wir sollten uns in der Arbeit professionell verhalten. Gabriel legte locker einen Arm um sie, beugte sich vor und presste die Lippen auf ihre von ihrem Leinenkleid verhüllte Schulter. Wir machen gerade Kaffeepause. Die hatten wir schon heute früh. Er quittierte das mit einem weiteren Kuss. Ich bin der Boss und ich finde, wir haben nach all den langen Abenden und Wochenenden im Büro eine weitere Pause verdient. Der dritte Kuss traf auf ihre Haut. Charlotte spürte ihn bis in die Zehenspitzen und wurde wachsweich. Dann presste er die Lippen auf ihren Hals und es war um sie geschehen. Noch nie hatte ein Mann sie auf den Hals geküsst und es erregte sie so sehr, dass sie sich ihm entgegendrängte und wortlos um Meer flehte. Sie spürte seinen warmen Atem, als er leise lachte. Und dann gab er ihr, was sie ersehnte, indem er daran saugte, bis sie leise stöhnte. Der hübsche Hals meiner Miss Baird ist offenbar eine erogene Zone. Ihr Atem ging keuchend und sie klammerte sich weiter an Gabriel fest, während er ihr sinnliches Verlangen stillte und dabei mit den Fingern ihre Hüfte streichelte. Jeder Kuss fühlte sich an, als würde er an ihren Brustspitzen saugen, sie zwischen den Beinen streicheln. Sie legte die Hand in seinen Nacken und buchte den Kopf zurück, um ihm ihren Hals darzubieten. Seine Hand glitt zu ihrer Taille, als er mit den Lippen über die Stelle direkt unter ihrem Ohr strich. Charlotte stöhnte. Ihr Hüsschen war feucht. Ich mag das Geräusch. Seine Stimme war ein tiefes Grollen. Es macht meinen Schwanz unglaublich hart. Ihr entschlüpfte ein weiteres Stöhnen und sie grub die Fingernägel in seinen Nacken. Gabriel, hauchte sie. Er zog eine Bahn aus saugenden Küssen ihren Hals hinab und dann wieder hinauf zu ihrem Ohr. Als er dort anlangte, war ihr Slip derart feucht, dass er ihr am Körper klebte. Ihr Atem ging in hektischen Stößen und vor Erwartung war ihr die Brust eng. Er hielt inne. Ich möchte sehen, wie sie sich selbst berühren, Miss Baird. Sie biss sich auf die Unterlippe, konnte das Stöhnen aber nicht zurückhalten. Die Kombination aus seinen Worten und der Tatsache, dass er sie Miss Baird genannt hatte, bewirkte, dass ihr Herz noch schneller schlug und ihre Haut sich anfühlte, als stünde sie in Flammen. Ich kann nicht. Doch, du kannst. Ein Kuss dicht unterhalb der köstlichen Stelle, an der sie seine Lippen eigentlich spüren wollte. Ich möchte zusehen, wie du dir auf meinem Schoß Lust verschaffst, bis du kommst. Ihr stockte der Atem und sie schloss die Hand fester um seinen Nacken. Der nächste feuchte Kuss linderte ihr Verlangen nicht, sondern fachte es nur weiter an. Schieb die Hand unter dein Kleid. Charlottes Puls schnellte in die Höhe, und sie nahm nur noch Gabriel wahr, inhalierte mit jedem Atemzug seinen heißen, maskulinen, erregenden Duft. Und dann seine tiefe Stimme, die etwas derart Wollüstiges von ihr verlangte. Sie wusste nicht, woher sie den Mut nahm. Vielleicht bezog sie ihn aus seinen schützenden Armen, vielleicht aus der Tatsache, dass sie noch vor wenigen Minuten ein seelisches Wrack gewesen war und nun himmlischen Wonnen entgegensah. Sie schob ihre freie Hand unter den Saum ihres Kleids. Oh ja. Gabriels Körper vibrierte. Höher, Baby. Jedes Wort wurde von einem Kuss auf ihren Hals begleitet. Charlotte hatte diese Sache schon ausprobiert, bevor Gabriel in ihr Leben getreten war. Aber es hatte nie funktioniert, so, als hätten ihre Ängste und Richards niederträchtige Worte eine toxische Barriere in ihr errichtet. Dann hatten sie diese Träume und erotischen Fantasien überkommen. Als sie jetzt ihre Hand ihren Schenkel hinaufgleiten ließ, fühlte es sich an, als würde ihr ganzer Körper vor Erregung pulsieren, ihre Nervenenden dicht unter der Haut Funken sprühen. Ihre Brüste hoben und senkten sich in schnellem Rhythmus, und sie stöhnte, als Gabriel an ihrem Hals saugte und sich wieder zu der Stelle vorarbeitete, die sich so gut anfühlte. Dann war er dort und ließ die Zunge zart über ihre Haut kreisen, während ihre Finger gleichzeitig durch die Spitze ihres Höchstjens über ihre Klitoris strichen. Sie fühlte sich an, als wäre sie zu dreifacher Größe angeschwollen, die Stelle zwischen ihren Schenkeln heiß und feucht. Schieb den Zwickel zur Seite und zieh an deiner Klitoris, befahl Gabriel, ohne von ihrem Hals abzulassen. Stell dir vor, es wären meine Finger. Sei unsanft. Ihre Haut kribbelte und ihre Brüste spannten, als sie seine Anweisung befolgte. Bist du feucht? Ja, flüsterte sie, als ihre Finger ihre geschwollene Knospe ertasteten. Zieh daran, wiederholte er heiser, fester, als du es normalerweise tun würdest. Da Charlotte ihm nichts abschlagen konnte, tat sie exakt das, was er verlangte. Sie schloss die Augen und presste unwillkürlich die Schenkel zusammen, als ihr Unterleib sich zuckend verkrampfte. Die Lust war intensiv, sündhaft, exquisit. Keuchend starrte Charlotte Gabriel an, nachdem die letzten Nachbeben abgeklungen waren. Er hatte aufgehört sie zu küssen und beobachtete sie stattdessen mit sengendem Blick und geröteten Wangenknochen. Sie sind wahnsinnig sexy, Miss Baird. Verlegen zog sie die Hand unter ihrem Kleid hervor. Charlotte konnte nicht fassen, dass sie das getan hatte. Aber noch mehr überstieg es ihr Begreifen, dass Gabriels Küsse und eine einzige gezielte Berührung genug gewesen waren, um sie zum Orgasmus zu bringen. Und natürlich seine Worte. Die waren das Wichtigste gewesen. Die Vorstellung, dass es Gabriels Finger waren. Er nahm ihre Hand mit, der sie sich gestreichelt hatte, hielt sie vor sein Gesicht und inhalierte tief. Ich kann deinen Duft riechen und erweckt in mir das Verlangen, dich zu lecken, bis du an meiner Zunge kommst. Seine Augen schimmerten wie geschmolzenes Silber, als er in ihre sah. Lass es mich tun. Sie presste wieder die Schenkel zusammen, als neue Erregung in ihr Hochschuss. Ich glaube nicht, dass ich dafür heute die Kraft habe, sagte sie, als sie ihre Sprache wiederfand. Gabriel strich mit dem Handrücken über ihre Brüste. Dann beim nächsten Mal. Ihre Brustwarzen richteten sich erneut auf und sie nickte. Er. Dann beugte sie sich vor und küsste ihn. Richard würde ihr Gabriel nicht fortnehmen. Niemals würde sie das zulassen. Nicht in tausend Jahren. Nachdem Charlotte mit hochroten Wangen sein Büro verlassen hatte, um die Toilette aufzusuchen, schloss Gabriel die Tür und lehnte sich mit dem Rücken dagegen. Dann ging er im Geist Schritt für Schritt das letzte professionelle Rugby-Match durch, in dem er mitgespielt hatte. Er war zwei Minuten vor dem Schlusspfiff verletzt worden. Direkt nach dem besten Versuch seiner ganzen Laufbahn. Folglich hatte er jede Menge mentales Material. Was gut war. Gabriel brauchte die gesamte Spielzeit, um seinen Ständer unter Kontrolle zu bringen. Er hatte noch nie etwas so Heißes gesehen wie Charlotte, die auf seinem Schoß kam, und darüber durfte er definitiv nicht weiter nachdenken, während er im Büro war. Er öffnete die Tür und stellte lächelnd fest, dass Charlotte wieder an ihrem Schreibtisch saß. Was steht auf dem Terminplan, Miss Bird? Eine leichte Rüte zeigte sich auf ihrem Nacken, bevor sie sich auf ihrem Stuhl halb zu ihm herumdrehte und ihn mit zusammengekniffenen Augen anschaute. Sein Lächeln wurde breiter. »Kannst du vor der Konferenzschaltung noch ein Meeting mit Joff einschieben?« fragte sie und lächelte nun auch. »Er sagt, er braucht nur zehn Minuten.« »Schick ihn zu mir.« Der restliche Arbeitstag war gnadenlos. Gabriel unterbrach ihn nur für eine halbe Stunde, und die nutzte er, um mit dem Rektor der Schule zu telefonieren, deren Rugby-Mannschaft er ehrenamtlich trainierte. Einer der Spieler war mit Marihuana erwischt worden, und der Rektor wollte wissen, ob er nicht nur von der Schule, sondern auch vom Training suspendiert werden sollte. »Ja,« antwortete Gabriel ohne Zögern. »Für die Mannschaft gelten strenge Regeln, was Drogen betrifft.« Danach las er dem Spieler selbst noch die Leviten. Der Junge war ein fantastischer Verteidiger und könnte es weit bringen, aber nur, wenn er sich nicht selbst kaputt machte. »Es tut mir leid, Coach, ich hab's vermasselt,« entschuldigte sich der Junge aufrichtig zerknirscht. Er wusste jetzt, dass wegen seines Fehlers sein Team das anstehende Spiel gegen seinen größten Rivalen verlieren könnte. Dieses Wissen würde weit mehr zur Abschreckung dienen als alles andere. Abgesehen von dieser Unterbrechung folgte an diesem Tag eine Herausforderung auf die nächste. Genau wie Gabriel es liebte. Charlotte ließ das Mittagessen ins Büro liefern, sie nahmen es beide an ihren Schreibtischen ein und konzentrierten sich dann wieder auf die Arbeit. Gabriel hätte sie fortgesetzt, wäre nicht um sieben Charlottes Besichtigungstermin für die Wohnung gewesen. Da er sie auf keinen Fall allein hingehen lassen wollte, machten sie sich auf den Weg. Das Haus, in dem er wohnte, lag nicht weit vom Büro entfernt, und nachdem die Rushhour vorbei war, brauchten sie nicht einmal zehn Minuten bis dorthin. Er parkte den SUV auf seinem Stellplatz in der Tiefgarage und stieg aus. Charlotte öffnete bereits ihre Tür, als er bei ihr angelangt war. Er fasste sie um die Taille und hob sie heraus. Ist dir klar, dass wir nicht ein einziges Wort gesprochen haben, seit wir bei Sexen und Archern den Aufzug gestiegen sind? Eine steile Falte erschien zwischen ihren Augenbrauen. Nein, das kann nicht sein. Oder doch? Sie neigte den Kopf leicht zur Seite. Es hat sich nicht so angefühlt. Nein, das hat es nicht. Er umfing ihr Gesicht mit beiden Händen und strich ihr eine Locke zurück. Bist du bereit, dir das Apartment anzusehen? Charlotte tippte ihm auf die Brust. Wo ist deine Krawatte abgeblieben? Sie runzelte die Stirn. Warte, lass mich dein Sakko von der Rückbank holen. Lachend zog er sie zum Fahrstuhl. Vertrau mir, der Besitzer wird sich nicht darum scheren, ob ich einen Anzug trage. Immerhin war Gabriel Eigentümer von mehr als einem Viertel der Wohnungen in dem Gebäude. Leider gehörte dazu nicht die, die zur Untermiete angeboten wurde. Kremple wenigstens die Ärmel herunter. Ich finde dich anbetungswürdig, wenn du so streng bist. Mit unerbitterlicher Miene richtete sie seinen Kragen, sobald sie im Aufzug standen, dann strich sie auf besitzergreifend liebevolle Weise sein Hemd glatt. Am liebsten hätte er sich gestreckt, und sie gebeten, dies mit seinem ganzen Körper zu tun. Als sie ihn aufforderte, den Kopf zu beugen, gehorchte er ohne Widerrede. Sie kämmte ihm mit ihren grazilen Fingern durchs Haar. Fertig, verkündete sie, als sich die Türen auf der vierten Etage öffneten. Entzückt über sie folgte er ihr nach draußen. Trotzdem würde er nichts als selbstverständlich betrachten. Nach Charlets heutiger Panikattacke wusste er, dass sie selbst nicht vorhersehen konnte, wann sie negativ auf etwas, das er sagte oder tat, reagieren würde. Ihre Ängste waren tief in ihr verwurzelt und konnten sich jeder Zeitbahn brechen. Doch dann entsann er sich ihres furchtsamen Blicks und ihres Zitterns, als er sie das erste Mal zum Abendessen ausgeführt hatte. Diese verschreckte Maus hätte sich nicht auf seinen Schoß gesetzt, ihm nicht befohlen, den Kopf zu beugen, damit sie seine Frisur in Ordnung bringen konnte, und sie hätte auch nicht seine Hand genommen und die Finger mit seinen verschränkt. Gabriel konnte Geduld aufbringen, wenn die Belohnung so reichlich war. Es ist diese hier. Charlotte blieb in der Mitte des Flurs vor einer Tür stehen und klopfte. Eine Frau mittleren Alters öffnete wenige Sekunden später und bat sie herein. Es stellte sich heraus, dass die Wohnung ihrer Tochter gehörte. Sie wurde vorübergehend nach Dubai versetzt, erklärte die Frau mit einem freundlichen Lächeln. Im Mietvertrag steht, dass sie zur Untervermietung berechtigt ist, also sollte sie es auch tun. Es ist allerdings nur für sechs Monate. Das ist perfekt, antwortete Charlotte, denn sie würde auf keinen Fall ihr Leben damit verbringen, ängstlich über ihre Schulter zu spähen. Im besten Fall hatte Richard sie vergessen. Und wenn nicht, würde sie mit Gabriel und der Polizei zusammenarbeiten, um ihn zurück ins Gefängnis zu befördern. Dieses Mal für so lange Zeit, dass er bei seiner Freilassung ein Greis sein würde. Gabriel? Sie schaute sich nach ihm um und entdeckte ihn vor dem Fenster. Was denkst du? Die Mutter der Eigentümerin tätschelte Charlottes Hand. Ich werde uns Kaffee kochen, während sie und ihr gutaussehender Ehemann darüber beraten. Ja, sagte Gabriel mit funkelnden Augen. Komm her, Frau. Seine neckenden Worte verursachten Charlotte ein Kribbeln im Magen. Und? fragte sie, nachdem ihre Gastgeberin den Raum verlassen hatte. Der Vorteil ist, dass die Wohnung nicht im Erdgeschoss, sondern im vierten Stock liegt, und das ist zu hoch, als dass jemand einsteigen könnte. Außerdem befindet sich die Feuertreppe im Inneren des Gebäudes. Die Fenster lassen sich nicht öffnen und die Tür verfügt über solide Schlösser. Ich werde sie trotzdem auswechseln lassen. Charlotte wusste, dass sie sich dann besser fühlen würde. Ich bin sicher, die Eigentümerin hat nichts dagegen, wenn ich dasselbe oder sogar noch ein sichereres Modell wähle. Als Gabriel noch immer finster dreinblickte, fragte sie, Und der Nachteil? Es ist nicht meine Wohnung. Gabriel? Er zog die Stirn in Falten und verschränkte die Arme vor der Brust. Wieso verschwendest du dein Geld? Ich biete dir freie Kost und Logis an und so viel Sex, wie du vertragen kannst. Sei still! Sie sah sich zu der Frau um, aber diese hatte das Radio in der Küchen-Nische angeschaltet und schenkte ihnen keine Beachtung. Ich nehme das Apartment. Du wirst mit mir zur Arbeit fahren und wieder zurück. Darüber müssen wir erst verhandeln. Charlotte verschränkte nun ebenfalls die Arme. Ich habe nämlich nicht vor, zu einem Workaholic zu mutieren und jeden Abend erst um elf nach Hause zu kommen. Er quittierte das mit einem Knurren. Du warst früher so gefügig, was ist nur passiert? Du bist passiert, sagte sie leise. Gabriel überraschte sie immer wieder aufs Neue. Lust auf ein Abendessen bei mir zu Hause? Es fiel ihr immer schwerer, ihm auf Wiedersehen zu sagen. Gabriel schlägt Sex auf dem Küchenstuhl vor. Während Gabriel an Charlottes Küchentisch einen Vertrag durchging, verschwand diese im Schlafzimmer, um sich umzuziehen. Unentschlossen entschied sie sich schließlich für ein ärmelloses weißes Kleid mit einem geraden Ausschnitt, das mit einem Muster aus blauem Vergissmein nicht bedruckt war. Es war zu zwanglos fürs Büro, aber für zu Hause eignete es sich perfekt. Sie schlüpfte in ein paar flauschige gelbe Pantoffeln, die sie am selben Tag erstanden hatte wie die violetten Monster-Klauen für Molly und wollte gerade in den Flur treten, als sie auffiel, dass ihr Schuhwerk nicht gerade sexy war. Mach dir nicht immer so viel Gedanken, Charlotte. Mit dieser Ermahnung kehrte sie in die Küche zurück, wo Gabriel den ganzen Tisch für seine Arbeit in Beschlag genommen hatte. Das Handy ans Ohr gepresst, telefonierte er gerade mit dem Chef eines internationalen Kosmetikkonzerns, den er dazu hatte überreden können, seine Produkte in Australasien exklusiv von Saxon und Archer vertreiben zu lassen. Der Deal war ein Coup für ihre Firma. Gleichzeitig raubte er Gabriel viel Kraft, weil der Konzernchef darauf bestand, das Ganze ausschließlich über ihn direkt und nicht über den Leiter Absatzförderung abzuwickeln. Sie verkniff sich ein Lachen, als Gabriel geschickt eine für Saxon und Archer günstige Bedingungen aushandelte, dann schnitt sie zwei Äpfel in Viertel und stellte sie zusammen mit einem Glas Milch vor ihn hin. Er hatte seit Mittag nichts mehr gegessen und sie wusste, wie viel Energie er verbrannte. Er zwinkerte ihr zu und nahm sich einen Schnitz, während er das Gespräch fortsetzte. Charlotte beschloss, ein schnelles und trotzdem raffiniertes Essen zu kochen. Sie setzte Reis in dem praktischen Reiskocher auf, den Molly und sie während ihres Studiums entdeckt hatten, dann nahm sie eine Packung Riesengarnielen und frisches Gemüse für eine Wokpfanne heraus. Ein Hauch Ingwer, einige Spritzer Sojasoße, vielleicht ein paar Röllchen Frühlingszwiebeln, schon hätten sie ein köstliches Gericht. Sie könnte außerdem ein paar Cashewnüsse darüber streuen, für den Knusper-Effekt. Du liebst es wirklich zu kochen. Mit einem Blick über die Schulter stellte sie fest, dass Gabriel den ersten Apfel fast verputzt hatte und lächelte. Das stimmt. Dann sprach sie zum ersten Mal seit jenem Albtraumwochenende über dieses Thema, während sie sich in diesem Raum befand. Nach Richards Attacke hatte ich diese Liebe zwei Jahre lang verloren. Ich schaffte es, die Küche zu betreten und mir eine einfache Mahlzeit zuzubereiten. Aber ich fand die Freude am Kochen nicht wieder. Gabriels Blick wurde zornig, aber er unterbrach sie nicht. Charlotte, die inzwischen alles zurechtgelegt hatte, was sie für das Wokgericht benötigte, das sie zubereiten würde, während der Reis kochte, errichtete zum Dessert eine Schale mit Trauben und Beeren her. Dann hatte ich einen furchtbar miesen Tag im Büro. Wegen Anja und ihrer hochnäsigen Art. Sie zuckte die Achseln. Ich war so wütend, dass ich Dampf ablassen musste. Darum fuhr ich nach Hause und fing an zu backen. Es hatte sich so gut und befreiend angefühlt, in ihrer Küche zu stehen und ihrem Lieblingshobby zu frönen, dass ihre Angst dagegen nicht angekommen war. Dann hast du Anja, deinen Durchbruch zu verdanken? Charlottes Schultern bebten. Gott, ja. Offenbar hatte sich der ganze Ärger am Ende doch gelohnt. Wann immer ich jetzt koche, habe ich das Gefühl, ein bisschen mehr zu mir selbst zurückzufinden. Gabriel bis in ein weiteres Apfelviertel. Hast du je daran gedacht, es professionell zu tun? Nein, es ist mein Ventil. Ich möchte keinen Beruf daraus machen. Der Job einer Küchenchefin brachte bekanntermaßen einiges an Stress mit sich. Er nickte bedächtig. Das kann ich verstehen. Ich spiele mit dem Gedanken, mein Studium neben der Arbeit wieder aufzunehmen und die zusätzlichen Prüfungen zu absolvieren, die ich für einen vollwertigen Abschluss brauche. Charlotte war nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus nicht in der Verfassung gewesen, an die Uni zurückzukehren. Trotzdem hatte sie über einen Fernstudiengang ein Zeugnis erhalten. Das hatte genügt, um den Job bei Saxon & Archer zu ergattern. Doch in ihrer Funktion als Gabriels persönliche Assistentin wurde ihr eine umfassende Fachkompetenz abverlangt. Und sie wollte mit ihm Schritt halten können. Findest du, ich sollte es tun? Die Wirtschaftshochschule bietet eine Vielzahl von Kursen an, die du dir mal ansehen könntest. In diesem Moment klingelte sein Handy. Geh ran, forderte sie ihn auf. Ich muss jetzt sowieso die Zutaten anbraten. Es fühlte sich unglaublich gut an, unterdessen seine Stimme zu hören, ihn hier zu haben. Als junges Mädchen hatte sie immer davon geträumt, einmal eine eigene Familie zu haben, so altmodisch dieser Wunschgedanke auch sein mochte. Allein zu leben war wichtig für ihr Selbstvertrauen gewesen. Doch es entsprach nicht ihrer natürlichen Veranlagung. Andererseits wollte sie nicht nur eine Mitbewohnerin, sondern Menschen, die zu ihr gehörten, die sie liebte. Gabriel legte das Handy weg und rieb sich die Augen. Charlotte ging zu ihm, nahm das Gerät, schaltete es aus und verstaute es in ihrer Keksdose. Ich erwarte einen Anruf, knurrte er. Nicht während der nächsten paar Stunden. Sie machte sich daran, die Papiere einzusammeln, die er auf dem Tisch verteilt hatte. Du bist nicht erreichbar, während wir zu Abend essen. Mit finsterer Miene stand er auf. Sie zuckte zusammen. Verdammt nochmal, Charlotte. Gabriel ballte die Fäuste und knirschte mit den Zähnen. Ich werde dir nichts tun. Mit rasendem Puls und trockenem Mund schluckte sie hastig. Ich weiß. Es war ein heiseres Flüstern. Aber Gabriel holte bereits sein Handy aus der Keksdose. Er stopfte die Unterlagen in seinen Aktenkoffer und sagte, wir sehen uns morgen im Büro. Sein Ton war hart und abweisend. Gabriel, geh nicht, flehte sie ihn verzweifelt an. Bitte, geh nicht. Er atmete hörbar aus, dann legte er seine Aktentasche und das Handy auf den Tisch. Verdammt. Er fuhr sich mit beiden Händen durchs Haar, dann streckte er ihr einen Arm entgegen. Komm her. Ein Zittern lief durch ihren Leib, als sie sich an seine Brust kuschelte. Ich wollte nicht so reagieren. Gabriel hätte sich am liebsten einen Tritt verpasst. Seine einzige Entschuldigung für sein Benehmen bestand darin, dass er so glücklich gewesen war, hier zu sein mit Charlotte. Ihr furchtsames Zusammenzucken hatte ihn kalt erwischt. Er war nur aufgestanden, weil er ihren vorlauten Mund hatte küssen wollen. Das weiß ich doch. Er rieb mit dem Kinn über ihre Schläfe. Dabei war er sich bewusst, dass ich diese Situation wiederholen würde und er sie in den Griff bekommen musste. Weil Charlotte die seine war. Ich wäre zurückgefahren. Sag mir beim nächsten Mal einfach, dass ich mich verflucht noch mal beruhigen soll. In genau diesem Wortlaut? Ihre Stimme war leise, doch ihre Augen leuchteten wieder. Erleichtert darüber, dass er keinen irreparablen Schaden angerichtet hatte, strich er wieder mit dem Kinn über ihre Haut, wobei sich ein paar feine blonde Haare an seinen Bartstoppeln verfing. Das ist meine Miss Baird. Nach dem Schlamassel, in den sie diesen bis dahin wundervollen Abend fast verwandelt hätte, war Charlotte während des Essens bewusst auf der Hut, bis Gabriel der Kragen platzte. Charlotte, du benimmst dich wie ein feiges Huhn. Du weißt, was ich über Hühner denke. Man sollte sie rupfen und verspeisen. Ihr klappte der Mund auf. Du bist ein schrecklicher Mann. Ja, das bin ich. Er hielt ihr seine vollgeladene Gabel hin. Als sie die Lippen zusammenpresste, grinste er. Ah, das ist wunderbar. Jetzt weiß ich, wie ich dich dazu bringe, still zu sein, während ich dir beschreibe, welche lustvoll schmutzigen Dinge ich mit dir zu tun gedenke. Ich glaube, ich habe dir noch gar nicht gesagt, wie sehr ich deine Brüste mag. Ich möchte sie kneten, während ich deinen Hals küsse und daran sauge. Du … Ihre restlichen Worte wurden erstickt, als er ihr die Gabel in den Mund schob. Sie kaute und schluckte so schnell sie konnte. Ich habe nur versucht, nett zu sein, erklärte sie, Wiedergutmachung zu leisten. Er hatte die Schuld auf sich genommen, aber Charlotte wusste, dass es nicht sein Fehler gewesen war. Sie hatte ihn verletzt. Nicht absichtlich zwar, trotzdem hatte sie es getan. Und dieses Wissen nagte an ihr. Wenn du wirklich Wiedergutmachung leisten willst, Charlotte, dann zieh dich einfach aus. Seine Augen funkelten durchtrieben. Ich hätte auch nichts gegen ein paar orale Freuden einzuwenden. Andernfalls sei einfach du selbst. Ihre Wangen wurden feuerrot. Sie zog den Kopf ein und presste die Schenkel zusammen, um der Wirkung der Bilder, die plötzlich vor ihrem geistigen Auge erschienen, zu widerstehen. Mit ihnen einher ging die leise Mahnung, dass Gabriel ein Mann war, dem das Körperliche wichtig war. Sie könnte das zwischen ihnen auf eine Weise wieder ins Lot bringen, die er nicht nur akzeptieren, sondern sogar genießen würde. Genau wie ich selbst, dachte sie und biss sich auf die Unterlippe. Sie musste nur den Mut aufbringen, es zu versuchen. Gabriel tippte ihren Fuß unter dem Tisch mit seinem an. Ich sehe da eine extrem schuldbewusste Miene. Was genau geht dir gerade durch den Kopf? Nichts. Charlotte tat so, als würde sie sich ganz auf ihr Essen konzentrieren. Charlotte. Seine Stimme war ein schmeichelndes Schnurren, das alle möglichen Stellen von ihr erreichte, die es nicht erreichen sollte. Sag es mir. Ist dein … Sie kaute den Bissen, den er ihr in den Mund geschoben hatte. Dabei guckte sie ihn böse an. Hör damit auf. Du hast kaum etwas gegessen. So sehr warst du darauf bedacht, nett zu mir zu sein. Gabriel lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. Ich weiß, wie viel Nettigkeit normal für dich ist, darum mach mir nichts vor. Mit schmalen Augen gab sie mehr von dem Reis und dem Wockgericht auf ihren Teller. Nicht wegen seiner Worte, sondern weil sie auf einmal Hunger verspürte, nachdem der Knoten in ihrem Magen aufgrund der sündigen Gedanken, die in ihrem Kopf kreisten, durch Schmetterlinge ersetzt worden war. Gabriel sagte nichts mehr, bis sie fertig war. Dann ließen sie sich das Dessert aus Trauben und Beeren schmecken. Warum bist du rot geworden? Er strich mit dem Zeigefinger über ihre Wange. Charlotte errötete augenblicklich wieder. Jetzt muss ich es wirklich wissen. Sein Hemd spannte sich über seine Schultern, als er einen Arm über seine Stuhllehne legte und sich zu Charlotte, die links von ihm saß, herumdrehte. Was hat bei meiner Miss Baird diesen rosa-roten Schimmer ausgelöst, bei dem ich unweigerlich an ihre Brustwarzen denken muss, erst recht, wenn sie dieselbe Farbe haben? Besagte Brustwarzen kribbelten, als würde er sie mit den Fingern und nicht nur mit seinen Worten stimulieren. Mit glühenden Wangen stand Charlotte auf, um den Tisch abzuräumen, aber er hielt sie davon ab, indem er die Hand auf die Lehne ihres Stuhls legte. Es machte ihr keine Angst. Nicht während er dieses hungrige T-Rex-Lächeln zur Schau trug. Sie beschloss, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Willst du es wirklich wissen? Selbstverständlich. Mach mich hinterher nicht für deinen Frust verantwortlich. Ich bin sicher, ich kann es verkraften, Miss Baird. Charlotte nahm bewusst die Unterlippe zwischen die Zähne. Sein Blick blitt unwillkürlich zu ihrem Mund, woraufhin ihre Brüste noch stärker spannten und ihre Nippel steinhart wurden. Es war ein wundervoller Nervenkitzel, auf diese provokative Weise mit Gabriel zu flirten. Nun ja, flüsterte sie und lehnte sich zu ihm. Ich habe mir vorgestellt, was du tun würdest, wenn ich, wenn du was. Er verstärkte den Griff seiner Hand um ihre Lehne, und die gebräunte Haut, die unter seinem geöffneten Hemdkragen hervorblitzte, verlockte zu Küssen und Zärtlichkeiten. Wenn ich dir das Essen nur mit einer Schürze und sonst nichts servieren würde, sprudelte es aus ihr heraus. Gabriel atmete schwer. Sie sind eine schlimme, schlimme Frau, Miss Baird. Bevor ich dich kennengelernt habe, war ich das nicht. Sie trat auf der Seite, die er nicht mit dem Arm blockierte, von ihrem Stuhl weg und räumte den Tisch ab. Willst du mir nicht helfen? fragte sie zuckersüß. Sobald ich wieder laufen kann, werden wir uns über deinen neuen Übermut unterhalten. Er zog sie auf seinen Schoß und die harte Beule in seiner Hose drückte gegen ihr Gesäß. Bekomme ich dich als eigentliches Dessert? Charlotte fuhr mit den Fingern über ihre Oberschenkel. Er vergrub die Nase an ihrem Hals, wobei sein kratziges Kinn über ihr Schlüsselbein rieb und ihr einen lustvollen Schauer verursachte. Bedränge ich dich zu sehr? Nein. Gabriel war, wie er war, und sie mochte ihn so. Ich, ich möchte es. Nun hatte sie es ausgesprochen, wenn auch nicht unbedingt verständlich. Er wurde vollkommen regungslos. Was? Sex haben. Mit dir. Ihre Atmung ging so flach, dass sie hyperventilieren würde, wenn sie nicht aufpasste. Darum sah sie ihn nicht an, sondern die Wand hinter ihm. Ich will keine Angst haben und etwas versäumen und mich verstecken. Ich möchte das Narbengewebe mit einem einzigen sauberen Schnitt durchtrennen. Indem du Sex mit mir hast? Ja. Sie biss sich wieder auf die Lippe. Dieses Mal aus Nervosität, dann zwang sie sich ihn anzuschauen. Bist du verärgert? Ihr Angebot war nicht gerade romantisch gewesen. Wieso sollte mich die Vorstellung, deine enge, feuchte Hitze zu spüren, verärgern? Die Frage klang wie ein raues Schnurren. Aber bist du wirklich bereit dafür, Charlotte? Ich möchte dich nicht abschrecken, nur weil wir es überstürzt haben. Molly sagt, unser Vorspiel dauere nun schon Monate an. Molly ist eine kluge Frau. Ich strich wieder mit den Lippen über ihren Hals, und sie fühlte das sanfte Kratzen seiner Bartstoppeln an ihrer Haut bis in ihre Brüste. Wie wäre es mit hier? Hass, quiekte sie. Sex auf einem Küchenstuhl erscheint mir nach deinem Knaller mit der Schürze nur angemessen. Charlotte hatte ihren ganzen Mut zusammengenommen, um mit ihm ins Schlafzimmer zu gehen. Und er wollte es gleich hier tun? Unter dem grellen Licht der Küchenlampe? Ich weiß nicht, ob das besonders bequem wäre. Ihr fiel nichts anderes ein. So durcheinander war sie. Charlotte gesteht ihre Missetaten. Sie war anbetungswürdig. Sexy und anbetungswürdig. Und sie gehörte ihm. Gabriel zog es bei weitem vor, sie vor Verlegenheit erröten, als vor Angst erstarren zu sehen. Er hatte angenommen, dass sie nervös und ängstlich werden würde, sobald sie das Schlafzimmer betraten. Aber sein Vorschlag hatte sie dermaßen aus der Fassung gebracht, dass sie nicht mehr daran dachte, sich zu fürchten. Es gibt nur ein Problem, sagte er, während er die Hand unter ihr Kleid schob und sie auf ihren seidenweichen Schenkel legte. Eines? Ihr Griff um seinen Nacken verstärkte sich. Du willst mit mir Sex auf einem Küchenstuhl haben und behauptest, es gäbe nur ein Problem? Ich spreche von Kondomen. Er rieb mit dem Daumen über die Innenseite ihres Schenkels. Ich nehme nicht an, dass du welche besorgt hast. Ihre Verlegenheit wich einem Ausdruck der Bekümmerung. Nein. Ihre offenkundige Enttäuschung steigerte seine Erregung ins Unermessliche. Sie zuckte leicht zusammen, als er sie in den Schenkel kniff und sagte, dann ist es ja gut, dass ich ein Pfadfinder bin. Charlotte veränderte ihre Position auf seinem Schoß, sodass sie ihm frontal zugewandt war. Doch entdeckte er in ihrer Mine keine Erleichterung, sondern Missmut. Ach ja, dann trägst du also immer Kondome mit dir herum? Die kleinen vertikalen Falten zwischen ihren Augenbrauen vertieften sich. Wegen all dieser Frauen, denen ich in deinem Auftrag Blumen schicken musste? Gabriel musste sich seine Antwort nicht erst überlegen. Ich habe seit unserer ersten Begegnung mit keiner mehr geschlafen. Ihre Augen weiteten sich und sie schluckte sichtlich. Anfangs kamst du mir vor wie eine Maus, fuhr er fort. Und eigentlich mag ich keine Mäuse, aber dich mochte ich, weil ich die wilde Tigerin darunter sehen konnte. Er knabberte an ihrem Kinn. Als der Stress in der Arbeit endlich so weit nachließ, dass ich überhaupt an Frauen denken konnte, war die Maus durch die Tigerin ersetzt worden und ich erkannte, dass ich dich wollte und keine andere. Ihre Mine verfinsterte sich abermals. Wieso musste ich dann für dich Verabredungen zum Abendessen arrangieren? Sie knuffte ihn in die Schulter. Und Rosen verschicken. Er biss sie wieder sanft ins Kinn, was ihm einen weiteren Stups eintrug. Ich wollte sie eifersüchtig machen, Miss Baird. Aber du hast ohne mit der Wimper zu zucken in Restaurants und Blumengeschäften für mich angerufen und mir damit jedes Mal einen Stich ins Herz versetzt. In ihrem finsteren Blick flackerte leichte Verunsicherung auf, während sie mit den Handflächen über seine Schultern rieb. Habe ich damit wirklich deine Gefühle verletzt? Gabriel hatte sie geneckt, um die Stimmung zu lockern, doch auf ihre ernsthafte Frage hin antwortete er, ja. Es hatte ihn geschmerzt, als sie zumindest anfangs nicht einmal einen Anflug von Eifersucht gezeigt hatte. Ich habe dich so begehrt, dass ich an nichts anderes denken konnte. Aber dir war es egal. Charlottes Blick wurde sanft und eindringlich zugleich. Es war mir nicht egal. Sie senkte die Wimpern, um den Ausdruck in ihren Augen zu verbergen. Darum habe ich immer die Restposten an Roten Rosen geordert, gestand sie mit einem verstohlenen Blick zu ihm. Damit deine Damen dich für einen Geizhals halten würden. Wärme durchströmte ihn. Ist das auch der Grund, warum wir ausnahmslos in Lokalen mit miserabler Küche gelandet sind? Er hatte schon geglaubt, dass die Restaurants der Stadt qualitativ immer schlechter würden. Charlotte schaute beschämt rein. Aber es mischte sich ein Anflug von Schalk darunter. Ich habe mir die Nächte um die Ohren geschlagen, um Restaurantbewertungen zu lesen, damit ich wusste, wo es Beschwerden gab und dir dort einen Tisch reservieren konnte. Ich habe sogar verfolgt, an welchen Tagen die Kritiken am miesesten waren, weil an ihnen der schlechte Kochdienst hatte. Gabriels Schultern bebten vor Lachen, das auf jede Zelle seines Körpers übergriff. Es ist verdammt sexy, wie dein Verstand arbeitet. Einen Arm um die Taille gelegt. Die andere Hand weiter auf ihrem Schenkel, verschloss er ihren Mund mit einem sengenden, gierigen Kuss. Er wusste, dass sie damit umgehen konnte. Sie hatte ihm schon im Büro gezeigt, wie sehr es ihr gefiel. Ein Stöhnen stieg in ihrer Kehle hoch, als sie ihm die Arme um den Hals schlang und sich dem Kuss hingab. Er seufzte und stimmte sich darauf ein, mit ihr zu verschmelzen. Es war kein Witz gewesen. Er hatte tatsächlich Kondome in seinem Aktenkoffer, und das schon seit einer ganzen Weile. Genau wie bei dem Armband mochte der zielorientierte Teil von ihm diese Symbolik seines Werbens um Charlotte, obwohl ihn der Anblick der Kondompackung jedes Mal halb verrückt gemacht hatte. Als er die Hand von ihrem Schenkel nahm, protestierte sie leise, was sein Schwanz erfreut registrierte. »Keine Sorge, Miss Bird«, sagte er. Es törnte ihn überallermaßen an, wie empfänglich sie war, sobald sie ihre Schüchternheit überwand. »Ich will nur, dass du dich rittlängs auf mich setzt.« Ein tiefes Pink färbte ihre Wangen. »Du willst es wirklich hier tun?«, wisperte sie. »Ja, ich will es wirklich hier tun«, bestätigte er, bevor er ihr die beschlagene Brille abnahm und sie leicht erreichbar auf den Tisch legte. In Anbetracht dessen, was sie in diesem Raum durchlitten hatte, war es ein Risiko. Aber wenn es ihm gelänge, dass sie sich auf den Sex konzentrierte, könnte sie vielleicht eine sinnliche, lebendige Erinnerung erschaffen, welche jene an den Horror vertrieb, der es ihr, trotz aller Entschlossenheit, noch immer schwer machte, sich an ihrer Küche zu erfreuen. »Zieh außerdem dein Höschen aus.« Ihr stockte der Atem. Aber er kannte seine Charlotte. Sie war stärker, als sie sich selbst zutraute. Mit glänzenden Augen stand sie auf und tat wie geheißen. Der Slip bestand aus schwarzer Spitze, und an ihrem schüchternen Lächeln erkannte er, dass sie ihn extra für ihn angezogen hatte. »Jetzt komm wieder her.« Er war dermaßen erregt, dass er kaum denken konnte. Sekunden später spürte er ihr süßes, sexy Gewicht, als sie sich rittlings auf ihn setzte. Erschauern streichelte er mit den Händen über ihre Schenkel und schob ihr dabei das Kleid hoch. »Lehn dich mit dem Rücken gegen den Tisch.« Es war gerade genügend Platz, damit ihr Körper leicht angewinkelt sein würde. Charlotte gehorchte. »Warum gefällt mir das?« Gabriel registrierte den ernsthaften Ton, indem sie die Frage murmelte und sah ihr in die Augen. »Was denn?« »In dieser Situation zu tun, was du sagst.« Sie öffnete zwei seiner Hemdknöpfe und ließ die Hand hineingleiten. »Sonst lasse ich mich nicht von ihr herumkommandieren.« Er schwelgte in dem Gefühl, von ihr erforscht zu werden, und machte sich weiter, in ihrem Kleid zu schaffen, bis es sich um ihre Taille bauschte und sie seinem hungrigen Blick preisgegeben war. Sie gab ein leises Wimmern von sich, versuchte jedoch nicht, sich zu bedecken. »Weil es uns eben gefällt, was wir wollen«, entgegnete er heiser, während ihm bei ihrem Anblick das Wasser im Mund zusammenlief. Die feinen, goldenen Löckchen zwischen ihren Schenkeln verbargen so gut wie nichts. Nachdem er ihre Brille beiseite gewischt hatte, umfasste er Charlottes Taille und hob sie auf den Tisch. Ihr entrang sich ein Keuchen. »Gabriel«, er drückte einen Kuss auf ihren Schenkel. »Öffne diese kleinen Knöpfe am Oberteil deines Kleides. Zeig mir deine Brüste.« Sie hob die Hand an die Knöpfe, als die fiebrige Aufregung in ihrem Gesicht plötzlich purer Nervosität wich. »Nein?« Er würde niemals etwas verlangen, dass sie nicht zu geben bereit war. »Ich habe Nerven«, flüsterte sie. »Auf meinen Brüsten.« Zorn kochte in ihm hoch bei der Erinnerung an diesen Dreckskerl, der sie misshandelt hatte. Aber er würde Richard nicht noch einmal in diesen Raum lassen, geschweige denn ihm erlauben, sich in sein Liebesspiel mit Charlotte zu drängen. »Ich habe eine gezackte Narbe auf meiner Schulter, die von einem Schlüsselbeinbruch herrührt, bei dem der Knochen durch die Haut gedrungen ist, und noch ein paar andere, die ich mir auf dem Spielfeld zugezogen habe,« sagte er. »Einmal hat mich ein Gegenspieler derart hart in die Rippen getreten, dass sich mehrere Hautschichten gelöst haben. Und ich habe aus mehr als nur einer Schnittwunde geblutet. »Dieser Spieler, der dir das Schlüsselbein gebrochen hat, hätte Spielverbot erhalten müssen,« meinte sie empört. »Ich verstehe nicht, wie er mit einer Sperre davon kommen konnte.« Lächelnd legte er wieder die Lippen an die Innernseite ihres Schenkels und spürte, wie er der Atem stockte. »Ich küsse deine Narben und du küsst meine. Abgemacht?« »Abgemacht«, flüsterte sie und begann die winzigen verführerischen Knöpfe aus ihren Löchern zu nesteln. Gabriels Finger spannten sich um ihre Schenkel, als er zusah, wie sie einen entzückenden Zentimeter nach dem anderen freilegte. »Oh ja, Baby«, murmelte er, als sie schwarzer Spitzen-BH sichtbar wurde, dessen gewählter Rand einen erotischen Kontrast zu ihrer hellen Haut bildete. Die Narben waren weiß und leicht erhaben, und sie verrieten ihm, dass Charlotte eine Kämpfernatur war. Er würde nur sie darin sehen, gelobte er sich, und niemals den Psychopathen, dem sie sie verdankte. Und was er sah, war eine Frau, die in ihm den Wunsch weckte, über sie herzufallen. Charlottes Finger zitterten. »Wenn du mich auf diese Weise ansiehst,« sagte sie, »möchte ich alles tun, worum du mich bittest.« »Gut.« Er küsste ihren anderen Schenkel. »Ich habe nämlich alle möglichen Ideen, mit dir in Ausschweifungen zu schwelgen.« Ein Beben durchlief sie. »Ich liebe die Dinge, die du sagst.« Der letzte Knopf sprang auf, und sie fasste nach oben, um sich erst den einen, dann den anderen breiten Träger ihres Kleides von ihren wohlgerundeten Schultern zu streifen. Der warme, würzige Duft ihrer Erregung fachte sein Verlangen weiter an, aber Gabriel beherrschte es mit aller Macht. Es war einfach zu schön, Charlotte so vertrauensvoll zu erleben und zu beobachten, wie sie die Arme senkte und die Träger von ihren Handgelenken fallen ließ, sodass ihre prallen Brüste nur noch von dem hübschen, schwarzen Spitzen-BH verborgen wurden, den sie eigens für ihn angezogen hatte. »Soll ich?« Sie fasste an die Riemen. Er zog sie näher. »Beug dich zu mir.« Sie legte die Hände auf seine Schultern, und er hätte am liebsten ihren Nacken umfasst, um sie in Position zu halten, doch damit hatte er beim letzten Mal eine Panikattacke ausgelöst. Darum begnügte er sich damit, dass sie sich auf diese Weise an ihm festhielt, während sie in einem Kuss voller eindeutiger Besitzgier versanken. Er leckte mit der Zunge über die Lippen, bevor er sich küssend einen Weg zu ihrem köstlich empfindsamen Hals bahnte. »Ich bekomme nicht genug von deinem Geschmack,« murmelte er, als sie aufstöhnte. Anstatt ihr den BH auszuziehen, fuhr er mit den Lippen durch die zarte Spitze und die noch zartere Haut, bevor er ihre aufgerichtete pinkfarbene Brustwarze in den Mund saugte. Ihr entrang sich ein Lustschrei, und sie krallte sich in seinem Haar fest. Er schloss die Zähne um einen Nippel und zog nicht gerade sanft daran. Sie stöhnte, aber es war keine Beschwerde. Als sie sich an ihn drängte und er mit bebenden Nasenflügeln wieder ihren Duft auffing, war er nahe daran, die Kontrolle zu verlieren. Dann ließ er von ihrer Brust ab und legte die Hand auf ihren Bauch, um sie sachte nach hinten auf ihren Rücken zu drücken. Aber obwohl sie es zuließ und die Arme von seinem Hals nahm, spürte er anhand ihrer angespannten Muskeln ihren Widerstand. Er nahm die Hand weg. Sollte sie sich ruhig aufstützen, wenn ihr das ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle gab. Während er wieder ihr Kleid hochschub, hielt er ihre Schenkel mit seinem Körper weiterhin gespreizt. Meine bezaubernde Charlotte. Er strich mit einem Finger durch ihre Schamlippen, und sein Glied zuckte in seiner Hose, als er feststellte, wie feucht sie war. Ihr lustvolles Stöhnen zerstreute auch den letzten Zweifel daran, dass sie diese Sache genoss. Halten Sie das Kleid fest, Miss Bird. Sie gehorchte, woraufhin seine Hand zu der nackten Haut an ihrem unteren Rücken glitt, und er sich einen ihrer Schenkel über die Schulter legte. Dann lehnte er sich nach unten, um die hinreißende Frau in seinen Armen zu kosten. Gott, sie schmeckte wundervoll. Ihr entrang sich ein leiser, schockierter Laut, aber sie schob ihn nicht weg. Sie wühlte die Finger in sein Haar, während ihr Körper jede leckende, saugende Liebkosung mit honigsüßer Schlüpfrigkeit belohnte. Als er sie sanft seine Zähne spüren ließ, ballte sie erschauernd die Hand in seinem Haar zur Faust. Ja, Charlotte würde mit ihm zurechtkommen. Er linderte den sinnlichen Schmerz mit der Zunge, während er mit einer Hand über ihren seitigen Schenkelstrich. Ich werde jetzt meine Finger benutzen. Er blickte auf und sah, wie sie benommen nickte. Ich bin ein großer Kerl. Sein Daumen lag auf ihrer Klitoris, während er die raue Kuppe seines Zeigefingers um ihre Schamlippen kreisen ließ. Ihre Lippen teilten sich, und wieder entschlüpfte er ein leiser, verstohlener Schrei, der ihm direkt in den Schwanz fuhr. Sein Finger glitzerte ein wenig in sie hinein. Ich muss … Er rieb ihre Klitoris. Sicherstellen. Ein sanftes Schnippen mit dem Daumen, und sie erbebte, dass du mich aufnehmen kannst. Nun trieb er den Finger ganz in sie hinein. Sie bäumte sich auf, wodurch sich ihre Brüste ihm verführerisch entgegenreckten. Gabriel, raunte sie heiser und atemlos, das ist … ein sehr dicker Finger. Lächelnd hauchte er einen Kuss auf ihren Nabel. Und ein Geschick da noch dazu. Er wandte sich wieder ihrer Vagina zu, und sie nutzte seine Finger und seine Zunge so gekonnt, dass sie sich ihm zuckend entgegendrängte und keuchend um Erlösung flehte. Am liebsten hätte er sie knurrend wie eine wilde Bestie genommen, in sie hineingestoßen, bis sie ihren eigenen Namen vergaß. Stattdessen hob er den Kopf, nahm ihre Hände und legte sie auf seine Schultern. Dann legte er ihren zitternden Schenkel behutsam ab. Ihre Lippen geöffnet und vom Küssen geschwollen, die Pupillen geweitet in ihrer haselnussbraunen Iris, beobachtete Charlotte, wie er erst seinen Gürtel dann den Reißverschluss öffnete. »Nimm die Kondome heraus«, sagte er, um sich hundertprozentig zu vergewissern, dass sie ihre Meinung nicht geändert hatte, sondern dasselbe wollte wie er. Die Ader an ihrem Hals pochte heftig. Trotzdem griff sie nach seinem Aktenkoffer, der auf einem anderen Stuhl stand. Dabei glitt ihr der Behaarträger von ihrem Arm. Er liebte es, wie derangiert sie schon jetzt aussah, ganz zerzaust und erhitzt, mit roten Malen von seinen Bartstoppeln an den Innenseiten ihrer Schenkel. Während sie den Aktenkoffer öffnete, befreite er seinen Phallus. »Wo sind sie?« fragte sie atemlos. »In der linken Innentasche.« Er spreizte ihre Beine weiter. Dann sorgte er an der empfindsamen Haut neben ihrem Knie und strich wieder mit dem Finger durch ihre schlüpfrige, feuchte, geschwollene Scham. Charlotte war so verflucht schön, und sie gehörte ihm. Ihre Nägel gruben sich in seine Schultern. »Gabriel«, keuchte sie. »Die Kondome!« Er biss leicht in ihren straffen Schenkel, dann leckte er über die Stelle, bevor er aufsah und entdeckte, dass sie die Packung in der Hand hielt. Er nahm sie ihr ab. Dann schob er ihre Finger zwischen ihre Schenkel. »Halte dich feucht für mich.« Sie quittierte das mit einem erstickten Lachen. »Ich glaube nicht, dass ich noch bereiter sein könnte, als ich es bin.« »Nicht bereit, Miss Bird.« Er riss die Schachtel derart ungestüm auf, dass sich die flachen Päckchen auf dem ganzen Küchenboden verteilten, sondern köstlich, feucht und schlüpfrig wie süßer Honig. »Sag es!« »Ich bin...« Sie leckte sich über die Lippen. Da war es um ihn geschehen. Er hatte ihr Zögern genutzt, um sich das Präservativ überzustreifen, und zog sie jetzt wieder nach vorn, wobei er sie über seinem Schoß hielt. Auf keinen Fall würde er einfach in sie hineinstoßen, wie er es sich ausgemalt hatte. Dafür war später noch Zeit, wenn Charlotte so weit war, um mit der raueren Seite seiner Sexualität umgehen zu können. Jetzt würde er ihr erst einmal beweisen, dass seine Berührungen Wonne bedeuteten. Ganz egal, wie sanft oder wie rau er sich zeigte, er würde ihr ausnahmslos Lust bereiten und niemals Schmerz. »Leg die Arme um meinen Hals«, wies er sie an. So wie sie es getan und die Finger an seinem Haar vergraben hatte, umfasste er ihr Gesäß und rieb die stumpfe Spitze seiner Erektion an ihren Schamlippen. »Bestimme selbst, wie viel du von mir aufnehmen willst«, presste er durch zusammengebissene Zähne hervor, nur noch von dem Wunsch beseht, in sie einzudringen. »Gabriel, kann ich bitte einen Kuss haben?« Er registrierte die Verletzlichkeit in ihrer Stimme und hob sofort das Gesicht zu ihrem, sodass sich ihre Lippen zu einem sündigen, heißen Charlotte-Kuss vereinigten. Er gab ihr, was sie brauchte, während seine Hände liebkosend über ihre sinnlichen Kurven fuhren. Charlotte mochte zierlich sein, doch ihre Proportionen waren feminine Perfektion. »Besser?«, fragte er, als sie den Kuss unterbrach. Die eine Hand an seinem Hals, die andere noch immer in seinem Haar. »Ja«, sagte sie leise, und ihr Atem mischte sich mit seinem. Dann sah sie ihm tief in die Augen und senkte sich langsam auf ihn herab. Ihr stockte der Atem, während sich ihm ein Keuchen entrang. Als sie mehr sagte, wäre es fast um seine Beherrschung geschehen gewesen. Während er deshalb in Gedanken-Rugby-Statistiken durchging, sagte er, »Bitte mich, dich zu ficken, Charlotte.« Sie schnappte nach Luft. »Das kann ich nicht.« »Doch, du kannst es«, ermutigte er sie. »Ich weiß, dass du schmutzige Wörter kennst. Alle braven Mädchen tun das.« Sie schloss flatternd die Lieder, während sie noch ein Stück mehr von ihm aufnahm. »Ich weiß nicht, wie man so etwas beim Sex sagt.« Ihr scheues Eingeständnis machte kurzen Prozess mit den Statistiken in seinem Kopf. »Übe es mit mir.« Er hob sie an und glitt aus ihr heraus, dann neckte er sie mit seinem gierigen Schwanz. »Sag, fick mich, Gabriel.« Der Gedanke daran, diese Worte von ihren Lippen zu hören, raubte ihm den Rest seiner Selbstdisziplin. Das Einzige, was ihn davon abhielt, sich gehen zu lassen, war sein Bedürfnis, Charlotte zu beschützen, denn es war noch stärker als seine Lust. Stärker als alles. Ohne Vorwarnung ließ Charlotte sich nach unten sinken und nahm mehrere Zentimeter von ihm auf, ehe er sie stoppen konnte. Der Druck war so groß, dass sie keuchte und seine Wirbelsäule ganz starr wurde, so sehr versenkte sie ihn mit ihrer Hitze. Eine ungezogene Miss Barrett. Das Hemd klebte an seinem schweißnassen Rücken. Drei Worte und du bekommst alles, was du willst. Er hob sie wieder hoch und ihr entschlüpfte ein frustrierter Schrei. Dann ließ er sie behutsam nochmals herab, bevor er die Aktion auf halbem Wege wiederholte. Es war eine selbst auferlegte, sinnliche Folter. Du bist so zart, Charlotte. Es machte ihn unglaublich scharf, wie leicht er sie handhaben und in die gewünschte Position bringen konnte. »Tue ich dir weh?«, fragte er, »weil es nur dann Spaß machte, wenn sie es so sehr genoß wie er.« »Nein«, wisperte sie und presste ihre samtige Wange an seine Kratzige. »Fick mich, Gabriel. Großer Gott.« Der gehauchte Befehl hatte eine derart verheerende Wirkung auf ihn, dass er die Zähne zusammenbeißen musste, um ihr weiterhin die Kontrolle zu überlassen. »So langsam oder so schnell, wie du es möchtest.« Gabriel bezweifelte nicht, dass sie ihn bewältigen konnte, aber er musste sanft vorgehen, bis sie sich an seine Größe gewöhnt hatte. Darum wäre es bestimmt einfacher für sie, wenn er ihr dieses Mal die Zügel überließ. Aber Charlotte erstarrte geradezu auf ihn, als er das sagte. Da seine sexy Miss Baird offenbar noch nicht genügend Selbstvertrauen hatte, um das Angebot anzunehmen, legte er sofort wieder die Hände an ihre Hüften. Andererseits, er saugte so fest an der Haut über ihrem Puls, dass ein Mal zurückblieb und sie stöhnte, »Bin ich gern der Boss?« Er küsste sie wieder, bis sie wieder weich und nachgiebig wurde. »Aber sag es mir, falls es wehtut, verstanden?« Sie nickte und ihr Körper erbebte. Er legte eine Hand unter ihren Schenkel, um sie stärker zu stützen, während er mit dem Daumen und Zeigefinger der anderen ihre Klitoris umschloss. Mit einem leisen Aufschrei ließ sie sich tiefer sinken. Seine Erektion pochte, sein ganzer Körper schien innerlich zu verbrennen, aber er würde es auf keinen Fall vermasseln. Sein Daumen kreiste um ihre schlüpfrige Knospe, während Gabriel Charlotte das Tempo bestimmen ließ. Die letzten Zentimeter brachten sie zum Erschauern, und ihr Fleisch spannte sich so eng um sein Glied, dass sie, als er sie dort berührte, mit einem Lustschrei in solch heftigen Zuckungen kam, dass er das Gefühl hatte, leer gesorgt zu werden. Er wusste nicht, wie er durchhielt, bis ihre erotischen Nachbeben sich so weit abgeschwächt hatten, dass er Charlotte von seinem Schoß heben und wieder herabsinken lassen konnte, während er in sie hineinstieß. Es war härter, als er beabsichtigt hatte, aber sie klammerte sich einfach an ihm fest, während ihr heißer Atem über sein Ohr strich. »Gabriel, bitte, Gabriel!« »Ich habe dich!« Er hob sie wieder an, stieß tiefer und fester in ihren Körper. »Ich habe dich!« Ein letzter Stoß, bevor sich seine Hoden zusammenzogen und seine Muskeln sich zu einem Orgasmus verkrampften, der ihn härter erwischte als der brutalste Tackle, den er je auf dem Rugby-Feld hatte einstecken müssen. Verbal Erotik mit einem T-Rex Charlotte hatte keine Ahnung, wie sie auf dem Sofa gelandet war, an Gabriels nackte Brust gekuschelt, das Mieder ihres Kleides größtenteils zugeknöpft, aber es fühlte sich so gut und behaglich und wundervoll an, dass sie es einfach nur genoss. Mit schweren Lidern hauchte sie einen Kuss auf seine leicht behaarte Brust und fuhr mit der Hand darüber, dann zeichnete sie mit dem Finger die kunstvollen Linien der Tätowierung auf seinem Brustmuskel nach. »Sie ist wunderschön. Ich glaube, das Wort, nach dem du suchst, ist männlich.« Ein grollender Laut unter ihr, Gabriels Hand auf ihrem nackten Po. Lächelnd küsste sie ihn wieder. Dabei schmeckte sie das Salz auf seiner Haut. »Hat es funktioniert?« Sie schmiegte sich an ihn und strich mit dem Fuß über sein Bein, das halb über das Ende des Sofas hinausging. Dann runzelte sie die Stirn, als sie Stoff ertastete. »Du hast deine Hose nicht ausgezogen.« Es kam mir irgendwie unanständig vor, dass er sie gefügelt hatte, ohne die Hose auszuziehen. »Wenn ich das tue, bin ich in etwa zehn Sekunden wieder in dir.« Ein Kribbeln überlief sie, und sie rieb die Wange an seiner Brust. Das würde mir nichts ausmachen. Er hatte sich so gut angefühlt, als er in ihr war, so hart und mächtig und heiß. Aber noch besser hatte es sich angefühlt, ihn um sich zu haben. Groß, warm und beschützend. Gabriel, dessen Entzücken über ihren Körper keinen Deut nachgelassen hatte, tätschelte ihren Po. Also hat es funktioniert. Dieses Mal verstand sie. »Ja. Das Nardengewebe war sauber durchtrennt worden. Ich bin unglaublich gern mit ihr zusammen.« Aus seiner Brust drang ein dunkler Ton und er strich ihr die Haare aus dem Gesicht. Charlotte bemerkte erst jetzt, dass sie sich aus dem Knoten gelöst hatten. Aber das war in Ordnung. Sogar wunderbar. Bis Gabriel die Hand in ihren Locken zur Faust ballte und ihren Kopf nach hinten zog. Blankes Entsetzen befiel sie. Sie bekam kaum noch Luft, vor ihren Augen tanzten schwarze Punkte. Sie versetzte ihm einen Stoß und wäre von der Couch gefallen, hätte Gabriel ihr nicht den Arm um die Taille gelegt. »Charlotte!« Sie wehrte sich noch heftiger, und dieses Mal gelang es ihr, sich zu befreien, um hart auf ihrem Steißbein zu landen. Der unerwartete Schmerz setzte der Panik ein Ende, und sie starrte zu Gabriel hoch, der sich auf dem Sofa aufsetzte und ihr die Hand hinstreckte. »Hast du dir wehgetan?« Charlotte schüttelte hastig den Kopf. Sie hatte es kaputt gemacht. Es war wunderschön gewesen, und sie hatte es ruiniert. Beschämt und traurig und wütend rappelte sie sich auf die Knie und stand auf. »Du solltest besser gehen.« Sie konnte ihm nicht in die Augen sehen. Sie wollte sich zusammenrollen und sich vor- und zurückwiegen, bis der Schmerz nachließ. Er nahm ihre Hand und zog daran. »Kommen Sie her, Miss Bert.« »Nein, ich muss allein sein.« Die Stimme versagte ihr. Gabriel verstärkte den Griff seiner Finger. »Komm her. Es sind nur ein paar Schritte.« Sie merkte erst, dass sie sich bewegt hatte, als sie neben seinem Bein stand. Er legte ihr den Arm um die Talia und zog sie auf seinen Schoß. »Jetzt bist du wieder da, wo du hingehörst.« Charlotte sagte auf ihm zusammen. »Ich möchte wieder heil sein,« wisperte sie. »Ich will normal sein. Du sollst dir nicht über jede Berührung Gedanken machen müssen.« Er war während ihres Liebesspiels so behutsam gewesen, seine Muskeln und Sehnen angespannt vor eiserner Selbstdisziplin. Für mich war es ein großartiges Erlebnis. Er lehnte sich wieder im Sofa zurück, die eine Hand auf ihrem Schenkel, die andere an ihrem unteren Rücken. »Hast du mich nicht in dir gespürt?« »Du musstest dich die ganze Zeit konzentrieren.« Sie setzte sich auf und sah ihn an. »Lüg nicht.« »Bei unserem ersten Mal hätte ich mich immer konzentrieren müssen. Sie sind verdammt zierlich, Miss Bert, und ich bin ein großer Mann.« Er legte die Hand auf ihre Wange. »So sehr es mich auch danach verlangt, wie ein Berserker in dich hineinzustoßen. Hätte ich das niemals beim ersten Mal getan, auch nicht beim zweiten. Wir werden uns langsam herantasten.« Charlotte wusste nicht, was sie sagen sollte. Die unverblümten Worte, seine Willensstärke, die Zärtlichkeit, mit der er sie in den Armen hielt, das alles überwältigte sie. »Aber deine Seele ist noch immer tief verletzt, Charlotte«, fuhr er fort, als sie stumm blieb. »Hast du je mit jemandem über das, was dir zugestoßen ist, gesprochen?« Charlotte nickte zittrig. »Ja, gleich danach.« »Und?« Nach etwa sechs Monaten bekam ich ein schlechtes Gewissen, weil ich der Therapeutin die Zeit stahl, ohne dass eine Besserung eintrat. Darum ging ich nicht mehr hin. Sie hatte sich winzig klein gefühlt, bei den Sitzungen mit der intelligenten, elegant gekleideten, selbstsicheren Frau, deren zunehmende Ungeduld Charlotte nicht verborgen geblieben war, auch wenn sie versucht hatte, sie zu kaschieren. Gabriel stieß eine leise Verwünschung aus. Diese Therapeutin war inkompetent, wenn sie dir dieses Gefühl gegeben hat. Charlotte wollte ihm so gern glauben. »Ich weiß nicht, ob ich mit einer fremden Person darüber reden kann,« gestand sie. »Es fiel mir so schwer, es dir zu erzählen. Dabei vertraue ich dir.« Gabriel streichelte sanft ihren Schenkel. »Ich kenne da jemanden,« sagte er, »einen Arzt, mit dem ich nach meinem Unfall gesprochen habe.« »Du hast professionelle Hilfe in Anspruch genommen?« Ihre Augen wurden groß. Dann wurde ihr Blick misstrauisch. »Hat deine Mutter dich dazu genötigt?« »Mein Vater,« räumte er ein. »Es war eine weise Entscheidung. Ich war kein seelisches Wrack, aber ich hätte leicht eins werden können, hätte ich mich zum damaligen Zeitpunkt nicht Dr. Mack anvertraut.« Gabriel zuckte mit den Schultern. Er rief mir in Erinnerung, dass ich noch eine ganze Reihe anderer Talente hatte, als nur mein Können auf dem Spielfeld. Charlotte presste die Hände flach auf seine Brust. »Du hast gelitten.« »Ich hatte kompromissloses Rugby gespielt, seit ich laufen konnte, und plötzlich war alles vorbei.« Als Charlotte sich mit weicher Miene an ihn schmiegte, begriff er, dass sie seine Leidensgeschichte geradezu aufsaugte. Dummerweise schätzte er sie viel zu sehr, um sie auf diese Weise zu manipulieren. »Jedenfalls ist Dr. Mack ein guter Mann.« Sie schürzte die Lippen. »Ich komme nicht gut mit Männern zurecht, das weißt du.« »Mit seinem Bart sieht er aus wie der Weihnachtsmann.« »Warum versuchst du es nicht wenigstens? Wenn du möchtest, begleite ich dich zur ersten Sitzung.« Charlotte rieb sich die Arme, und sofort zog Gabriel sie wieder an seine warme Brust. Er war wirklich ein sensibler Mann, und sie liebte es. Sie kuschelte sich an ihn, war sich der Intimität seiner Umarmung, seiner Hand, die auf ihrem Schenkel lag, überdeutlich bewusst. »Na schön. Ich werde es versuchen.« Sie war sich nicht einmal beim Weihnachtsmann sicher, ob sie ihm ihre Geschichte erzählen könnte. Aber sie hatte den Punkt erreicht, an dem sie bereit war, alles auszuprobieren. »Ich werde ihn morgen anrufen und fragen, wann er einen freien Termin hat.« Gabriels Hand glitt zwischen ihre Beine. Ihr Puls beschleunigte sich, und sie rutschte unruhig auf seinem Schoß umher. Als sie den Kopf neigte, warteten seine Lippen bereits auf ihren Kuss. Sie legte die Hand in seinen Nacken und hieß seine Zunge in ihrem Mund willkommen. Diesmal küsste er sie aggressiver, als er es sonst zu Beginn tat, und Charlotte wurde wieder feucht. Eine Sekunde später lag seine Hand auf ihrem Venushügel, und er fing erstöhnen mit seinen Lippen ein. Charlotte hob instinktiv das Becken und ließ es wieder sinken. Dabei drang er mit zwei Fingern in sie ein. Es geschah so hart und schnell, dass sich ihr ein kehliger Schreien drang. Er biss sie sanft in die Unterlippe. »Kommen Sie wieder her, Miss Baird.« Sie ließ zu, dass er sich abermals ihrer Lippen bemächtigte, und als Gegenleistung tauchten seine Finger immer wieder tief und fordernd in sie ein, während seine Zunge den Rhythmus aufgriff. Charlotte drang um Selbstbeherrschung, aber es war hoffnungslos. Ihre Schenkel verkrampften sich um sein Handgelenk, ihre inneren Muskeln zuckten, als der Orgasmus sich in einer heftigen Welle über ihr brach. Und er hörte nicht auf, weil Gabriel sie weiter stimulierte, indem er den Daumen auf ihre Klitoris presste und die Finger herauszog, bevor er sie wieder in ihre vor Lust geschwollene Engel stieß und dabei an ihrer Zunge saugte. »Hör auf!« keuchte sie schließlich. Ihre Muskeln taten schon weh. »Ich kann nicht mehr!« Gabriel lachte rau, ließ aber sofort von ihr ab, als sie ihn darum bat. Doch seine Hand, die noch feucht von ihr war, blieb zwischen ihren Beinen, beschrieb Kurven auf der Innenseite ihres Oberschenkels, und Charlotte erschauerte erneut. Schwer atmend vergrub sie das Gesicht an seinem Hals und rang nach Worten, aber ihr Kopf war wie leergefegt. »Darf ich deinen Körper benutzen, um mich zum Höhepunkt zu bringen?« fragte er aufreizend an ihrem Ohr. Charlotte keuchte. »War das ein Ja?« Sie nickte. Der große, hinreißende Mann, der ihre Knochen in Pudding verwandelt hatte, zog ihr das Kleid über den Kopf und entledigte sie ihres BHs. Charlotte hatte kaum noch die Kraft, die Arme zu heben, darum half er ihr. Sie war nun zum ersten Mal vollständig nackt und hätte sich eigentlich verletzlich fühlen müssen, aber Gabriels Hände fühlten sich so gut an auf ihrer Haut, dass sie ihn einfach gewähren ließ. Er spreizte ihre Schenkel, sodass sie wieder rittlings auf ihm saß. Dann drückte er sie zärtlich an sich und knabberte an ihrem Hals, während er seine Erektionen aus seiner Hose befreite. »Ich will deine Finger um meinen Schwanz spüren.« Er legte seine Hand auf ihre und schob sie über seine Brust nach unten. Charlotte schloss die Finger um seinen heißen, stahlharten Phallus und erbebte, als er sagte, »Küssen Sie mich, Miss Baird?« Sie tat es, während ein Teil von ihr sich vergegenwärtigte, dass er sie, wäre sie nicht so verkorkst, sondern normal gewesen, aggressiv zu diesem Kuss an sich gezogen hätte. Doch das spielte in diesem Augenblick keine Rolle. Es zählte nur, dass er sie wieder voller ungezügelter Leidenschaft küsste, während er ihre Hand mit seiner anleitete, um ihr zu zeigen, wie sie ihn liebkosen sollte. Sein Verlangen nach ihr gab ihr Kraft, und sie rückte ein Stück von ihm ab, um nach unten zu sehen. Der Anblick ihrer Finger um seine Erektion löste ein zuckendes Beben in ihrem Unterleib aus. Danach war klares Denken nicht mehr möglich. Gabriel wollte an diesem Abend eigentlich nicht nach Hause fahren. Trotzdem zog er sich an und stand auf. Zum einen, weil er keine Kleidung zum Wechseln dabei hatte, zum anderen, weil er wusste, dass Charlotte noch nicht bereit war. Das Letzte, was er wollte, war, dass sie mitten in der Nacht aufwachte und in Panik geriet, weil ein Mann mit ihr im Bett lag. Darum küsste er sie auf der Türschwelle, um sie schläfrig und gesättigt zurückzulassen. Es war mit das Schwerste, das er je getan hatte, besonders als sie sich auf die Zehenspitzen stellte, um ihn noch einmal zu küssen, als er sich zurückziehen wollte. Ich danke dir, Gabriel. Ich bin derjenige, der sich bedanken sollte. In seinem ganzen Leben war er noch nie derart sexuell befriedigt gewesen. Klar, er hatte sich zurückhalten müssen, aber das würde sich bald ändern. Er war sich nicht sicher, ob Charlotte es realisierte. Aber auf der Couch war er ziemlich fordernd gewesen und sie war nicht ein einziges Mal zurückgeschreckt. Sex war nicht die Lösung, was Charlottes Ängste betraf, aber es war ein Anfang. Nach einem letzten Kuss machte er sich auf den Heimweg. Nach einem tiefen, traumlosen Schlaf wachte Charlotte frühmorgens auf und fühlte sich von Kopf bis Fuß pudelwohl. Vor dem Zu-Bett-Gehen hätte sie wohl duschen sollen, aber sie hatte es unterlassen, um Gabriels Duft nicht abzuwaschen. Ein paar Minuten lümmelte sie noch behaglich im Bett, bevor sie aufstand, duschte und sich anzog. Sie erwischte einen früheren Bus, sodass sie lange vor ihrer üblichen Zeit bei Saxon & Archer eintraf. Als sie gerade die Treppe zum Haupteingang hochstieg, entdeckte sie den Mann, den sie gestern zusammen mit Gabriel gesehen hatte. Er versteckte sich hinter einem der Pfeile an der Front des Nebengebäudes und lugte immer wieder verstohlen hervor. Charlotte zögerte nicht, zu ihm zu gehen. »Hallo«, sagte sie in sanftem Ton, sobald sie nahe genug war. »Sie sind Gabriels Vater, nicht wahr? Brian Bishop?« Der Mann, dessen Klamotten an ihm schlotterten, sah sie aus eingesunkenen Augen alarmiert an. »Sagen Sie ihm nicht, dass ich hier bin«, flehte er, »ich wollte ihn nur sehen, bevor ich später ins Krankenhaus gehe.« Charlotte verließ den Gehsteig und gesellte sich zu Brian hinter die Säulen, damit sie sich ungestört unterhalten konnten. »Er ist sehr zornig auf sie«, sagte sie voller Verständnis für Gabriel. »Ich weiß.« Ein Hustenanfall schüttelte seinen Körper, dann holte Brian Bishop etwas aus seiner Tasche. »Könnten Sie ihm das geben?« »Ich fürchte, er würde es von mir nicht annehmen.« Charlotte nahm den zerknitterten Umschlag, von dem sie vermutete, dass er einen Brief enthielt. »Das werde ich.« Gut möglich, dass Gabriel sie anbrüllen würde, weil sie sich einmischte, aber wenn sie eine Beziehung führen wollten, musste sie stark genug sein, um sich gegen ihn aufzulehnen, wenn es nötig war. Und in diesem Fall war es nötig. Gabriel wollte nicht über die Sache reden, trotzdem wusste Charlotte, dass das, was er tat, nicht gesund war und einen Weg finden musste, den Zorn, der in ihm brodelte, in den Griff zu bekommen. »Sie sollten für den Moment lieber von hier verschwinden«, sagte sie und berührte Brians Arm, um ihren Worten die Schärfe zu nehmen. »Ich sorge dafür, dass Gabriel den Umschlag bekommt.« Brian schluckte. Dann nickte er. »Warten Sie«, sagte sie, als er sich abwenden wollte. »Wann ist Ihr Termin?« »Um zehn im Hauptkrankenhaus.« Von einem heftigen Zittern erfasst, legte er die Hand auf die Brust. »Ich habe Krebs.« Obwohl Charlotte sich schon so etwas gedacht hatte, flammte die Erinnerung schmerzhaft in ihr auf, als er die Krankheit nannte, die ihr ihre Mutter genommen hatte. »Haben Sie jemanden, der Sie nach der Behandlung heimfährt?« Er lächelte betrübt. »Ja, ein ehrenamtlicher Helfer, der Wohlfahrt holt mich ab.« »Es ist das, was ich verdiene.« Nachdem er gegangen war, steckte Charlotte den Umschlag ein und fuhr nach oben. Als Gabriel von seinem Morgenlauf zurückkam, sagte er »Ich mag sie in gelb, Miss Barrett« und stahl ihr einen Kuss. Sie wartete, bis er geduscht hatte und in seinem Büro war, bevor sie ihm den Brief brachte. Dann schloss sie die Tür auf und seufzte sehnsüchtig, als er aufsah und sie mit einem hinreißend sexy Lächeln bedachte. »Keine Bürospielereien«, sagte er und machte sich daran, seinen kobalkblau gestreiften Schlips zu binden, den er sich locker um den Hals geschlungen hatte. Allerdings ist diese Regel meinerseits durchaus verhandelbar. Ihr Magen flatterte. Dann zog er sich nervös zusammen. »Ich muss über etwas mit dir sprechen.« Eine Falte erschien zwischen seinen Brauen, als sie auf ihn zugingen. »Klingt ernst.« »Es geht um deinen Vater.« Sein Kiefermuskel zuckte, als er die Hände in die Hüften stemmte, sich umdrehte und in den wolkenverhangenen Himmel starrte. »Dieser Mann hat schon vor langer Zeit jeden Anspruch darauf verloren, sich mein Vater zu nennen.« »Das weiß ich.« Charlotte legte die Hand auf seinen Rücken und streichelte ihn sanft, um seine Anspannung zu lockern. Aber dieser Zorn, den du mit dir herumschleppst, ist toxisch. Als er nichts entgegnete, sprach sie weiter, ungeachtet ihrer Angst, er könnte sie wieder ausschließen. Dieses Mal würde es nicht funktionieren. Nicht, nachdem er sich ihr geschenkt hatte. Trotzdem würde es ein harter Kampf werden, seine Mauern einzureißen, denn sie wusste, wie starrsinnig er sein konnte. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe Richard gehasst für das, was er mir angetan hat. Dieser Hass war lange meine Antriebskraft, um mich selbst zu heilen, um stärker zu werden. Und das war gut so. Doch irgendwann begriff ich, dass er mich Stück für Stück zerstörte. Noch immer keine Reaktion. Der Hass verwandelte mich in jemanden, der nur das Negativ in Menschen sah. Charlotte schüttelte den Kopf. Diese Person wollte ich nicht sein. Darum traf ich die bewusste Entscheidung, ihn nicht länger zuzulassen. Gabriel legte ihr den Arm um die Talie und zog sie an sich. Wie konntest du das nach allem, was Richard dir angetan hat? Indem ich ihn hasste, maß ich ihm eine übermäßige Bedeutung in meinem Leben bei. Er verdiente meine Aufmerksamkeit nicht. Sie wandte sich von der Aussicht ab und berührte Gabriels frisch rasierte Wange. Ich weiß nicht, ob du deinem Vater je vergeben kannst, aber lass den Zorn nicht länger zu, Gabriel. Sonst wird er dir am Ende Schaden zufügen. Seine Miene weiterhin grimmig, wies er mit dem Kinn auf den Umschlag in ihrer Hand. Ist er von ihm? Als Charlotte bejahte, nahm er ihn und riss ihn auf. Er enthielt keinen Brief. Stattdessen fielen zwei Schecks heraus. Einer war ausgestellt auf Gabriel, der andere auf Sailor, beide mit seltsamen Beträgen, 247 Dollar und 50 Cent und 189 Dollar und 82 Cent. Ich verstehe nicht, sagte sie, als Gabriel wortlos auf die Schecks starrte. Er ließ sie auf seinen Schreibtisch fallen und zog Charlotte in seine Arme. Er brauchte ihre Wärme, ihre Zärtlichkeit. Als Brian wegging, erklärte er, räumte er nicht nur das Bankkonto ab, das ihm und meiner Mutter gehörte, sondern auch das Geld auf meinem und auf Sailors. Es waren nur Kleckerbeträge gewesen, aber wichtig für zwei kleine Jungen. Wir sparten darauf das Geld an, das wir zum Geburtstag bekamen, und hin und wieder gab unsere Mutter uns zusätzlich fünf Dollar, wenn sie bei den Lebensmitteln oder dergleichen etwas hatte abknapsen können. Das Geld war für Ausgaben gedacht, die später in der Schule anfallen würden, zum Beispiel für Ausflüge und ähnliches. Und er hat es einfach genommen? Charlotte schüttelte den Kopf. Das war mies von ihm. Er hat uns mittellos zurückgelassen. Dann verlor meine Mutter ihren Job, weil sie sich keinen Babysitter leisten konnte. Seine Stimme war barsch vor Ärger. Sie war immer so stolz darauf gewesen, Sailor und mir alles bieten zu können, was wir benötigen, aber ohne finanzielles Polster hatten wir nichts, wir landeten in einer Notunterkunft. Charlotte sagte nichts, sondern umarmte ihn still. Ich glaube nicht, dass ich ihm je verzeihen kann. Dann tu es nicht, sie blickte auf, aber nähere den Zorn nicht weiter. Zeige Mitleid, sei der bessere Mensch von euch beiden, der Mensch, den ich kenne. Sie berührte wieder seine Wange. Er ist ein kranker, alter Mann, der alles und jeden verloren hat. Du hast ein großes Herz, Gabriel. Finde Raum für Güte darin. Gabriel wusste nicht, ob er so großmütig sein konnte. Aber der Vormittag verging und diese zerknitterten Checks gingen ihm nicht aus dem Kopf. Brian Bishop versuchte nun endlich, seine Fehler wieder gut zu machen. Ein bisschen zu spät, soweit es Gabriel betraf. Zeige Mitleid, sei der bessere Mensch von euch beiden, der Mensch, den ich kenne. Er stand auf und ging zu Charlotte, die an ihrem Schreibtisch saß. Um welche Uhrzeit ist sein Behandlungstermin? Um zehn. Gehst du hin? Ich weiß es nicht. Er war noch immer unschlüssig, als er seinen Wagen in der Tiefgarage des Krankenhauses parkte. Doch er stieg aus und begab sich auf die betreffende Station. Du hast ein großes Herz, Gabriel. Finde Raum für Güte darin. Er öffnete die Tür und trat ein. Ein Atemhauch des Bösen. Geht es dir gut? fragte Charlotte, als Gabriel ins Büro zurückkehrte. Dabei stand sie auf und schloss ihn fest in die Arme. Gabriel drückte sie an sich. Er ist alt und gebrechlich. Nur noch ein Schatten des früheren Brian. Auch sein Lebensmut schwindet. Das, so war ihm klar geworden, als er heute mit ihm gesprochen hatte, war eine Hinfälligkeit, die sich durch nichts beheben ließ. Es wäre Zeitverschwendung, auf einen solchen Menschen zornig zu sein. Brian hatte keine Kraft mehr, weder körperlich noch emotional, und war damit kein wahrer Gegner. Gabriel könnte ihn mit einem Handstreich vernichten. Früher einmal hatte er Brian jede Bitte erfüllt, wäre ein Sohn gewesen, der jede Bürde schulterte. Er sah dies auch in Brians Augen, das Wissen darum, was er weggeworfen hatte, und empfand Mitleid für diesen Mann, der seine Fehler viel zu spät eingesehen hatte, um sie noch zu revidieren. Ich werde ihn zwar nie als meinen Vater anerkennen, trotzdem hast du recht damit, dass ich diesem alten und kranken Mann zumindest Freundlichkeit entgegenbringen kann. Die Familienbande waren unwiederbringlich zerstört. Das Einzige, was Gabriel Brian noch anzubieten hatte, war Anstand. Ich denke, er wird sich damit zufrieden geben, meinte Charlotte. Er ist von tiefem Bedauern erfüllt. Gabriel wollte nicht, dass es ihm einmal so erginge und er eines Morgens aufwachte, nur um festzustellen, dass er sein Leben damit vergeudet hatte, wütend auf Brian zu sein. Darum ließ er die Sache auf sich beruhen. Sollte der Zorn sich zurückmelden, würde er dieselbe Entscheidung treffen. Denn Charlotte hatte recht. Daran festzuhalten, war toxisch und würde nur ihm selbst und den Menschen in seinem Umfeld Schaden zufügen. Wie schlimm ist es? fragte er, nachdem er ihr einen leidenschaftlichen Kuss geraubt hatte. Ich halte die Wölfe in Schach. Sie gab ihm zwei Notizzettel mit Telefonnummern. Die hier sind dringend, aber ich kann dir noch eine weitere Stunde verschaffen, falls du sie brauchst. Tu es, sagte er. Ich muss mit Sailor sprechen. Sein Bruder hatte weniger Erinnerungen an die Zeit, nachdem Brian sie verlassen hatte. Weniger negative Gefühle. Trotzdem hatte er sich aus Loyalität Gabriels Haltung angeschlossen. Gabriel suchte ihn in dem gewerblichen Gewächshaus auf, wo Sailor gerade Setzlinge pflanzte. Du hast dem Mistkeil während seiner Chemo beigestanden? fragte sein Bruder ungläubig. Eine Weile ja. Und selbst dafür war Brian unendlich dankbar gewesen. Charlotte sagte, er ist es nicht wert, dass wir unsere Energie damit verschwenden, ihn zu hassen. Und sie hat recht. Sailor schnaubte. Er ist es ebenso wenig wert, dass wir unsere Zeit an ihn verschwenden. Aber Mom ist es. Gabriel drückte die Schulter seines Bruders. Tu es für sie. Wenn wir uns weigern, wird am Ende sie ihn zu seinen Behandlungen begleiten, weil sie so ein weiches Herz hat. Sailor seufzte schwer. Scheiße. Nächstes Mal werde ich ihn begleiten. Er zog seine Gartenhandschuhe aus und legte sie weg. Aber ich werde ihn nicht in meiner Familie willkommen heißen. Ich traue ihm nicht über den Weg. Ich auch nicht. Niemand konnte aus seiner Haut heraus. Ich habe sichergestellt, dass er medizinisch bestens versorgt ist. Mehr konnte er im Moment nicht für ihn tun. Vielleicht würde Brian sich eines Tages rehabilitieren. Und bis dahin würde Gabriel versuchen, der bessere Mensch von ihnen beiden zu sein. Der Mensch, den Charlotte in ihm sah. Gabriel war seit einigen Stunden zurück bei Charlotte im Büro und bei der erstickenden Arbeit, als der Empfang anrief, um ihr mitzuteilen, dass ein Geschenk für sie abgegeben worden sei. Tuck brachte es nach oben. Da mag dich jemand, Charlie, sagte er mit einem breiten Grinsen und trollte sich. Es war ein Bouquet. Allerdings bestanden die Blumen aus den Seiten alter Liebesromane. Töricht lächelnd suchte Charlotte nach einer Karte, aber da war keine. Dann erkannte sie, dass das breite Silberband, das den Strauß zusammenhielt, beschriftet war. Es stand ihr Name darauf und ein einzelner Satz. Unsere Geschichte fängt gerade erst an. TR Tief gerührt fuhr sie die Signatur mit dem Finger nach. Das Geschenk bedeutete ihr heute umso mehr, da sie sich ihren Weg in seine Gefühlswelt gebahnt und ihr Recht geltend gemacht hatte, sich um sein Herz zu kümmern, wie er sich um ihres. Charlotte zog eine der Blumen heraus und trug sie in Gabriels Büro. Er stand am Fenster und führte ein hitziges Telefonat. Trotzdem winkte er sie herein. Die Papierblume in einer Hand ging sie zu ihm und schlang von hinten die Arme um ihn. Obwohl sich sein Tonfall, mit dem er die Verhandlung führte, nicht im Geringsten änderte, spürte sie an der Weise, wie er die Hand auf ihre legte, dass er lächelte. Sie drückte einen Kuss auf seinen Rücken, dann legte sie die Blume neben den kleinen elektronischen Kalender auf seinem Schreibtisch und wollte schon gehen, als Gabriel sich umdrehte und etwas auf die Rückseite eines Berichtsentwurfs für den Vorstand kritzelte. Charlotte nahm an, dass es eine Instruktion für sie war, weil er etwas für das Telefonat brauchte. Darum war sie nicht darauf gefasst zu lesen, bei Dr. Mac hat jemand einen Termin heute um halb vier abgesagt. Ihr wurde mulmig zumute. Trotzdem nickte sie. Und als es soweit war, stieg sie mit ihm ins Auto und fuhr zur Praxis des Psychologen. Erst als sie den Namen an der Tür las, erfuhr sie, dass es sich bei Dr. Mac in Wahrheit um Dr. Thomas Macaulay handelte. Dann führte seine Sekretärin sie in sein Sprechzimmer und Charlotte wäre fast in Gelächter ausgebrochen. Der Weihnachtsmann war nicht nur komplett kahl, sondern hatte sich darüber hinaus den Bart gestutzt. Allerdings war er kugelrund und klein. Letzteres empfand sie als tröstlich. Auch ihr Vater war ein kleiner Mann gewesen, viel dünner zwar als Dr. Mac, aber von gleicher Körpergröße und mit ebenso freundlichen Augen. Gabriel begrüßte er ihnen und stand auf, um ihm die Hand zu schütteln. Dann ist das wohl ihre Miss Bird. Charlotte. Dr. Macs Griff war fest, aber nicht zu hart, als er seine beiden warmen Hände um Charlots Rechte schloss. Charlotte, es freut mich, sie kennenzulernen. Was haben sie mit diesem Kerl zu schaffen? Sie hat einen ausgezeichneten Geschmack. Der Arzt lachte. Und sie ein sehr gesundes Ego. Die Zuneigung in seinem Tonfall entlockte Charlotte ein Lächeln. Dann ließ sie sich von ihren Instinkten leiten, denen sie nach der Sache mit Richard lange misstraut hatte, und wandte sich Gabriel zu. Ich denke, ich komme klar. Er stellte sie nicht in Frage, sondern sagte, dann warte ich draußen. Machen Sie eine Pause und lesen Sie eine Zeitschrift, riet der Psychologe ihm. Und erschrecken Sie meine Sekretärin nicht, indem Sie irgendwelche Konkurrenten über ihr Mobiltelefon anbrüllen? Gabriel, der gerade sein Handy herausziehen wollte, musste grinsen. Er versicherte Charlotte mit einem Blick, dass er in Sekundenschnelle da sein würde, sollte sie ihn brauchen. Dann zog er die Tür hinter sich zu. Charlotte drehte sich wieder zu Dr. Mac um und holte tief Luft. Also, wie gehen wir es an? Gabriel war es nicht gewohnt zu warten. Er war ein Macher. Anstatt also Dr. Macs Wartezimmer in Beschlag zu nehmen, trat er hinaus auf die Veranda der weißgetünchten Villa, in der die Praxis untergebracht war und widmete sich seiner Arbeit. Dabei stellte er sicher, dass er stets in Hörweite blieb. Für den Fall, dass Charlotte eine Panikattacke erlitt und ihn brauchte. Doch eine Dreiviertelstunde, nachdem Gabriel die Tür hinter dem Doktor an Charlotte geschlossen hatte, ging sie wieder auf und Charlotte kam heraus. Ihre Augen waren gerötet, aber sie lächelte, als sie sich von Dr. Mac verabschiedete. Danach flog sie geradewegs in Gabriels Arme. Alles okay? Erkundigte er sich und küsste sie auf den Scheitel. Ja, ihre Stimme klang ein wenig belegt. Er ist ein sehr netter Mann. Er führte sie zu seinem Wagen und hob sie, weil er sie so gern berührte, auf den Beifahrersitz. Dann blieb er vor der offenen Tür stehen. Ich bin netter. Sie zog ihn an seinem Schlips zu einem Kuss zu sich heran. Ja, das bist du. Er streichelte ihre Wange. Dann fühlst du dich wohl in seiner Gegenwart? Ja. Er vermittelt mir das Gefühl, dass ich selbst das Tempo vorgeben kann. Er es nicht eilig hat. Sie bedachte ihn mit einem entschlossenen Lächeln. Aber ich will es hinter mich bringen. Gabriel war sich nicht sicher, ob das so einfach sein würde. Doch er würde ihr bis zum Ende zur Seite stehen. Charlotte gehörte zu ihm. Das war eine simple und unabänderliche Tatsache. Nachdem es winterbedingt schon um halb sieben dunkel war, fuhr Charlotte mit dem Taxi nach Hause. Gabriel war schon um fünf gegangen, um eine halbe Stunde später beim Training an der Highschool zu sein. Die Unterbrechungen seines heutigen Arbeitstages bedeuteten, dass er sich im Anschluss noch mehrere Stunden um die Geschäfte von Saxon und Archer würde kümmern müssen, aber er war der Rugby-Mannschaft gegenüber eine Verpflichtung eingegangen. Und die nahm er ernst. Seine Mine war finster geworden, als Charlotte es abgelehnt hatte, sich von ihm nach Hause fahren zu lassen, weil sie noch eine Arbeit zu Ende bringen wollte, aber sie war standhaft geblieben. Sie wollte nicht, dass er sie wie ein Kind behütete. Und es gab auch keinen Grund dafür. Noch nicht. Charlotte war sich im Klaren darüber, dass es nach Richards Entlassung Momente geben würde, in denen es ihr unmöglich wäre, Gabriel außer Sicht weiterzulassen. Nicht aus Angst um sich selbst, sondern weil sie es nicht ertragen würde, wenn Richard ihm etwas antäte. Der Mann, in dem sie vor vielen Jahren einen hübschen Sonnyboy gesehen hatte, wusste, wie man einen Groll hegte, wie man plante und intrigierte. Und er war böse genug, um Jagd auf die Menschen zu machen, die Charlotte am meisten bedeuteten. Molly war außer Reichweite und damit in Sicherheit. Doch für Gabriel galt das nicht. Ihm wird nichts geschehen. Ihm geschieht schon nichts. Still betete sie sich das immer wieder vor, bis sie am Ende ihrer Einfahrt aus dem Taxi stieg. Charlotte nahm die Post aus dem Briefkasten. Dann gesellte sie sich für ein paar Minuten zu ihren Nachbarn, die draußen einen Plausch hielten, bevor sie zu ihrem Haus ging. Sie würde es vermissen, sobald sie in das Apartment ziehen musste. Trotzdem machte ihre Entscheidung Sinn. Es wurde Zeit, dass sie das Nötigste einpackte, um nicht ständig hierher kommen zu müssen. Am besten sollte sie gleich damit anfangen. Denn eine Vorahnung sagte ihr, dass Gabriel nach dem Training vorbeikommen würde. Sie könnte sich das zunutze machen, indem sie ihn beispielsweise zum Kistenschleppen einsetzte. Wahlweise gäbe es dann noch eine andere Form der Körperertüchtigung, dachte sie mit einem schelmischen Lächeln. Damit bekäme er eine Pause, bevor er sich wieder in die Arbeit stürzte. Charlotte zog die Stirn in Falten, während sie ihre Bürokleidung gegen eine schwarze Stretchhose und ihre grüne Strickjacke mit den dreiviertellangen Ärmeln tauschte. Sie verstand, dass Gabriel heute noch Arbeit nachholen wollte. Ebenso gut konnte sie nachvollziehen, welches Pensum er sich in den ersten Monaten auferlegt hatte. Trotzdem brauchte er mehr Balance im Leben. Dank ihm befand sich Saxon und Archer inzwischen in einer weit besseren Position. Gabriel konnte es sich erlauben, hin und wieder eine Verschnaufpause einzulegen. Sie sinnierte darüber, wie sich das bewerkstelligen ließe. Dabei gab sie der Versuchung nach und nahm aus dem Gefrierfach einen der Pfirsich-Passionsfrucht-Muffins, die sie vor zwei Wochen gebacken hatte. Sie schob ihn für eine Minute in die Mikrowelle, um ihn aufzutauen, legte ihn auf eine Untertasse und mümmelte ihn, während sie am Küchentisch stand und die Post durchsah. Normalerweise traf um diesen Zeitpunkt herum ihre Stromrechnung ein, was ihr in Erinnerung rief, dass sie auf Rechnung per E-Mail umstellen wollte. Ah, da war sie. Charlotte öffnete den unverwechselbaren gelben Umschlag, vergewisserte sich, dass er keine Überraschung bereit hielt und legte ihn weg. Sie lachte, als sie sah, was als nächstes auf dem Stapel lag. Molly hatte ihr eine Postkarte aus Las Vegas geschickt, auf der ein Elvis-Imitator abgebildet war, der im lilafarbenen Overall das Becken kreisen ließ. Ich vermisse dich wie verrückt, hab dich ganz lieb, küsse Molly. PS, Elvis zufolge kommen Pailletten nie aus der Mode. Anstatt die Karte an ihren Kühlschrank zu heften, legte Charlotte sie beiseite, um sie in ihre neue Wohnung mitzunehmen. Die restliche Post bestand hauptsächlich aus Werbesendungen, mit Ausnahme eines Briefumschlags, der zwischen den Seiten eines Warenhauskatalogs steckte. Charlotte runzelte die Stirn. Die Handschrift sagte ihr nichts. Dann sah sie die Absenderadresse. Es war die des größten Gefängnisses des Landes. Übelkeit übermannte sie. Ihre Knie wurden weich. Der halb aufgegessene Muffin entglitt ihren Fingern und landete auf dem Tisch, bevor sie auf einem Stuhl zusammensank. Sie zitterte im ganzen Leib. Der Umschlag fiel zu Boden. Sie starrte ihn an und zuckte zusammen, als draußen eine Autohupe ertönte. Sie heftete den Blick auf die Wanduhr, bis ihr klar wurde, dass die Hupe ihrem Nachbarn gegolten hatte, und sie nun schon seit einer Viertelstunde hier saß. Nein, dieser Mistkerl würde ihr nicht noch mehr von ihrem Leben stehlen. Doch als sie den Umschlag aufheben wollte, um ihn wegzuwerfen, konnte sie es nicht. Sie musste wissen, was in dem Brief stand, aber sie konnte ihn nicht allein öffnen. Gestern hätte sie sich bei dieser Erkenntnis schwach und gebrochen gefühlt, aber heute hatte sie noch Dr. Max Stimme im Kopf, die ihr versicherte, dass es in Ordnung sei, Menschen zu brauchen, die einem über dunkle Stunden hinweg halfen. Würden sie nicht dasselbe für Gabriel oder ihre beste Freundin tun, sollte es jeder zu kommen, hatte er sie sanft gefragt. Stärke bedeutet nicht, niemals Hilfe anzunehmen, und ich kenne Gabriel gut genug, um zu wissen, dass es ihm das Herz brechen würde, wenn sie ihm nicht erlaubten, ihre Bürde mitzutragen. Genau das zeichnet ihn aus. Mit diesem Gedanken stand sie auf und verließ die Küche, um ein paar Kleidungsstücke zu packen. Als Gabriel sie per SMS informierte, dass er Abendessen besorgt habe und vorbeikommen werde, war sie glücklich und erleichtert zugleich. Hallo, begrüßte sie ihn, als sie die Tür öffnete. Er hatte nach dem Training, bei dem er sich gewiss aktiv am Spiel beteiligt hatte, geduscht und trug nun Jeans und ein weißes T-Shirt. Nicht viele bekamen ihn so zu sehen, mit feuchten, verstrubbelten Haaren und barfuß. Er hatte seine Schuhe sofort von sich geschleudert, nachdem er eingetreten war. Vielleicht war es albern, aber es vermittelte ihr das Gefühl, ein besonderer Mensch zu sein, der das Vertrauen verdiente, ihn ohne seinen Schutzpanzer sehen zu dürfen. Hallo. Gabriel stellte das mitgebrachte Essen auf dem Tisch in der Diele ab und winkte Charlotte mit dem Finger zu sich. Sie stützte sich mit den Handflächen an seiner muskulösen Brust ab und stellte sich auf die Zehenspitzen. Er beugte den Kopf, um ihr auf halbem Weg entgegenzukommen, und küßte sie heiß und innig, ganz wie es seine Art war. Charlotte liebte es, wie er schmeckte, und dass er keinen Hehl aus seinem Verlangen nach ihr machte. Ihre Hand glitt zu seinem Hals, der sich so warm und kraftvoll anfühlte, und sie gab ihm alles, was er wollte. Es gab nichts Schöneres, als zu hören, wie ein Stöhnen in Gabriels Kehle hochstieg, während seine Hände erst ihre Hüften und dann ihr Gesäß umfassten. Als er sie hochhob, schlang sie die Beine um seine Taille. Er hielt sie mühelos mit einem Arm, während sein anderer über ihren Schenkel strich, und er sie zärtlich in die Unterlippe biss. Ich mag diese Hose. Seine Finger spannten sich um ihre Pobacken. Errötend ging ihr auf, dass ihm das weiche, elastische Material ungehindert Zugang zu ihrem Körper gab. Ich mag sie auch, entgegnete sie, weil es so schön war, auf diese Weise von ihm berührt zu werden. Du hast dich rasiert. Sein Kinn fühlte sich glatt an unter ihren Fingerspitzen. Ich dachte, ich benehme mich heute einmal zivilisiert und zerschramme dir nicht deine hübsche Haut. Er küsste sie wieder, zumindest nicht mit meinem Kinn, vielleicht dafür mit den Zähnen. Charlotte wusste selbst nicht, was sie dazu trieb. Jedenfalls lehnte sie sich vor und biss ihn in sein seidenglattes Kinn. Dabei inhalierte sie den Duft seines Aftershaves. Er spannte wieder die Finger an. Sie beißen den Boss, Miss Bird? Ich denke, der Boss kann es vertragen. Er lachte auf. Willst du jetzt essen oder soll ich mich stattdessen über dich hermachen? Gabriel, Miss Bird, du solltest mich absetzen. Wieso? Weil ich schwer bin. Er fing so heftig an zu lachen, dass er nicht mehr sprechen konnte. Charlotte versetzte ihm einen Stoß gegen seine bebenden Schultern, musste sich jedoch beherrschen, um nicht in sein Gelächter einzustimmen. Es fiel ihr wirklich schwer und das war das Letzte, was sie heute noch für möglich gehalten hätte, nachdem sie den Brief erhalten hatte. Als sie jetzt wieder daran dachte, verflog ihre Heiterkeit schlagartig. Gabriel sah sie sofort mit forschendem Blick an. Was ist los? Richard hat mir einen Brief geschickt. Seine Mine wurde hart und ausdruckslos. Was will der Wichser? Ich weiß es nicht, ich habe ihn noch nicht gelesen, sondern auf dich gewartet. Die Worte durchschnitten Gabriels Zorn. Möchtest du, dass ich ihn lese? Er wollte diesen Abschaum nicht in Charlottes Leben haben, auch nicht, wenn es in Form eines Briefes war. Aber Charlotte schüttelte den Kopf und führte ihn in die Küche. Ich muss das selbst tun. Sollte er mir noch einmal schreiben, werde ich den Brief ungelesen in den Müll werfen, doch diesen ersten muss ich lesen, um zu erfahren, was er glaubt, mir nach all dieser Zeit sagen zu müssen. Gabriel konnte dieses Bedürfnis nachempfinden. Trotzdem musste er sich mit aller Macht davon abhalten, ihr den Umschlag wegzunehmen und in Fetzen zu reißen, als sie ihn mit zitternden Fingern öffnete. Schlimme, schlimme, schlimme Wörter Gabriel drückte Charlotte an sich. Er kann dir nichts anhaben, ich werde ihnen seine Einzelteile zerlegen, wenn er dir auch nur ein Haar zu krümmen versucht. Mit einem unsicheren Lächeln zog Charlotte den Brief heraus. Gabriel las ihn gemeinsam mit ihr. Der Mistkerl schrieb, wie leid es ihm tue und dass er Charlotte schon früher habe kontaktieren wollen, die Gefängnisleitung, die es jedoch nicht erlaubt habe. Diesen Brief habe sie genehmigt, weil Richard bald entlassen und es als positives Zeichen für seine Resozialisierung angesehen werde, dass er sich bei seinem Opfer entschuldigen und die Sache somit zum Abschluss bringen wolle. Das war nicht ich, Charlotte. Ich weiß nicht, was an jenem Wochenende passiert ist, in wen ich mich verwandelt habe, aber ich übernehme die volle Verantwortung. Es ist wichtig, dass ich das tue. Die Schuld lag allein bei mir. Das alles hatte nichts mit dir oder der Weise, wie wir uns trennten, zu tun. Es war nicht dein Fehler, dass du mir nicht geben konntest, was ich brauchte. Ich hätte meinen Ärger nicht an dir auslassen dürfen. Ich hoffe, du kannst mir eines Tages verzeihen. Dieser verfluchte Psychopath hatte auch noch den Nerv mit »In Liebe Richard« zu unterschreiben. Passiv-aggressiver Schwachsinn, knurrte Gabriel außerstande weiter den Mund zu halten. Manipulativ, kommentierte Charlotte. Das war schon immer sein Modus operandi. Sie wollte den Brief zerreißen. Dann hielt sie stirnrunzelnd inne. Ich werde Ihnen Detektiv Flee geben, nur für alle Fälle. Gute Idee. Sollte Richard Charlotte noch einmal gefährlich werden, wollte Gabriel, dass der Mann für den Rest seines erbärmlichen Lebens hinter Gittern verschwand. Bist du okay? Ein Ausdruck der Verwunderung glitt über Charlottes Gesicht. Ja. Er war so lange ein Schreckgespenst für mich, aber jetzt, wo ich das lese, erkenne ich in ihm den armseligen, manipulativen Hurensohn, der er ist. Sie warf den Brief auf den Tisch. Er war so groß und stark, als er mir auflauerte und mich in seine Gewalt brachte. Dieser schwanzlutschende Abschaum von einem Flachwichser. Gabriel hatte Charlotte nie zuvor Fluchen gehört. Er war beeindruckt. Aber sie war noch nicht fertig. Zum Abschluss bringen. Dass ich nicht lache. Diese schleimige Kröte in Menschengestalt wollte nur in meinen Kopf gelangen. Er soll zur Hölle fahren. Sie piekte Gabriel den Finger in die Brust. Sein Ärger? Ich werde diesem arschgesichtigen Drecksack zeigen, was Ärger ist. Er sollte nicht Richard heißen, sondern gehirnamputierter Warnduscher. Gabriel stützte grinsend die Unterarme auf dem Tresen auf, als Charlotte an ihm vorbeifegte und in der Küche zu hantieren begann. Töpfe und Pfannen knallten gegeneinander. Dann gab sie Mehl in eine Schüssel und holte Kakao, Schokostreusel, Eier und Vanillestangen sowie ein paar andere Dinge, die er jedoch nicht identifizieren konnte aus den Schränken. Er beschloss sie lieber nicht daran zu erinnern, dass er Essen mitgebracht hatte und dieses kalt wurde. Stattdessen mobste er sich ein paar Schokostreusel und sagte Ja oder Absolut, wenn sie ihren Wortschwall der zunehmend kreative gegen Richard gerichtete Schmähungen beinhaltete, unterbrach, um auf seine Antwort zu warten. Die vorangegangene Frage war meist etwas im Sinne von Findest du nicht? Erst als der Duft der Muffins im Backofen die Küche erfüllte und Charlotte unter weiterem Geklirr und Geklapper das Geschirr mit der Hand gespült hatte, beruhigte sie sich langsam. Schwer atmend drehte sie sich zu ihm um. Ich wusste nicht, dass ich das in mir habe. Völlig verzaubert von ihr küsste er sie auf die Wange, die wieder einen reizenden, pinkfarbenen Schimmer angenommen hatte. Das ist meine Miss Baird. Ich muss mir diese schlimmen Wörter alle gut einprägen, damit ich sie an Molly weitergeben kann. Gehirnamputierter Warmduscher? Ich finde, es passt zu ihm. Schmunzeln stand Gabriel auf und holte das Essen aus der Diele. Komm, lass uns das hier aufwärmen und verputzen. Dabei kannst du mir die Bedeutung einiger dieser Wörter näher erläutern. Ich bin auf dem Rugbyplatz groß geworden. Aber ich habe keine Ahnung, wo du das alles gelernt hast, Baby. Du solltest mehr lesen, lautete die spröde Antwort dieser zierlichen, blonden Walküre, deren Zorn Gabriel niemals in diesem Ausmaß auf sich ziehen wollte. In dieser Nacht lag Charlotte wach im Bett und starrte an die Decke. Sie fühlte sich körperlich befriedigt und doch auch wieder nicht. Gabriel hatte sie mit derselben rauen Zärtlichkeit wie immer geliebt, doch es war in einem Lehnsessel gewesen, siehe auf seinem Schoß. Charlotte wusste instinktiv, dass das bei weitem nicht seine bevorzugte Stellung war. Ein Mann wie Gabriel mochte es, oben zu sein und die komplette Kontrolle zu haben. Überstürzen sie es nicht, sie scheinen sich in Bezug auf Gabriel Wacker zu schlagen. Dr. Mack hatte recht, das wusste sie. Gleichzeitig brachte es sie zur Weißglut, dass sie Richard zwar als den rückgratlosen, psychopathischen Schwächling sah, der er war, und dennoch nicht vergessen konnte, was er ihr angetan hatte. Es kam ihr so vor, als hätte er sie gebranntmarkt, und sie hasste dieses Gefühl über alle Maßen. Sie wollte Gabriels Markierung tragen, nicht Richards, und Gabriels Hand um ihren Nacken spüren, wenn er sie zu einem Kuss zu sich heranzog, ohne die grausame Erinnerung an Richards Finger, die sich in ihr Fleisch gruben, während er sie in ihrem Haus herumschleifte. Und sie wollte Gabriels großen, warmen, beschützenden Körper neben sich spüren, anstatt zuzusehen, wie er sie Abend für Abend verließ, weil keiner von ihnen sicher war, ob sie nicht mitten in der Nacht eine Panikattacke erleiden würde. Frustriert schob sie die Decke beiseite und ging in die Küche, um sich einen Kaffee zu machen. Sie hatte keine Ahnung, wie spät es in der Stadt war, in der Molly sich gerade aufhielt. Trotzdem griff sie zum Telefon und rief ihre beste Freundin an. Diese hob mit verschlafener Stimme ab. Charlie? Ich habe Richard als schwanzlutschenden Abschaum von einem Flachwichser bezeichnet. Nach einer kurzen, dramatischen Pause juchzte Molly auf. Das ist mein Mädchen. Ein Rascheln ertönte, dann flüsterte sie. Schlaf weiter, Fox. Ich werde eine Weile mit Charlie telefonieren. Weiteres Geraschel, als Molly aus dem Bett stieg. Was war der Auslöser für diese großartige verbale Exekution des Flachwichsers? fragte sie ein paar Sekunden später. Charlotte erzählte ihr von dem Brief. Die ganze Zeit über habe ich mich vor ihm gefürchtet. Dabei ist er nichts weiter als ein Feigling, der sich nur gut fühlt, wenn er Frauen attackiert, die halb so groß sind wie er. Seine kriecherischen Worte hatten ihr diese Wahrheit glasklar vor Augen geführt. Ich denke, zum Teil liegt es daran, dass ich nicht mehr wehrlos bin. Das trauernde, unsichere Mädchen, das Richard gekannt hatte, existierte nicht mehr. An seine Stelle war eine Frau getreten, die sich tagtäglich mit einem weit stärkeren Mann auseinandersetzte. Er kann mich nicht mehr treffen, indem er sich auf meine Schwächen stürzt. Ich bin stolz auf dich, sagte Molly mit leidenschaftlichem Nachdruck in der Stimme. Charlotte lächelte. Ich bin auch stolz auf mich. Es war ein jahrelanger Kampf gewesen, doch nun hatte sie Richard endlich seine Macht über sie genommen. Was auch immer passiert, ich werde nie wieder Angst vor Richard haben. Sie war nicht so naiv zu glauben, dass die Panikattacken einfach verschwinden würden, doch sie war sich sicher, dass ihr bewusstes Erkennen seiner wahren Natur sich auf ihr Unterbewusstsein auswirken würde. Ich hoffe, die anderen Insassen haben ihn während seiner Zeit im Gefängnis gequält, murmelte Molly. Er hätte es verdient. Der Kaffee war inzwischen durchgelaufen, darum schenkte Charlotte sich eine Tasse ein, dann nahm sie sich einen ihrer Wutmuffins, wie Gabriel sie nannte, und machte es sich auf einem Stuhl am Küchentisch bequem. Ich denke, ich sollte bei Gabriel einziehen. Wow! Am anderen Ende der Leitung war ein Schlucken zu hören. Wie ist es dazu gekommen? Ich wollte meine Selbstständigkeit unter Beweis stellen. Charlottes Blick glitt zu der Rechnung, die sie auf dem Tresen liegen gelassen hatte. Aber das habe ich längst. Ich habe hier allein gelebt, gehe einer Arbeit nach, bezahle meine Rechnungen selbst. Von mir wirst du keine Einwände hören, ich schätze, ich musste einfach selbst zu diesem Entschluss gelangen. Charlotte bis in ihren Muffin. Tatsächlich habe ich nie gern allein gelebt. Ich will mit Gabriel zusammen sein. Sie dachte an die vielen Dinge, die sie und Gabriel bereits zusammen gemacht hatten, und an das, was noch fehlte. Ich möchte Gabriels Hand in meinem Nacken spüren, Molly, gestand sie leise und ihre Augen brannten vom Ansturm ihrer Gefühle. Ich möchte, dass er mich an den Haaren zieht, mich zu Boden drückt oder sogar fesselt, wenn er Lust darauf hat. Richard darf mir das nicht gestohlen haben. Ich will nicht, dass er seinen hässlichen Schatten auf irgendeinen Teil meines Lebens wirft. Nie wieder. Niemals wieder. Gabriel erhielt einen Anruf von Charlotte, als er sich gerade nach seinem Morgenlauf und der anschließenden Dusche rasierte. Ich komme heute später, sagte sie. Warum? Ich bin müde. Eine Sekunde später hatte sie aufgelegt. Er überlegte, ob er sie zurückrufen sollte, aber sie hatte bezaubernd verschlafen geklungen, darum ließ er es auf sich beruhen. Charlotte hatte sich bisher noch nie krank gemeldet, und sie tat es auch heute nicht, sondern erschien um elf im Büro. Verdammt, Charlotte, wetterte er, als er sie sah. Wo zur Hölle hast du die Paxton-Datei abgelegt? Gleich hier. Sie stellte ihren Kaffeebecher ab, setzte sich jedoch nicht, sondern beugte sich über ihren Computer und schickte ihm die Datei. Ich hatte sie dir auf dein Tablet gemailt. Gabriel legte die Hände auf ihre Hüften und zog sie an sich. Sie trug ein gut geschnittenes, dunkelroser Kostüm mit geradem Ausschnitt und hatte die Haare zu einem züchtigen Knoten hochgesteckt. Sie sah so adrett und gepflegt aus, dass er alles an ihr einfach nur in Unordnung bringen wollte. Er widerstand dem Drang und knabberte stattdessen an ihrem Hals. Ihr Puls klopfte heftig unter ihrer Haut. Trotzdem schob sie Gabriel sanft weg. Nicht hier, sagte sie, küsste ihn aber dennoch flüchtig aufs Kinn, bevor sie auf Abstand ging. Sein Körper ließ nur widerwillig von ihr ab, während sein Kopf ihn daran erinnerte, wo sie waren. Okay. Außerdem habe ich in zwei Minuten eine Konferenzschaltung. Als er Stunden später endlich von der Arbeit aufsah, entdeckte er Charlotte, die in seiner Tür stand und ihn stirnrunzelnd anblickte. Bist du gestern Abend zurück ins Büro gefahren, nachdem du bei mir warst? Ja. Ihre Mine wurde noch finsterer. Und als ich heute Morgen anrief, warst du gerade von deinem Morgenlauf zurück? Worauf wollen sie hinaus, Miss Bird? Du kannst nicht mehr als vier oder fünf Stunden geschlafen haben. Du musst wenigstens eine Mittagspause einlegen. Keine Zeit. Gabriel hatte seine Arme bereits hochgekrempelt und lockerte nun seine Krawatte. Kannst du etwas liefern lassen? Sie rührte sich nicht von der Stelle. Das ist nicht gesund. Verdammt, Charlotte, bestell einfach etwas zu essen. Sie tat es und war überraschenderweise nicht sauer, weil er sie angeblafft hatte. Als er sie darauf aufmerksam machte, verdrehte sie die Augen. Ich arbeite schon seit Monaten für dich, du erinnerst dich? Doch als sie ihn das nächste Mal aufforderte, eine Pause zu machen, sprühten ihre Augen eindeutig Funken. Es reicht jetzt, Gabriel. Du arbeitest seit dem frühen Morgen. Das ist nicht gut für dich. Ich bin ein großer Junge. Er setzte seine Unterschrift auf einen Vertrag und reichte ihn ihr. Stell sicher, dass er mit der Morgenpost rausgeht. Natürlich. Danke. Sagte er in Gedanken schon woanders, weil er wusste, dass er sich auf Charlotte blind verlassen konnte. Nach einer Weile sah er wieder hoch. Und Charlotte? Keine Antwort. In der Annahme, dass sie sich einen Kaffee oder etwas anderes besorgte, wartete er, doch es blieb still im vorderen Büro. Schließlich stand er auf, um nachzusehen, was los war. Sie hatte ihren Computer ausgeschaltet und den Schreibtisch aufgeräumt, wie sie es immer tat, bevor sie heimging. Verärgert suchte er nach einer Nachricht. Dabei fiel sein Blick auf ihr Bürotelefon. Und er sah die Uhrzeit. 21.47 Uhr. Verfluchter Mist. Kein Wunder, dass sie so sauer gewesen war. Eilig fuhr er seinen eigenen Computer herunter, währenddessen rief er Charlotte auf dem Handy an. Halb rechnete er damit, dass ich die Mailbox einschalten würde, aber Charlotte ging ran. Ja? Es tut mir leid, sagte er, um die Wogen zu glätten. Ich bin bald da. Mach dir keine Umstände. Ich habe bereits gegessen und werde jetzt mein Buch lesen. Gabriel verzog das Gesicht. Charlotte. Wir sehen uns morgen. Klick. So schnell würde er nicht aufgeben. Darum verließ er das Büro und fuhr zu ihr nach Hause. Es war schon Viertel nach zehn, als er dort ankam, doch es brannte noch Licht. Also drückte er auf die Klingel, aber nichts rührte sich. Okay, sie war ernsthaft sauer. Er holte sein Handy heraus und schickte ihr eine SMS, anstatt sie anzurufen. Es ist kalt hier draußen. Ich bin sicher, in deinem Wagen ist es warm, lautete ihre spitze Antwort. Was, wenn ich mich noch einmal entschuldige? Eine Minute später wurde die Tür geöffnet und er wollte schon eintreten, als er ihre Mine sah. Hey, sagte er und legte die Hand an ihr Gesicht. Sie schmiegte die Wange hinein und küsste seine Handfläche, verschränkte jedoch weiterhin die Arme. Mir geht es nicht um Entschuldigung, Gabriel. Ich will, dass du auf dich Acht gibst. Dafür habe ich doch dich. Er küsste sie in der Hoffnung, dass sie ihn nicht wegstoßen würde. Sie tat es nicht, sondern erwiderte den Kuss voller Leidenschaft. So nachgiebig ihr Körper auch wurde, presste sie trotzdem die Hand auf seine Brust. Du musst dich ausruhen. Ich bin am Verhungern. Er küsste sie noch stürmischer, indem er mit der Zunge gierig über ihre fuhr, um Charlotte klarzumachen, dass sein Hunger nicht mit Essen gestillt werden konnte. Sie krallte die Nägel in sein Hemd. Es fühlte sich herrlich an. Er wollte, dass sie ihn überall mit ihnen kratzte, wollte wilden, schmutzigen, schweißtreibenden Sex mit ihr. Er spannte die Muskeln an, als sein Körper ihn zu raueren Berührungen drängte und küßte sie geduldig weiter, bis sie Wachs in seinen Armen war. Charlotte leistete keinen Widerstand, als er sie ins Haus schob und die Tür zutrat. Seine Hände glitten zu ihrem entzückenden Po. Dann hob er sie hoch und presste sie gegen die Wand, wobei er aufmerksam auf ein mögliches Anzeichen von Furcht achtete. »Endlich bekomme ich deine sexy Flanellhose zu sehen«, bemerkte er, als sie die Beine um ihn schlang. Sie biss ihn zwar nur sanft in die Unterlippe, trotzdem war es ein Biss. Gabriel grinste, dann tat er dasselbe bei ihr. Ein Schauer durchrieselte sie, der sich noch verstärkte, als Gabriel die Hand unter ihr Spaghetti-Träger-Top schob und ihre nackte Brust streichelte. Sie stöhnte. »Wir können nicht immerzu miteinander schlafen.« »Warum denn nicht? In uns hat sich monatelange Frust aufgestaut.« Da ihn keine Skrupel davon abhielten, mit Charlotte Sex zu haben, machte er sich über ihren Hals her. »Oh Gott, Gabriel«, sie wühlte die Finger in sein Haar und konnte für lange, lustvolle Minuten keinen klaren Gedanken mehr fassen. Er nutzte die Gelegenheit, um ihr das Top auszuziehen. Dann beugte er sich nach unten und saugte genüsslich an ihren hübschen Brüsten, die ihn zu höchst unanständigen Dingen verlockten. »Fass meinen Nacken an!« Er erstarrte. Dann leckte er ein letztes Mal über eine ihrer aufgerichteten Brustspitzen, bevor er den Kopf hob und Charlotte in die Augen sah. »Du würdest Panik bekommen.« Ihr Atem ging unregelmäßig, als sie die Finger an seinen Schultern anspannte und sagte, »Ich weiß, aber ich will das nicht.« »Ich werde nichts tun, das dir Angst macht.« Sie biss die Zähne aufeinander und blitzte ihn trotzig an. »Ich möchte das aber tun. Ich will alles mit dir tun, Gabriel.« Ihre Schenkel noch immer um seine Hüfte geschlungen, hielt er sie allein durch den Druck seines Körpers in Position, als er ihr Gesicht zwischen beide Hände nahm. »Was hat Dr. Mac gesagt?« Mit rebellischer Miene verschränkte sie die Arme vor ihrer nackten Brust. »Ich weiß besser als Dr. Mac, was ich brauche. Ich bin bereit.« Gabriel umfasste sie unter dem Kinn und hob es an. »Weißt du, wie ich mich dabei fühle, wenn du zusammenzugst oder ganz steif und panisch wirst?« Er bemerkte den Kummer in ihrem Gesicht und schüttelte den Kopf. »Das heißt nicht, dass ich aufgebe, Charlotte. Aber ich werde nichts tun, von dem ich weiß, dass es dir Angst macht.« Sie schloss die Finger um sein Handgelenk und, so grazil sie auch waren, hätte eine Fessel nicht wirksamer sein können. »Es schmerzt mich, dass ich bin, wie ich bin. Das Wissen, dass du immer mitdenken musst.« Heftige Gefühle in ihrer Stimme. Ihrem Blick. »Ich will nicht, dass du denkst, während wir intim miteinander sind. Ich will, dass du dich gehen lässt.« Gabriel hatte dem nichts entgegenzusetzen. Er ließ den Kopf immer eingeschaltet, um sicherzustellen, dass er sie nicht zu grob oder an Stellen anfasste, die für sie traumatisch waren. Aber er wusste noch etwas anderes. »Als ich mit meinen Verführungsversuchen anfing, hättest du nichts hiervon verkraften können.« Seine Worte entlockten ihr kein Lächeln. »Wir könnten mehr Schaden anrichten als Gutes bewirken, indem wir es erzwingen,« fügte er hinzu. »Ich bin es leid, in der Vergangenheit festzuhängen.« Er liebte es, wenn sie zornig war. »Ich werde tun, was du möchtest,« sagte er, hob jedoch die Hand, als sie zu lächeln begann. »Falz,« Dr. Megme versichert, »dass es dir nicht schadet.« Ihr entfuhr ein Wutschrei. »Lass mich runter!« Er gehorchte. So gern er sie manchmal aus Spaß gefangen hielt, war dies nicht der rechte Zeitpunkt für Spielchen. »Warum bist du so wütend? Ich versuche nur, auf dich Acht zu geben.« Sie zog ihr Oberteil wieder an. Dann stürmte sie in die Küche. »Ich will, dass du mir zuhörst. Dr. Meg hat mich erst einmal gesehen. Ich kenne mich, und ich weiß, dass ich bereit bin.« Gabriel beobachtete, wie sie den Küchenschrank öffnete und etwas herausnahm. »Was hast du vor?« »Ich werde einen Eintopf auftauen, den ich gekocht habe.« Sie schaute ihn böse an. »Erwarte bloß nicht, dass ich dir nächstes Mal, wenn du so absurd spät nach Hause kommst, wieder eine Mahlzeit vorsetze.« Trotz seiner Verärgerung wurde ihm warm ums Herz. »Nach Hause.« Es gefiel ihm, dass sie das sagte. Gleichzeitig machte es ihn noch immer sauer, dass sie ihn zwingen wollte, ihr wehzutun. »Was, wenn ich dir deinen Wunsch erfülle und damit deinen ganzen bisherigen Heilungsprozess zunichte mache?« »Ich bin nicht so schwach.« Sie schaltete die Mikrowelle ein. »Sollte ich hinfallen, dann stehe ich eben wieder auf.« »Ich will nicht, dass du hinfällst,« donnerte er. »Du bist ein überbehütender Neandertaler,« sagte sie. Doch dann kam sie zu ihm und nahm sein Gesicht zwischen die Hände. »Ich werde morgen mit Dr. Mac sprechen. Danach kannst du mit ihm reden, aber wir werden es tun.« »Seit wann sind Sie so herrisch, Miss Bird?« »Seit ich mich gegen einen gewissen T-Rex verteidigen muss.« Fauchen und Knurren und ein übellauniger T-Rex Gabriel war am nächsten Morgen nicht gut drauf. Vergangenen Abend hatte er Charlotte wieder verlassen müssen, obwohl er sich nichts sehnlicher gewünscht hätte, als sie die ganze Nacht in den Armen zu halten. Er hatte kaum Schlaf gefunden, sondern zornig darüber gebrütet, dass in nur wenigen Tagen dieser Scheißkerl, der Charlotte verletzt hatte, freigelassen würde. Nun war er sich nicht sicher, ob er sich würde beherrschen können, Richard nicht aufzuspüren und umzubringen. Zu alledem musste er sich nach seinem Eintreffen im Büro auch noch um eine Sache kümmern, die der frühere Geschäftsführer verbockt hatte und die plötzlich wieder aktuell geworden war. »Wann wirst du in das Apartment ziehen?«, fragte er Charlotte im Wagen, als sie zu Dr. Mac fuhren, der sie in seiner Mittagspause empfangen würde. Sie hatten nun zum ersten Mal die Gelegenheit, über etwas anderes zu sprechen als darüber, wie man den Schnitzer beheben konnte. »Wir unterhalten uns nach dem Termin.« Sobald Charlotte in Dr. Macs Sprechzimmer verschwunden war, tigerte Gabriel im Wartebereich auf und ab, bis die Empfangsdame ihm einen bösen Blick zuwarf. Mit grimmiger Miene ging er nach draußen, wo er sich zwang, seine E-Mails zu checken, während er weiter auf- und abschritt. Als Charlotte herauskam, waren ihre Wangen flammend rot und ihre Augen funkelten. Gabriel erkundigte sich nicht, was passiert war, sondern betrat schnurstracks das Sprechzimmer. »Hat sie sie auch angefaucht?« Dr. Mac schmunzelte. »Ein wenig, aber das tut ihr gut.« »Setzen Sie sich, Gabriel.« »Ich kann nicht.« Er stand zu sehr unter Strom. »Hat sie Ihnen erzählt, was sie von mir verlangt?« »Ja.« Der Arzt stand auf und gesellte sich zu Gabriel. »In einem Punkt hat Charlotte recht. Sie kennt sich selbst weit besser, als ich das tue. Und ich denke, der Vorfall mit dem Brief war ein wichtiger Durchbruch.« Gabriel seufzte schwer. »Es macht mich fix und fertig, wenn Ihr Gesicht diesen verängstigten Ausdruck bekommt, Doktor.« Als würde mit Messern auf ihn eingestochen. Der Psychologe tätschelte ihm mit ernstem Blick den Arm. »Sie sind ein starker Mann. Jetzt müssen Sie die nötige Stärke aufbringen, um ihr durch die nächste Stufe ihrer Genesung zu helfen.« »Sie hat diese Entscheidung getroffen. Und das müssen wir respektieren.« Gabriel nickte, jeder Muskel in seinem Leib angespannt. Charlotte schaute ihn forschend an, als er aus dem Zimmer kam. »Und?« Er küsste sie auf ihren vorlauten Mund, brauchte den Kontakt. Sie legte die Hände auf seine Brust, stellte sich auf die Zehenspitzen und gab sich dem Kuss hin. Die Empfangsdame hüstelte. Gabriel konnte sich nur mit Mühe beherrschen, sie nicht anzufauchen. Er legte den Arm um Charlotte und führte sie zu seinem Wagen, der vor der Villa parkte. »Na gut«, sagte er, »du bestimmst das Tempo, das wir vorlegen. Aber ich nehme mir das Recht heraus, Stopp zu sagen, wenn du dabei Schaden nimmst.« Er legte ihr die Finger auf die Lippen, als sie etwas einwenden wollte. »Ich könnte es mir nicht verzeihen, wenn ich dir wehtäte. Darum finde dich damit ab.« Sie zog die Brauen zusammen und biss ihm in den Finger. »Denkst du, ich würde dir wehtun wollen?« fragte sie und zog an seinem Schlips, bis er sich zu ihr beugte. »Nächstes Mal, wenn du mir in diesem Ton sagst, dass ich mich mit etwas abfinden soll, werde ich mehr als nur einen Muffin nach dir werfen?« Von tiefen Gefühlen überwältigt drängte er sie gegen das warme Metall seines Wagens und küsste sie wieder, brachte dieses Mal seine Zunge zum Einsatz. Er löste sich erst von ihr, als auf der Straße hinter der Hecke das Quietschen von Reifen ertönte. »Nur zu«, sagte er und betrachtete voller Befriedigung ihre geschwollenen Lippen. »Ich liebe es, mit dir zu kämpfen.« »Ich werde bei dir einziehen.« Sie strich seine Krawatte glatt, während sie ihn weiterhin mit feurigem Blick betrachtete. »Darum werden wir das künftig noch häufiger tun.« Seine schlechte Laune war sofort verflogen. Er drängte sich lächelnd an sie, seine Handflächen hinter ihr am Wagen aufgestützt. »Ich bin dabei, Miss Baird.« Sechs Stunden und einen Abstecher zu Charlottes Haus, um ein paar ihrer Sachen zu holen später, lehnte Gabriel im Türrahmen des Gästezimmers, als Charlotte ihr Telefonat beendete. »Was hat sie gesagt?« fragte er, nachdem es ihr endlich gelungen war, die Frau zu kontaktieren, die ihre Vermieterin geworden wäre, hätte Charlotte sich nicht entschlossen, zu ihm zu ziehen. Sie war sehr nett. Charlotte lächelte. »Ich habe ihr angeboten, eine Strafgebühr zu bezahlen, weil ich meine Meinung geändert habe, aber sie wollte nichts davon hören. Sie sagt, sie habe jemanden auf der Warteliste, der die Wohnung nur zu gerne nehmen würde.« Gabriel beobachtete mit besitzgieriger Befriedigung, wie sie einige ihrer Habseligkeiten verstaute. Das Zimmer lag direkt neben seinem, und obwohl er die feste Absicht hatte, sie nachts in sein Bett zu locken, war es für den Moment eine gute Lösung. »Gefällt es dir hier?« Sie lachte vergnügt. »Gabriel, ich habe ein Zimmer mit Aussicht in einem Penthouse.« Sie ging zu der Schiebetür, die auf den Balkon führte, und öffnete sie. Wow. Gemeinsam traten sie hinaus und stellten sich an die massive Zementbrüstung, die Gabriel bis zur Hüfte und bei Charlotte noch ein Stück höher reichte. Darüber klaffte ein etwa zehn Zentimeter breiter Spalt, über dem ein glattes Geländer verlief, an das man sich bequem lehnen konnte, was Charlotte auch tat. Der nächtliche Wind spielte mit ihren Locken, und in nicht allzu weiter Ferne glitzerten die Lichter der Stadt. Gabriel dachte an Dr. Max' Worte, daran, was Charlotte von ihm verlangte und spannte die Bauchmuskeln an. »Ich werde mich jetzt hinter dich stellen.« Ihr Rücken wurde kerzengerade, und Gabriel konnte fast sehen, wie sie sich zwang, sich zu entspannen. »Okay«, sagte sie im Flüsterton. Um die Spannung nicht unnötig in die Länge zu ziehen, trat er hinter sie, dann bedeckte er ihre Hände, die auf dem Geländer lagen, mit seinen. Ihr zierlicher Körper spannte sich von Neuem an. »Hey«, erhauchte ihr einen Kuss auf die Schläfe. »Gabriel ist der Mann, der dich von hinten umarmt.« »Sag es.« »G...« Charlotte schluckte. »Gabriel«, sie atmete tief ein und langsam wieder aus. »Gabriel«, sie hatte sich noch nie so ängstlich und gut zugleich gefühlt. Gabriel bildete eine uneinnehmbare Schutzmauer um sie, gleichzeitig hielt er sie gefangen. Als er sich nach vorn lehnte und die Brust an ihren Rücken schmiegte, wollten ihre Muskeln sich gegen ihren Willen verkrampfen, doch dann fing sie seinen Duft auf, der so warm und männlich war, ganz und gar Gabriel. »Komm näher«, mummelte sie. »Ich möchte dich riechen.« Er lachte leise auf, doch seine Arme rückten näher und sein Atem strich über ihre Schläfe, als er den Kopf senkte. »Wie rieche ich denn?« Seine Stimme verstärkte ihr Gefühl von Geborgenheit. »Gut.« »Sieh mal«, sagte er, »dort ist das Büro.« Charlotte folgte der Richtung seines ausgestreckten Arms, wurde jedoch von seiner muskulösen Kraft abgelenkt. Sie drehte sich um und lehnte sich mit dem Rücken an die Brüstung. Dann fuhr sie mit den Händen über seine Brust. Er war so groß und umwerfend, und er gehörte ihr. Sie bekam nicht genug von ihm. Als sie mehrere Knöpfe seines Hemds öffnete, das er noch von der Arbeit trug, rührte er sich nicht, sondern beobachtete sie mit gesenktem Kopf. Ihre Brüste drängten gegen ihren BH, als sie sich auf die Zehenspitzen stellte und einen Kuss auf das entblößte Dreieck drückte. Gabriels Arme kamen ein Stück näher, ansonsten bewegte er sich nicht. Charlotte öffnete noch ein paar Knöpfe mehr und rieb die Nase an seiner Haut, wurde ganz trunken von seinem Duft. »Wir sollten nach drinnen gehen.« »Du stehst nicht auf öffentliche Zuneigungsbekundung?« Seine Stimme war heiser vor Erregung. Charlotte fuhr mit den Lippen über seine Brust, ließ die Zunge hervorschnellen. »Meine beste Freundin landete in der Klatschpresse, als man sie beim Knutschen mit ihrem Freund erwischte. Ich glaube zwar nicht, dass jemand gerade ein Zoom-Objektiv auf uns richtet, aber du bist ein berühmter Rugby-Star. Darum kann man nie wissen.« Es war pures Glück, dass die Boulevardblätter von ihrer Beziehung noch nichts mitbekommen hatten. Da sie die persönliche Assistentin eines notorischen Workaholics war, hatten sich die Gelegenheiten, bei denen sie zusammen gesehen worden waren, immer leicht erklären lassen. Allerdings würde das nicht mehr funktionieren, wenn man sie dabei ertappte, wie sie ihren Boss küsste. Gabriel löste sich von ihr. Dann strich er mit dem Finger über ihren Hals, was ihr einen wohligen Schauder verursachte. »Dann kommen Sie, Miss Bird. Lassen Sie uns das im Privaten fortsetzen.« Sie stolperte, als sie hineingehen wollte, aber Gabriel hielt sie am Handgelenk fest und drückte sie kurz an sich, bevor er sie ins Schlafzimmer zog. »Bleib hier stehen«, befahl er. Charlotte gehorchte. Sie begehrte Gabriel viel zu sehr, um sich ihm zu widersetzen. Ihr Herzschlag beschleunigte sich, als sie hörte, wie er die Balkontür schloss und den Schalter betätigte, um die Jalousien herunterzulassen. Als er dieses Mal hinter sie trat, war es ein bisschen einfacher. Ihr Puls schnellte noch immer in die Höhe, ihr Rücken versteifte sich wieder, aber sie wusste, dass es Gabriel war, der hinter ihr stand. Und sie war nicht mehr derart gelähmt vor Entsetzen, dass sie nichts anderes sehen, hören und riechen konnte, als das Grauen von damals. Sie vernahm ein weiches Rascheln, und als Gabriel die Arme um sie legte, trug er kein Hemd mehr. Sie schmiegte das Gesicht an seine Haut und atmete ihren Duft ein. Gabriel ließ die Hände über ihre Hüften, ihre Rippen bis zu ihren Brüsten wandern. Er knetete sie, und sie drängte sich ihm stöhnend entgegen. Sein Atem streifte ihren Hals, dann saugte er mit seinem feuchten Mund daran. Zitternd fasste sie nach hinten, bis sie seine kraftvollen Oberschenkel ertastete. Ich mag es, deine Hände zu spüren. Seine tiefe Stimme war wie eine zusätzliche Liebkosung. Ich spüre deine Hände auch gern, sagte sie, und deinen Mund. Das brachte ihr weitere saugende Küsse an ihrem Hals ein, bevor er eine Hand von ihren Brüsten nahm und sie sanft um ihre Kehle legte. Ja. Obwohl er ihre Atemwege nicht blockierte, bekam sie kaum noch Luft. Gabriel, es ist Gabriels Hand an meiner Kehle. Oh Gott, sie drohte zu hyperventilieren. Falls das geschah, würde er sich zurückziehen, und das wollte sie nicht. Sie wollte, dass er blieb, wo er war. Gabriel? brachte sie mit dünner, aber verständlicher Stimme heraus. Er bedeckte ihre Schulter, ihren Hals mit Küssen. So ist es gut, Liebling, bleib bei mir. Atemlos grub sie die Nägel in seine Schenkel. Hör nicht auf. Ihr Herz schlug so wild, als wollte es ihr aus der Brust springen. Sie wollte noch etwas sagen, aber ihre Kehle war wie zugeschnürt. Nein, nein, nein. Ihr Körper wollte ihr nicht mehr gehorchen. Die Panik war wie ein gefangener Vogel in ihrem Kopf. Ich denke, sagte Gabriel mit rauer Stimme, das hier wird besser funktionieren. Charlotte versuchte noch, den Sinn seiner Worte zu verstehen, als er sie beide in eine andere Position brachte. Er blieb weiterhin hinter ihr, aber sie blickten jetzt auf die andere Seite des Zimmers und damit in den freistehenden Ganzkörperspiegel neben dem Schminktisch. Darin war eine blonde Frau zu sehen, mit einer großen Männerhand um die Kehle und einer zweiten auf ihrer Brust. Sie kannte diese Hände mit ihren stumpfen Kuppen und den rechteckigen Nägeln, genau wie die stahlgrauen Augen, die ihren Blick festhielten. Gabriel, keuchte sie, ich mag es, wenn du meinen Namen sagst. Er ließ die Hand sanft über ihre Kehle gleiten, nahm sie jedoch nicht weg, während er mit der anderen weiter ihre Brust massierte und an ihrem Nippel zog, der sich durch den Spitzen-BH unter ihrem Kleid abzeichnete. Meine wunderschöne Charlotte, sagte er und ließ auf jedes Wort einen Kuss auf ihre Kinnpartie, ihre Wange, ihren Hals folgen, wenn du wüsstest, auf wie viele Art nicht ich ficken möchte. Das grobe Wort ließ sie zusammenfahren, gleichzeitig presste sie die Schenkel zusammen. Früher habe ich davon geträumt, dich über meinen Schreibtisch zu beugen, diese hässlichen Röcke hochzuschieben, die du damals getragen hast, dir das Höschen abzustreifen und dich mit der Hand zum Orgasmus zu bringen, bevor ich in dich eindringe. Charlotte hörte nur noch seine Stimme, spürte nur noch ihn, während sie die Bilder, die er ihr beschrieb, vor ihrem geistigen Auge sah. Das, das ist, unangemessen, ich weiß, ein weiterer Regen aus Küssen, aber ein Mann darf unangemessene Gedanken hegen, vor allem, wenn seine Eier schon blau anlaufen. Jetzt küsste er sie auf den Nacken, Es war nicht das erste Mal, fiel ihr ein. Er hatte sie mit Worten abgelenkt, sie mit dem Mund verführt und lehrte ihren Körper, dass es weder Schmerz noch Demütigung mit sich brachte, wenn er diese Stelle berührte. Gabriel, sie bewegte sich rastlos, lass mich mein Kleid ausziehen. Er verstärkte den Druck seiner Finger ein winziges bisschen. Nein. Ihre Atmung beschleunigte sich, ihr Herz begann zu rasen und ihr wurde die Brust eng vor Panik. Sch, sch, sch. Er lockerte den Griff und küsste sie weiter. Wir spielen nur, Charlotte. Spielen. Es war ein solch harmloses Wort, das ihre Furcht schlagartig nachließ. Spielen, wiederholte sie leise. Ja. Gabriel widmete sich nun ihrer vernachlässigten Brust. Sieh das Kleid hoch. Mit trockenem Mund tat sie wie geheißen und enthüllte ihm ihren Slip aus schwarzer Spitze. Sie hatte drei unterschiedliche Dessous-Sets gekauft, alle in der Farbe, die er am liebsten an ihrer Haut sah. Er fuhr mit einem Finger am Bund entlang, dann strich er über die winzige Rose in der Mitte. Ist das für mich? murmelte er entzückt an ihrem Ohr. Als sie nickte, meinte er, solch gutes Benehmen verdient eine Belohnung, findest du nicht? Doch. Er lachte leise. Dann bog er ihren Hals mithilfe der Hand, die an ihrer Kehle lag, zurück und küsste sie. Durch diese Haltung fühlte Charlotte sich gleichermaßen verletzlich und beschützt. Nach einem langen, ausgiebigen Kuss erlaubte Gabriel ihr, sich wieder aufzurichten. Halte dein Kleid weiter hoch. Charlottes Finger verkrampften sich um den Stoff, als er seine freie Hand in ihr Höschen schob. Ihr entschlüpfte ein lustvolles Wimmern, dass ihr einen weiteren Kuss in dieser unendlich verletzbaren Haltung einbrachte, während er mit besitzhungrigem Selbstvertrauen ihre Klitoris stimulierte, durch ihre Falten strich und erst mit einem, dann mit zwei Fingern in sie eindrang. Kommen Sie für mich, Miss Baird. Der sonore, raue Befehl sandte eine Schockwelle durch ihren Leib. Keuchend kämpfte sie gegen die brennende Begierde in ihr an, aber das Feuer toste zu heftig, während Gabriels sündige Finger auf ihrem Körper spielten, als wäre er sein liebstes Instrument. Vor Lust bog sie den Rücken durch, bis sie glaubte, er müsse jeden Moment brechen, und die ganze Zeit lag Gabriels Hand an ihrer Kehle, der griff sanft und fest zugleich. Nachdem die Zuckungen abgeklungen waren, fühlte sie sich so erschlafft, als hätte sie keinen Knochen mehr im Leib. Gabriel stützte sie mit seinem Körper und der Hand, die noch immer auf der feuchten, warmen Stelle zwischen ihren Schenkeln lag. Erst küsste er sie wieder auf den Nacken, dann leckte er darüber und sagte, »Aufs Bett mit dir!« Er nahm die Hände von ihr, und Charlotte wollte zum Bett stolpern, aber er fasste sie um die Hüfte und buxierte sie aus der Tür. »Mein Bett, dort gehörst du hin!« Sie überlegte kurz, ob sie gegen seine herrische Art protestieren sollte, aber da sie ohnehin in Gabriels Bett wollte, hätte sie damit nichts zu gewinnen. Sie hatte so weiche Knie, dass sie selbst nicht wusste, wie sie es in sein Schlafzimmer schaffte. Sie kletterte auf das übergroße Bett und wollte sich schon auf den Rücken legen, als er sagte, »Bleib so!« Ihr wurde flau im Magen, und die Lust, die sie noch vor wenigen Momenten empfunden hatte, wich neu im Stress. »Ich weiß nicht, ob ich dein Gewicht aushalten kann!« Charlotte hatte seine Worte vom Nachmittag nicht vergessen und wollte ihn auf keinen Fall enttäuschen, indem sie die Nerven verlor. Lieber warnte sie ihn vor. »Warum willst du es immer überstürzen?« Die Matratze sank ein. »Das ist fortgeschrittenen Niveau. Aber wir sind Anfänger.« Ein Ruck an ihrem Kleid verriet ihr, dass er ihren Reißverschluss aufzog. »Jetzt kannst du dich umdrehen.« Er streifte ihr das Kleid von den Schultern und zog es ihr aus. Dann legte er sich neben sie, stützte sich auf einem Ellenbogen auf und streichelte ihren Oberkörper bis zum Ansatz ihrer Schenkel. Seine Handfläche war ein wenig rau und groß genug, um ihr Brustbein zu überspannen. Es fühlte sich gut an, aber sie nahm seine Hand und führte sie an ihren Hals. Da auch. Sein Blick verdunkelte sich, als er die Finger ein weiteres Mal um ihre Kehle schloss. Sie rieb mit den Fußsohlen über das Laken, als nervöse Erregung in ihr aufstieg, die sich noch verstärkte, als Gabriel sie zu küssen begann. Er ließ die Zunge tief in ihren Mund gleiten, dabei fuhr er mit der Hand über ihren Körper, bevor er sie abermals um ihre Kehle legte und den Druck etwas erhöhte. »Ist das okay?«, fragte er und strich mit den Lippen über ihre. Sie bejahte wortlos, indem sie sich ihm entgegenbog und die Hände in seinen Haaren vergrub. Er intensivierte den Kuss, dabei rollte er sich auf sie und stützte sich mit einem Unterarm ab, um sie nicht zu erdrücken. Einen kurzen Moment glaubte Charlotte, dass alles in Ordnung sei. Sie des Rätsels Lösung gefunden hätten, doch dann tanzten schwarze Flecken vor ihren Augen und die Klaustrophobie schnürte ihr die Kehle zu, sodass sie ihm nicht einmal befehlen konnte, von ihr runterzugehen. Gabriel und seine Miss Bird Gabriel fühlte, wie Charlotte unter ihm regungslos wurde. Aufgrund ihrer Atmung erkannte er, dass dies nicht nur ein Anflug von Panik war, wie er ihn zuvor bei ihr wahrgenommen hatte, nein, das war eine echte, ausgewachsene Attacke. Er wechselte sofort die Stellung, indem er sich auf den Rücken legte und sie auf sich zog. Charlotte. Er riskierte es, sanft ihr Kind zu umfassen, sie ansonsten aber loszulassen, und sah ihr fest in die Augen. Ihr Blick war beunruhigend leer. Charlotte, ich bin's, Gabriel. Sein Herz krampfte sich zusammen, der Zorn über das, was ihr angetan worden war, so übermächtig wie sein Beschützerinstinkt. Der Mann, der dich auf jede erdenkliche Weise lieben will und niemals verletzen wird. Keine Reaktion. Er wiederholte seinen Namen und erinnerte sie daran, dass sie nur spielten, um herauszufinden, was für sie funktionierte. Kommen Sie zurück, Miss Baird. Es macht keinen Spaß, allein zu spielen, wenn ich es mit Ihnen tun könnte. Gabriel, wisperte sie so leise, dass es kaum vernehmbar war. Doch es bestand kein Zweifel, dass ihre vom Küssen geschwollenen Lippen seinen Namen artikuliert hatten. Gabriel. Sie erbebte, dann ließ sie sich auf ihn sinken wie ein verängstigtes Kätzchen. Die Nässe, die er gleich darauf an seinem Hals spürte, war fast zu viel für ihn. Warum weinst du? fragte er und wollte schon die Hand auf ihren Nacken legen, als er sich wieder entsann, dass das eine gefährliche Stelle war. Stattdessen verlagerte er sie wieder auf den Rücken, legte sich seitlich neben sie und umfasst ihren Hals. Sie schniefte zittrig und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Entschuldige. Du kannst weinen, wann immer du willst, aber du wirst es verdammt noch mal nicht tun, weil du dich selbst fertig machst. Verstanden? Ihre Augen glänzten. Ich habe mir einzureden versucht, dass ich die Erinnerung abgehakt, die Angst überwunden hätte. In ihren Worten klangen ebenso viel Zorn und Frust wie Enttäuschung über sich selbst mit. Aber mein Kopf will einfach nicht zuhören. Charlotte. Sie machte ihn wahnsinnig. Meine verdammte Hand liegt an deiner Kehle. Gabriel verstärkte seinen Griff, um sein Argument zu unterstreichen. Dabei küsste er sie unter Einsatz von Zähnen und Zunge, bis sie aufstöhnte und den Kuss ebenso leidenschaftlich erwiderte. Was genau verleitet dich zu der Annahme, du hättest es vermasselt? fragte er, als sie eine Atempause einlegten. Feine, vertikale Linien formten sich zwischen ihren Brauen. Hör auf, mich anzuraunzen, sagte sie und ballte die Faust in seinem Haar. Ich höre erst dann auf, wenn du Vernunft annimmst. Seine Hand glitt streichelnd von ihrer Kehle zu ihrem Bauch, während er sie wieder küsste. Ihre Rippen fühlten sich so zart an, ihre Brüste so verlockend durch die dünne Spitze ihres BHs. Wir werden nicht das ganze Programm in einer einzigen Nacht durchziehen. Wo bliebe dabei auch der Spaß? Charlotte gab einen unwirschen Laut von sich und zog an seinen Haaren. Ich sagte, hör auf, mich anzuraunzen. Sie haben ein hitziges Temperament, Miss Bird. Ein finsterer Blick. Das brauche ich in deiner Gegenwart auch. Sie versetzte ihm einen Schubs gegen die Brust und drückte ihn auf den Rücken. Ich möchte jetzt gewisse Dinge mit dir tun. Sein Schwanz, der schon jetzt steinhart war, zuckte begierig. Ach ja? Ja. Sie bot einen göttlichen Anblick, als sie sich auf seine Schenkel setzte, vor allem, da ihr Haar sich aus dem Knoten zu lösen begann. Dann fasste sie an seine Gürtelschnalle und ihm stockte der Atem. Sie biss sich auf die Unterlippe, während sie mit sinnlicher Konzentration den Gürtel aus den Schlaufen zog, beiseite warf und seinen Reißverschluss öffnete. Er kooperierte, als sie auf seinen Beinen nach hinten rutschte und ihm dabei seine Hose samt Unterhose abstreifte. Sie warf beides auf den Boden, dann setzte sie sich wieder rittlängs auf seine Schenkel und heftete den Blick auf seine mächtige Erektion. Ich verstehe nicht, wie das in mich hineinpasst, murmelte sie und umschloss ihn mit ihren zierlichen, geschickten Händen. Er stöhnte. Ein durchtriebenes, kleines, leicht schüchternes Lächeln glitt über ihre Züge, als Charlotte ihn zu streicheln begann. Gabriel schloss die Augen und hob ihr das Becken entgegen. Er war absolut nicht darauf gefasst, als er plötzlich ihren heißen, feuchten Mund um seine Spitze spürte. Fuck! Er handelte nur noch instinktiv und legte die Hand auf ihren Nacken, ehe er sich stoppen konnte. Er nahm sie sofort weg, als Charlotte sich versteifte, dann ließ er sich ächzend aufs Bett zurücksinken und streckte beide Arme weit von sich. Oh, verdammt! Jetzt wirst du es mir nicht mehr mit dem Mund besorgen, oder? Die Anspannung wich aus ihren Muskeln, als sie sich aufsetzte und ihn ansah. Ihre Halsschlagader pulsierte schnell, doch noch immer umspielte dieses kleine, schelmische Lächeln ihre Lippen. Ist das deine einzige Sorge? Wenn dein Mund auch nur in der Nähe meines Ständers ist, verwandeln sich meine Gehirnzellen in Mus. Lachend fuhr sie mit den Fingernägeln über seine Brust. Aber du musst dich benehmen. Es war ein neckischer Kommentar. Doch ihre Augen waren umschattet. Das werde ich, versprach er. Der Tag würde kommen, an dem er die Hand in ihren Haaren zur Faust ballen konnte, um sie anzuleiten und ihr zu zeigen, wie er es mochte. Aber sie wagte sich schon jetzt weit über das hinaus, was man hätte erwarten dürfen. Darum lag er einfach nur da und genoss es. Und es war verdammt gut. Charlotte stieg immer wieder die Röte ins Gesicht, als sie früh am nächsten Tag mit Gabriel am Spielfeldrand stand. Es war ein kalter Samstagmorgen und das Highschool-Team, das er trainierte, spielte wie der Teufel. Das nächste Mal errötete sie um elf bei ihrem Backkurs, was ihre neuen Freundinnen Juliet und Aroa dazu bewog, sich scherzhaft nach ihrem Freitagabend zu erkundigen, wodurch sich ihre Wangen noch eine Schattierung dunkler färbten. Charlotte konnte noch immer nicht glauben, dass sie Gabriel oral befriedigt hatte. Anschließend hatte er sie ans Bettende gezogen und sich revanchiert, eine Hand fest um ihre Brust geschlossen, ihr Schenkel auf seiner muskelbepackten Schulter. Gott, der Mann konnte himmlisch unerbittlich sein, wenn er ein Ziel vor Augen hatte. Einmal noch, Miss Baird. Die Erinnerungen an seine rauen, verführerischen Worte waren ihr noch so lebhaft im Gedächtnis, dass sie seinen Eltern bestimmt nicht in die Augen schauen konnte, wenn sie und Gabriel den gesamten Bischop Azera-Klan am Nachmittag zu einem Grillfest in einem hiesigen Park trafen. Wie so viele Parks in Auckland lag er am Fuß eines inaktiven Vulkans und war voll mit großen Bäumen, darunter herrlich blühende Kirschbäume, die den nahenden Frühling schon vorweg nahmen, bot jedoch auch jede Menge freier Flächen. Die Grillparty fand zu Ehren von Josephs Geburtstag statt und Charlotte hatte ihm eine DVD mit glorreichen Rugby-Momenten besorgt, von der sie hoffte, dass sie ihm gefiel. Doch vor dem Auspacken der Geschenke und dem Essen würde es erst noch ein freundschaftliches Rugby-Spiel geben. Aus diesem Grund hatte Charlotte sich für Jeans und T-Shirt, über dem sie einen dünnen Pulli trug, anstatt für ein Kleid entschieden. So sehr sie auch an ihren Rugby-Fähigkeiten zweifelte, würde Kneifen nicht akzeptiert. Das Spiel ist eine Tradition, hatte Gabriel erklärt und sie hart auf den Mund geküsst. Jeder nimmt daran teil, bis auf denjenigen, der als Schiedsrichter fungiert. Gelegentlich lassen wir eine Schwangerschaft oder gebrochene Gliedmaßen als Befreiungsgrund durchgehen, doch wird diese Entscheidung von Fall zu Fall getroffen. Jetzt stand er, den oval geformten Ball unter den einen Arm geklemmt, den anderen locker um Charlottes Schultern gelegt neben ihr. Wo zur Hölle steckt Sailor? Charlotte blickte sich um und sah, dass Issa und Emmaline, Sailors Frau und Tochter, schon da waren. Es war Alison, die Gabriels Frage beantwortete. Ich habe ihn gebeten, Brian mitzubringen. Sie müssten bald hier sein. Charlotte rechnete damit, dass es mit Gabriels guter Laune nun vorbei sein würde, aber er schüttelte nur den Kopf. Lass dich nur nicht von ihm ausnutzen. Okay, Mom? Alison bedachte ihn mit einem schmerzlichen Lächeln. Diese Lektion habe ich ein für allemal gelernt. Trotzdem hat er nun mal dazu beigetragen, zwei in meiner Söhne das Leben zu schenken. Sie ging zu Gabriel und umarmte ihn. Zwei wundervollen Söhnen. Mit solch großen Herzen, dass sie ihn trotz allem, was er getan hat, wieder darin aufgenommen haben. Gabriel drückte seine Mutter an sich. Diese Herzen haben wir von dir. Charlotte wartete, bis Alison außer Hörweite war, bevor sie sagte, Du bist ein guter Mensch, Gabriel Bishop. Er zuckte lächelnd die Achseln. Du machst mich zu einem besseren Menschen. Er küsste sie, begleitet von Asimus und Amalines ungestümem Gekicher. Du hattest recht damit, dass der Zorn mich auffrisst. Er war toxisch. Dann traf Sailor mit Brian ein. Gabriel half dabei, es dem gebrechlich wirkenden Mann auf einem Stuhl bequem zu machen und ihm eine Decke über den Schoß zu legen. Dann steckte er zwei Finger in den Mund und stieß einen Pfiff aus. Aufs Spielfeld! Brian ist Schiedsrichter! Alle versammelten sich auf der offenen Rasenfläche. Als Charlotte zögerte, nahm Daniel, dem sie inzwischen vorgestellt worden war, sie bei der Hand und zog sie mit sich. Wir spielen Touch-Rugby ohne harten Körperkontakt. Esme für allen mal vor, wie man berühren darf. Das kleine Mädchen rannte zu Amaline und tippte ihr mit den beiden Handflächen gegen die Hüfte. Dann brach sie den Kontakt ab. Man darf nicht festhalten, Onkel Danny, sagte sie streng. Nur berühren. Hey, die Zuckerschnecke, das habe ich nur ein einziges Mal gemacht. Er klang so gekränkt, dass Charlotte sich das Lachen verkneifen musste. Dann hörte sie zu, als Gabriel erklärte, normale Regeln, werft, bevor ihr berührt werdet, maximal sechs Berührungen bis zur Punktlinie, sonst muss der Ball an den Gegner abgegeben werden. Keine Pässe nach vorn. Habe ich irgendwas vergessen? Amaline hüpfte auf und ab. Man muss nochmal berühren, um wieder anzufangen. Richtig. Gabriel zog sie an einem ihrer Zöpfe, um es zu demonstrieren. Allison teilte die Gruppe in zwei Mannschaften auf. Dabei trennte sie die Paare. Ein bisschen Konkurrenzkampf tut gut, meinte sie augenzwinkernd. Charlotte landete in dem Team, das pinkfarbene Armbänder tragen durfte. Ihre Mitspieler waren Sailor, Asma, Daniel und Allison. Ich bin die Langsamste, erklärte Allison. Dafür hat Daniel Flügel an den Füßen. Somit gleicht sich das wieder aus. Aber ihr habt auch noch mich am Hals, hielt Charlotte dagegen. Ich liebe Rugby, aber ich kann es nicht spielen. Gib uns ein paar Jahre, dann wirst du es können, prophezeite Sailor. Passe immer zu Asma, wenn du kannst. Dieser Krümel ist schlüpfrig wie ein Aal. Aber wenn er erst mal in Fahrt kommt. Los geht's, verkündete Gabriel und das Spiel begann. Als Danny den Ball das erste Mal zu Charlotte passte, ließ sie ihn fallen, was dazu führte, dass er an die Gegenseite abgegeben werden musste. Asma tätschelte ihr die Hand. Nicht schlimm, Charlie, das passiert mir auch manchmal. Hey, weniger gequatsch und mehr Spieleifer, ihr Transußen, rief Gabriel grinsend. Charlotte funkelte ihn mit zusammengekniffenen Augen an. Dafür wirst du büßen, T-Rex. Er zwinkerte ihr zu, dann berührte er den Ball mit dem Fuß, um das Spiel fortzusetzen und passte ihn nach hinten, direkt in Jakes ruhige Hände. Von dort flog er zu Joseph, dann zu Emmaline, die über das halbe Spielfeld sprintete, bevor sie Mami rief und den Ball noch rechtzeitig zu Isa warf, bevor Allison sie berührte. Isa hätte es über die Mallinie geschafft, wäre sie nicht von ihrem Ehemann abgeblockt worden. Tut mir leid, Schatz, sagte Sailor und stahl ihr einen Kuss, aber dies ist der Krieg. Nimm dich in acht, Kumpel. Mit konzentrierter Miene setzte Isa das Spiel wieder in Gang, aber durch eine Folge von Berührungen brachte das Pinke-Team den Ball wieder in seinen Besitz. Dieses Mal fing Charlotte den Ball und passte ihn zu Asma, die schnell war wie eine kleine Rakete. Sie warf ihn zu Sailor, der ihn an Danny abgab, bevor er wieder bei Charlotte landete, während ihre Mannschaft sich über das Spielfeld bewegte. Sobald Charlotte die Mallinie sah, rannte sie so schnell sie konnte. Sie hatte sie fast erreicht, als starke Arme sie von den Füßen hoben. Onkel Gabe schummelt, protestierte Asma lautstark, während Charlotte Mühe hatte, nicht zu lachen. Hier! Sie warf den Ball in die kleinen Hände des Mädchens. Mit überglücklichem Gesicht legte Asma den Ball hinter der Mallinie ab, als Gabriel Charlotte wieder absetzte. Ich dachte, es gäbe Regeln bei diesem Spiel, sagte sie zu ihm. Er küsste sie. Meistens schon. Sie spielten noch weitere 20 Minuten in denen Amaline einen Punkt für die Gegenseite erzielte, nachdem Gabriel den Ball für sie bis zur Mallinie gebracht hatte. Alle anderen Versuche wurden durch schnelle, erlaubte Berührungen oder absolut unerlaubte Körperblockaden vereitelt. In einer Situation warf Sailor sich Isa einfach auf die Schulter und rannte mit ihr in Richtung der Bäume davon. Ich glaube nicht, dass ich je so viel gelacht habe, sagte Charlotte, als sie hinterher, flankiert von Gabriel und Danny im Gras lag, um ein Sonnenbad zu nehmen. Sie mochte Gabriels jüngsten Bruder sehr. Trotz seines zunehmenden Bekanntheitsgrads als Profisportler und der damit einhergehenden Aufmerksamkeit seitens der Medien als auch der Frauen, war er ein echter Schatz. Charlotte hoffte, dass er sein sanftmütiges Wesen niemals verlor. Ich liebe es, für mein Team zu spielen, sagte er in diesem Augenblick, aber diese Matches kann nichts überbieten. Ich halte Asma für ein echtes Nachwuchstalent. Ja, sie ist gut, pflichtete Gabriel ihm bei. Und Emma Lyne ist eine tolle Fußballspielerin. Ich habe mir vor einem Monat eines ihrer Schulspiele angesehen. Von Zufriedenheit erfüllt genoss Charlotte die Sonne, während die beiden sich unterhielten. Irgendwo schwirrte eine Libelle umher und sie konnte die Mädchen hören, die mit Jake und Sailor spielten. Es herrschte eine warme, lebendige, glückliche Atmosphäre. Genau das wünschte sie sich. Eine große, ausgelassene Familie, die jeden willkommen hieß. Sogar Menschen, die schwere Fehler begangen hatten. Das Klingeln von Gabriel Sandy unterbrach die traumartige Ruhe. Er hatte es nach dem Spiel wieder eingesteckt und zog es nun aus seiner Tasche. Bishop, meldete er sich, dann folgte eine Pause. Worum geht es? Zehn Minuten später machte er sich bereit zum Aufbruch, um ein unerwartetes Lieferproblem aus der Welt zu schaffen, welches das Aus für eine landesweite Kampagne bedeuten konnte, die heute anlaufen sollte. Nein, bleib du hier, sagte er, als Charlotte anstalten machte ihn zu begleiten. Ich regle das und bin rechtzeitig zum Essen wieder zurück. Kann Arnett sich nicht darum kümmern? Er war Gabriels Betriebsleiter und höchst kompetent. Er trifft mich dort, ich will ganz sicher gehen, dass wir die Situation unter Kontrolle bekommen. Ein Kuss und weg war er. Charlotte schaut ihm stirnrunzelnd hinterher. Dabei dachte sie wieder über das Thema Familie nach. Wie sollten sie je eine eigene gründen? Vorausgesetzt, ihre Aussetzer machten das zwischen ihnen nicht ohnehin kaputt. wenn Gabriel sich so gut wie nie Freizeit gönnte und selbst wenn er es tat, auf seine Arbeit fixiert war. Ein kleiner Ausrutscher. Na schön, ein verdammt großer Ausrutscher. Gabriel kehrte nicht rechtzeitig zum Essen zurück. Charlotte wurde von Jake und Asma heimgefahren, aber sie machte Gabriel keine Vorwürfe wegen seiner Arbeitsgewohnheiten, als er später am Abend nach Hause kam. Er wirkte schrecklich gestresst und sie wollte es nicht noch schlimmer machen. Sie tauschten zwar Zärtlichkeiten aus, trotzdem schlief sie in jener Nacht im Gästezimmer, genau wie am Sonntag, der etwas ruhiger verlief, da Gabriel nur wenige Stunden arbeitete. Sie machte sich Sorgen, doch sie schnitt das Thema nicht an, weil er sich am Nachmittag endlich entspannte. Hätte sie es zu diesem Zeitpunkt angesprochen, wäre vermutlich ein Streit daraus entbrannt, der ihn noch den letzten Rest mentaler Erholung gekostet hätte. Am nächsten Tag grübelte sie noch immer darüber, wie sie mit dem Problem umgehen sollte, als ein Dutzend rote Rosen an ihren Schreibtisch geliefert wurden. Ihr wollte das Herz brechen. Gleichzeitig konnte sie sich nicht vorstellen, dass er auf solch schäbige Weise mit ihr Schluss machen würde. Sie griff nach der Karte und öffnete sie. Gabriel? Er war Sekunden später bei ihr. Was ist passiert? Dann sah er die Blumen und hob die Karte auf, die ihr aus der Hand gefallen war. Dieses jämmerliche Stück Scheiße. Trotz der zornigen Worte war sein Tonfall eiskalt. Alles okay, Liebling? Sie streichelte seine Brust. Ihr Herz raste noch immer, doch da sie sich vom ersten Schock inzwischen erholt hatte, empfand sie in erster Linie Wut. Ja, es geht mir gut. Sie nahm die Karte und steckte sie in einen Umschlag, um sie an Detective Lee weiterzugeben. Ich werde die Rosen Tuck für seine Freundin mitgeben. Es wäre Verschwendung, sie einfach wegzuwerfen. Da sie den Strauß aus den Augen haben wollte, brachte sie ihn selbst in den Postraum. Tuck freute sich wie ein Schneekönig. Bist du sicher, dass du sie nicht willst? fragte er und strich über ein Blütenblatt. Sie sehen echt teuer aus. Ganz sicher. Charlotte lächelte. Er freut darüber, dass Richards widerliche Provokation nicht den gewünschten Effekt erzielt hatte. Ich hoffe, er bringt dir Glück. Tuck grinste. Die Frage stellt sich nicht. Heute wird sie mich lieben. Gabriel stand am Fenster in seinem Büro, als Charlotte zurückkam. Er hatte die Hände in die Hüften gestemmt und seine Schultern waren derart steif, dass er an eine Statue erinnerte. Sie ignorierte ihr klingelndes Telefon, schloss die Tür und ging zu ihm. Es ist alles in Ordnung, versicherte sie ihm und legte die Hände auf seine Brust. Komm her. Sie streichelte seinen Nacken, küßte ihn erst aufs Kinn, dann auf den Mund. Es dauerte eine Weile, doch schließlich entspannten sich seine Muskeln. Es geht dir wirklich gut? Ja, das tut es, was nicht zuletzt dein Verdienst ist. Sie hatte aus eigener Kraft große Fortschritte gemacht, aber irgendwann hatte ihr Heilungsprozess stagniert. Erst Gabriel hatte ihn wieder in Gang gesetzt, indem er sie herausforderte und von ihr erwartete, ihm auf Augenhöhe zu begegnen. Dafür danke ich dir. Er schloss sie in die Arme und so verharrten sie eine lange Weile. Charlotte hatte sich nie zuvor sicherer gefühlt, daran konnte auch die Tatsache nichts ändern, dass Richard ihr direkt nach seiner Freilassung Blumen geschickt hatte, zusammen mit einer Karte auf der stand, ich vermisse dich. Du darfst ihn nicht in deinen Kopf lassen, sagte sie, als sie sich voneinander lösten. So kommt er an dich heran. Er ist ein Insekt und wir ignorieren Insekten, wahlweise zerquetschen wir sie. Wir denken nicht über sie nach. Gabriels Mundwinkel hoben sich zu einem Lächeln. Das ist meine Miss Barrett. Ganz genau. Richard unternahm im Lauf der nächsten zwei Wochen weitere Versuche mentaler Manipulation, aber Charlotte ließ sie von sich abprallen, während sie sämtliche Beweise an Detective Lee weitergab. Richard war extrem auf der Hut, um die Grenze nicht zu überschreiten und wieder im Gefängnis zu landen, doch irgendwann würde er sich nicht länger beherrschen können, und dann hätten sie ihn. In der Zwischenzeit fand sie Geborgenheit in Gabriels Apartment und in seinen Armen. Er küsste sie jeden Morgen auf den Nacken, was sie erschauern ließ, und er küsste sie, wenn er sie Nacht für Nacht in ihr Nacht. Sie liebten sich in seinem Bett, trotzdem schlief sie in ihrem. Das eine Mal, als sie versucht hatten, zusammenzunächtigen, war sie derart panisch aus dem Schlaf geschreckt, dass sie ihm ein blaues Auge verpasst hatte. Natürlich war das nur passiert, weil er sie zu beruhigen versucht hatte, ohne sie dabei festzuhalten. Ihre daraus resultierende emotionale Verfassung hätte um ein Haar sämtliche Fortschritte zunichte gemacht. Tut es noch weh? Erkundigte sie sich zwei Tage später beim Frühstück. Gabriel tastete nach dem blaugrünen Bluterguss unter seinem einen Auge und seufzte. Davon werde ich mich wohl nicht mehr erholen, ich zartes Pflänzchen. Das ist nicht witzig. Sie hasste es, dass sie ihm wehgetan hatte. Ich habe beim Training schon Schlimmeres als das eingesteckt, Liebling. Er nahm sie zärtlich in den Arm. Dieser große, starke Mann, den es nicht kümmerte, dass sie einen Volltreffer gelandet hatte. Irgendwann werden wir im selben Bett schlafen. Er raubte ihr mit einem leidenschaftlichen fordernden Kuss den Atem. Bis dahin amüsieren wir uns eben auf andere Weise. Charlotte war da nicht ganz so zuversichtlich, aber als das Pfeilchen verblasste und sie sich immer mehr zu einem festen Paar entwickelten, hörte sie schließlich auf Dr. Max Rat und verzieh sich den Ausrutscher. Wenn sie darüber brütete, würde das nur zu Hemmungen führen. Trotzdem schmerzte es sie so sehr, dass sie spätnachts, wenn sie allein in ihrem Bett lag, die Tränen manchmal nicht zurückhalten konnte. Sie hasste den Gedanken, dass ein Teil ihrer Seele weiterhin gebrochen war. Doch mit Ausnahme dieser einen großen Hürde, die sie noch nehmen musste, das Leben mit Gabriel zu führen, das sie sich wünschte, liefen die Dinge gut. Der Mann, den sie anbetete, erwiderte ihre Gefühle, und in der Arbeit waren sie ein großartiges Gespann. An diesem Freitag war er gerade bei einem Meeting mit sämtlichen Gebietsleitern, Nachricht und erhielt eine Antwort. Er rief sie mehrere Male während Besprechungspausen an, um ihr Instruktionen zu komplexeren Aufträgen zu erteilen, die unter anderem beinhalteten, dass sie direkt mit den Geschäftsführern von Fertigungsbetrieben, Vizechefs und anderen hochkarätigen Leuten in Verbindung treten musste. Noch vor ein paar Monaten hätte sie allein bei diesem Ansinnen zu zittern und zu stottern angefangen und sich in eine Ecke verdrückt. Heute wurde sie mit Namen begrüßt, plauderte unbefangen mit den Leuten am anderen Ende der Leitung und hakte einen Punkt nach dem anderen auf ihrer Liste ab. Der T-Rex, dem sie einst ein Heft klammergerät und dann einen Muffin an den Kopf geworfen hatte, hatte ihr gut getan. Niemand konnte einen steinigen Weg ganz allein gehen. Noch nicht einmal Gabriel. Um zwei Ja, nachdem es mir sozusagen in die Hand gedrückt wurde. Gut. Charlotte hatte das Catering für das Meeting organisiert und sehr genaue Anweisungen gegeben, um sicherzustellen, dass ihm sein Essen persönlich ausgehändigt wurde. Wie läuft es? Bislang hat sich noch niemand wie ein Idiot benommen, antwortete er. Es wird noch eine Stunde dauern. Anschließend fahre ich zu dem Laden in North Shore, um mit den Angestellten zu sprechen. Das war typisch für Gabriel, der immer wieder als einer der aufgeschlossensten Chefs eines solchen Großunternehmens im ganzen Land gerühmt wurde. Jeder einzelne Mitarbeiter, vom unerfahrensten Neuzugang bis hin zum ältesten Wachmann hatte seine E-Mail-Adresse. Charlotte hatte seinen Posteingangsordner gesehen und sie wusste auch, dass er jede einzelne Nachricht beantwortete. Damit schlug er sich häufig die Nächte und die Wochenenden um die Ohren. In dem Bewusstsein, wie wichtig ihm das war, hatte sie angefangen, nach Wegen zu suchen, um tagsüber Zeit für ihn herauszuschinden, damit er sich im Büro um die E-Mails kümmern konnte, anstatt ständig Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Allerdings hieß das für sie, dass sie weitere Aufgaben übernehmen musste. Ich brauche eine Assistentin, sagte sie zu ihm, das, was ich für Anja war. Gabriel schnaubte abfällig, du hast ihren Job gemacht. Ja, du hast recht. Ich brauche eine echte Assistentin. Stell jemanden an. Soweit, so gut. Doch anstatt ein Jobinserat aufzugeben, suchte Charlotte Firmenintern. Dann bot sie die Stelle einer Mitarbeiterin an, die Potenzial zeigte. Die Frau brachte zwar nicht die nötigen Voraussetzungen mit, um automatisch eine Kandidatin für den Posten zu sein, aber sie leistete bessere Arbeit als andere, die technisch gesehen qualifizierter waren. Es war ein gutes Gefühl, der jungen Frau auf diese Weise eine Freude zu machen und ihr zu versichern, dass harte Arbeit registriert und honoriert werden würde. Sie fangen offiziell nächste Woche an, sagte sie. Damit bleibt der Personalabteilung genügend Zeit, um einen Ersatz für ihren derzeitigen Posten zu finden. Strahlend verabschiedete sich die Frau, um ihren Freundinnen von ihrem Glück zu erzählen und Charlotte begab sich wieder an die Arbeit. Um halb sechs war Gabriel noch immer nicht zurück. Als sie ihn anrief, informierte er sie, dass er die leitenden Angestellten des Ladens zum Abendessen ausführen wollte und bat sie, ihn in einem Restaurant auf der anderen Seite der Brücke zu treffen. Als sie gegen sechs in der Lobby eintraf, lächelte sie den diensthabenden Wachmann an. Bei Steven. Warte, Charlie, ich muss dich nach draußen geleiten, Befehl des Chefs. Der Wagen steht doch direkt vor der Tür. Sie konnte das wartende Taxi sehen, am Steuer ihr bärtiger Lieblingsfahrer. Ich werde mich bestimmt nicht mit Mr. Bishop anlegen. Das solltest du aber, er braucht das. Lachend drückte Steven auf den Knopf, der nach Feierabend die Türen öffnete. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich dir auch. Als sie gerade ins Taxi steigen wollte, brachte irgendetwas sie dazu, sich umzusehen. Sie hatte das Gefühl, beobachtet zu werden. Und diese Wahrnehmung war dermaßen stark, dass sie wusste, sie war nicht ihrer Paranoia geschuldet. Einen Sekunden Bruchteil glaubte sie, Richard am anderen Ende des Blocks zu sehen. Doch als sie noch einmal einen Blick dorthin warf, war niemand da. Obwohl die Sache sie beunruhigte, hatte sie sie aus ihrem Kopf verdrängt, als sie vor dem Restaurant ausstieg. Sie würde nicht zulassen, dass Richard den Sieg davon trug, indem er ihre Gedanken dominierte. Solange sie sich klug und vorsichtig verhielt, konnte er ihr nichts anhaben. Und auch Gabriel würde nicht in seiner Wachsamkeit nachlassen. Miss Baird, begrüßte Gabriel sie mit verschmitzt blitzenden Augen, als sie den Tisch erreichte. Ich freue mich, dass sie uns Gesellschaft leisten. Dieser durchtriebene Kerl. Obwohl sie kein Geheimnis mehr aus ihrer Beziehung machten, hatte niemand im Büro etwas davon mitbekommen. Charlotte war froh, dass sie nicht die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zog und die Vernunft gebot, dass sie sich in Situationen, die mit der Arbeit zu tun hatten, professionell verhielten. Allerdings machte Gabriel ihr die Sache nicht leichter, indem er unter dem Tisch mit dem Fuß gegen ihren tippte und mehr als einen zweideutigen Kommentar abgab, um sie zu necken, ohne dass es jemand registrierte. Um die Form zu wahren, bedachte sie ihn gelegentlich mit einem finsteren Blick, doch in Wahrheit war ihr nach Lachen zumute. Es war ein Abendessen in vergnüglicher Runde, die sich zusammensetzte aus Personen, mit denen Charlotte regelmäßig zu tun hatte und mehreren neuen Gesichtern. Als der Filialleiter, der neben ihr saß, sich zu ihr lehnte und sagte, hätten sie Lust, irgendwann einmal allein mit mir essen zu gehen, schüttelte sie lächelnd den Kopf, ich bin vergeben. Tja, das bedauere ich sehr, da hätte ich wohl schneller sein müssen. Als Charlotte zur anderen Seite des Tisches blickte, bemerkte sie, dass Gabriel angespannt und seine gute Laune aufgesetzt wirkte. Sie schlüpfte unbemerkt aus ihrem Stöckelschuh und strich mit dem Fuß über sein Bein. Der Glanz kehrte in seine Augen zurück, aber er war eindeutig verärgert darüber, dass ein anderer Mann ihr Avancen gemacht hatte. Da erkannte sie plötzlich, dass Gabriel mit ihrem Vorschlag sich bedeckt zu halten nicht ganz so einverstanden war, wie sie geglaubt hatte. Er hatte nur deshalb zugestimmt, weil sie sich im Scheinwerferlicht unwohl fühlte. Bei dieser Erkenntnis ging ihr das Herz auf. Ja, sie liebte diesen Mann wie verrückt und ihr Wunsch alle wissen zu lassen, dass er zu anzuhalten. Das würde sie ihm später am Abend klar machen. Sie verließen das Restaurant als letzte, nachdem Gabriel die Rechnung beglichen hatte. Auf dem dunklen Parkplatz hinter dem Lokal angekommen, drängte er sie mit unverhohlener Besitzgier mit dem Rücken gegen seinen Wagen. Dann hob er ihr Kinn an, legte die Hand an ihren Hals und küsste sie. Erbebend schlang sie die und zog leicht daran, bevor er lächelnd sagte, ich denke gerade an Diamanten auf nackter Haut. Ich bin ziemlich sicher, dass du mich dazu bereden könntest, mich auf dem Rücksitz auszuziehen, flüsterte sie und fühlte sich ganz verrucht dabei. Er quittierte das mit einem weiteren feuchten Kuss, wobei er ihr das Kleid nach oben schob und ihren Schenkel streichelte. Dann trat diese Idee im Hinterkopf, sagte er, nachdem er hinters Steuer geglitten war und sein Portemonnaie auf die Konsole geworfen hatte. Aber nicht auf dem Rücksitz, dafür bin ich zu groß. Charlotte steckte die Geldbörse in ihre Handtasche, damit er sie nicht im Auto vergaß. Ich mag dich groß. Wie unanständig, Miss Bert. Ich meinte nicht. Willst du damit andeuten, ich Wärme und Gewicht ihr inzwischen so vertraut waren. Charlotte verschränkte die Finger mit seinen, lehnte sich zurück und genoss die Fahrt, das Zusammensein mit dem Mann, der ihr gehörte. Allein der Gedanke ließ sie grinsen wie ein verknalltes Schulmädchen. Er parkte vor dem Apartmentgebäude. Sie stiegen aus und steuerten den Aufzug an. Die Türen gingen gerade auf, als Charlotte sich auf die Stirn schlug. Mist, ich wollte dich eigentlich bitten, an einem Laden zu halten, um Milch zu kaufen. Wir haben keine mehr. Soll ich schnell welche besorgen? Dauert nur ein paar Minuten. Gabriel hielt den Aufzug geöffnet. Fahr nach oben und zieh dir etwas Verführerisches an. Er beugte sich zu ihr und raunte. Ich bin für dieses winzige schwarze Teil mit den Schnüren, das ganz viel Haut freilässt. Errütend winkte sie ihn mit einem Finger zu sich. Wir brauchen nicht wirklich Milch. Er lachte auf. Vor deiner ersten Latte bist du nicht du selbst. Ich bin in fünf Minuten zurück. Ich warte auf dich. Sie warf ihm einen Luftguss zu, hielt die Schlüsselkarte an den Scanner und drückte auf den Knopf für das Penthouse. Doch nach nur fünf Schritten gefror ihr das Blut in den Adern. Wie bist du hier hoch gekommen? fragte sie den attraktiven blonden Mann, der neben der Wohnungstür stand. Seine Züge waren älter und gemeiner und er hatte eine Narbe auf der Wange. Aber es war ganz unverkennbar Richard. Der Müll wird entsorgt. Ich habe auf dich gewartet, sagte Richard mit einem makellosen Lächeln und lehnte sich gegen die Wand. Wir haben etwas zu bereden. Wir haben rein gar nichts zu bereden. Charlotte schlug das Herz bis zum Hals. Gleichzeitig flammte unbändiger Zorn in ihr auf. Verschwinde! Du Miststück! Richard ließ seine Maske wesentlich schneller fallen als beim ersten Mal. Deinetwegen habe ich Jahre im Knast verbracht und du kannst mir nicht mal Minuten geben? Du warst wegen dessen, was du getan hast im Gefängnis. Nur weil du mich dazu getrieben hast, gab er zurück. Wärst du eine echte Frau gewesen, nicht ich bin das wandelnde Armuts Zeugnis von uns beiden. Charlotte würde sich nicht unterkriegen lassen, würde nicht weglaufen. Sie war kein Freiwild mehr und sie war auch nicht mehr verletzlich. Ich bin jetzt dir nichts mehr zu sagen. Es wäre reine Zeitverschwendung. Oh, wir werden uns unterhalten, zischte er und stürzte sich auf sie. Du wirst vor mir kriechen, bevor ich mit dir fertig bin. Er wollte sie an der Kehle packen, aber er würde die Hölle zufrieren, als dass er sie dort noch einmal anfasste. Das durfte nur Gabriel und sonst niemand. Sie holte mit ihrer Handtasche aus und schlug sie Richard mit aller Wucht seitlich gegen den Kopf. Er taumelte und sie trat ihm zwischen die Beine. Als ihm gerade einen zweiten brutalen Kick versetzte, glitt hinter ihr die Aufzugtür auf. Das nächste, was sie hörte, war ein lautes Brüllen. Dann flog Richard rücklings gegen die Wand, danach war seine Nase schief und voller Blut. Gabriels zweiter Fausthieb brachte ihn zu Boden und das Messer in Richards Hand fiel lautlos auf den Teppich. Der dritte Schlag zertrümmerte ihm Knochen im Gesicht. Der vierte kostete ihn mehrere Zähne und das Bewusstsein. Das alles geschah derart schnell, dass Charlotte kaum Zeit hatte zu blinzeln, bevor Gabriel sich zu ihr umdrehte. Hat er dich angefasst? fragte er mit tödlicher Ruhe in der Stimme. Nein. In dem Bewusstsein, dass seine Selbstbeherrschung am seidenen Faden hing, er seinen Zorn jedoch niemals gegen sie richten würde, flog sie in seine Arme. Ich habe ihm eins mit meiner Handtasche verpasst. In diesem Fall hat sie sich als nützlich erwiesen. Gabriel lachte schopfendem Puls und vibrierenden Muskeln hielt er sie lange Minuten. Charlotte umarmte ihn ihrerseits in dem Wissen, dass allein ihre Gegenwart ihn davon abhielt, Richard totzuschlagen. Doch sie würde nicht zulassen, dass Gabriel wegen eines Psychopathen wie Richard im Gefängnis landete. Darum streichelte sie seinen Rücken, bis er sich wieder einigermaßen unter Kontrolle hatte. Ruf Detective Lee an, sagte er. Ich Die Polizistin lachte über die geröchelten, kaum verständlichen Anschuldigungen, die Richard, der nun wieder bei Bewusstsein war, gegen Gabriel ausstieß. Er hat eine Frau gegen einen mit einem Messer bewaffneten Irren verteidigt. Mit dem Irren meine ich sie. Detective Lee grinste, was ihre sehr spitzen Zähne zum Vorschein brachte, während sie das Messer in einen Beweisbeutel steckte und ihn Richard unter die Nase hielt. Mr. Bishop hat nur seine Fäuste benutzt. Kein Staatsanwalt wird je Anklage gegen ihn erheben. Sie nahm ihn fest und legte ihm Handschellen an, bevor die Sanitäter ihn für den Transport ins Krankenhaus auf eine Bahre verfrachteten. Gabriel hatte sein Gesicht übler zugerichtet, als Charlotte im ersten Moment angenommen hatte. Richard würde nie wieder hübsch sein, sondern seine Hässlichkeit für jedermann sichtbar mit sich tragen. Das schien nur angemessen. Die Menschen sollten vor solchen Scheusalen gewarnt werden. Der Umstand, dass er sie so bald nach seiner Entlassung attackiert hat, wird sich strafverschärfend auswirken, erklärte Detective Lee. Hoffentlich bekommen wir dieses Mal einen Richter, der ihn für alles verurteilt, was er getan hat. Charlotte hoffte das ebenfalls. Sie konnte es inzwischen mit Richard aufnehmen. Davon war sie überzeugt. Trotzdem hasste sie den Effekt, den der Angriff auf Gabriel hatte. Hey, sagte sie in dieser Nacht im Bett und stützte sich auf einem Ellenbogen auf, um Gabriel anzusehen. Du bist immer noch auf 180. Das spüre ich. Natürlich bin ich auf 180. Wäre ich nicht nach oben gekommen, weil ich vergessen hatte, dass du mein Portemonnaie hast, wärst du ihm hilflos ausgeliefert gewesen. Ich habe mich ganz gut gegen ihn zur Wehr gesetzt, erinnerte sie ihn. Richard hatte erwartet, dass ich noch die Charlotte von früher sein würde, aber das bin ich nicht mehr. Du bist unglaublich. Er zog sie zu sich heran und küßte sie leidenschaftlich. Trotzdem hätte er niemals auf diese Etage gelangen dürfen. Ich werde dafür sorgen, dass die Frau, die Richard dazu überredet hat, ihn mit nach oben zu nehmen, damit er seine Freundin überraschen kann, aus dem Gebäude ausziehen muss. Charlotte schaute ihn scharf an und schüttelte den Kopf. Er hat sie manipuliert. Darin ist er gut. Die arme Frau fühlt sich schon schlecht genug. Sie wohnte direkt unter dem Penthouse und hatte daher eine Schlüsselkarte für den Aufzug. Lass sie in Ruhe. Gabriel schob einen Arm unter den Kopf. Seine Kiefermuskeln malten. Ich wollte ihm jeden einzelnen Knochen im Leib brechen, ihn pulverisieren. Das kann ich nachvollziehen. Ihr erging es genauso. Jetzt vergiss Richard. Er ist nicht die Zeit oder die Energie wert. Gabriel legte den anderen Arm um sie, so dass seine Finger auf ihrer Hüfte ruten. Ich werde eine Weile brauchen, bis ich diesen Punkt erreiche. Hast du Lust, dir diese Zeit nackt mit mir zu vertreiben? Er machte von ihrem Angebot Gebrauch, doch als er sie anschließend zu ihrer Schlafzimmertür begleitete, hielt sie seine Hand fest. Bleib bei mir. Nein, entgegnete er ausdruckslos, es tut mir leid, Liebling, aber müsste ich heute erleben, dass du Angst vor mir hast. Er schüttelte den Kopf. Dann gab er ihr einen harten Kuss. Schlaf jetzt. Charlotte versuchte es, doch es gelang ihr nicht. Sie wälzte sich zwei Stunden lang im Bett, fand keine Ruhe, so sehr setzte ihr das Wissen zu, dass sie Gabriel nicht geben konnte, was er brauchte. Als sie ein Geräusch hörte, stand sie auf und haben. Was tust du hier? Dich beschützen. Dieser verfluchte Psychopath hätte dich fast erwischt. Ihr brach das Herz. Nein, sagte sie, das hätte er nicht. Sie ergriff seine Hand und zog daran. Komm mit, wir werden sowieso keinen Schlaf finden, darum schlage ich vor, wir legen uns auf die Couch und sehen uns einen Film an. Es wurde eine unruhige Nacht. Charlotte dämmerte immer wieder in Gabriels Arm ein und auch er döste zwischendurch ein wenig, aber sie konnten beide nicht richtig abschalten. Sie war zu frustriert über sich selbst, während er noch immer vor Zorn kochte. Zum Glück war der nächste Tag ein Samstag, an dem Gabriels Highschool- Mannschaft kein Spiel hatte. Sie waren beide mürrisch und unausgeschlafen und Charlottes Laune besserte sich nicht, als sie nach dem Duschen die Treppe hinunter ging und feststellen musste, dass Gabriel bereits an seinem Laptop arbeitete. Er saß am Esstisch und hatte sich eine Tasse Kaffee aus der Kanne eingeschenkt, die Charlotte zuvor aufgesetzt hatte. Aber er aß nichts. Gabriel, es ist Samstag. Sie warf die Hände in die Luft. Kannst du dir nicht ausnahmsweise einmal eine Pause gönnen? In dieser Woche hatte er bereits jeden Abend Arbeit mit nach Hause genommen. Er warf ihr einen finsteren Blick über seine nackte Schulter zu. Er hatte nur eine Jogginghose an, sein Haar war verstrubbelt, sein Kinn stoppelig. Ich checke nur meine E-Mails. Deine Arbeits E-Mails? Charlotte zog den Gürtel ihres dünnen roten Morgenmantels straff. Dann schlug sie Eier für ein Omelette auf. Meiner Einschätzung nach ist nichts davon dringend und selbst wenn es anders wäre, bezahlst du schließlich Leute dafür, dass sie dir etwas von deiner Last abnehmen. Du musst delegieren. Gabriel knallte den Laptop Zustand auf und schob seinen Stuhl zurück. Herrgott Charlotte, du wusstest immer, wie viel ich arbeite. Und ich dachte mir auch immer, dass du bald mit einem Bein im Grab stehst. Sie machte sich daran, die Eier zu verquirlen. Damals waren wir nicht zusammen, darum konnte ich nicht sagen. Aber jetzt sind wir es. Ich bin kerngesund. Du gönnst dir keine Ruhe. Du entspannst nicht. nicht. Ich bin immer sehr entspannt, nachdem wir gefickt haben. Spar dir den Versuch, mich aus der Fassung zu bringen, indem du Wörter wie Ficken benutzt. Sie goss die Eier in die Pfanne, so wütend, dass sie nicht einmal rot wurde, als sie das Wort hervor presste. Ich möchte ein Leben mit dir führen und keine Dreiecksbeziehung mit dir und deiner Arbeit. Er knurrte sie tatsächlich an. Ich bin wer ich bin Charlotte. Dasselbe gilt für mich, was nicht heißen soll, dass du mich nicht bei meinem Heilungsprozess unterstützt hättest. Sie gab das Omelette auf einen Teller und schob ihn auf den Tresen. Is. Er ignorierte das Omelette. Ich muss nicht geheilt werden. Damit machte er sie noch wütender. Sie holte eine Gabel und legte sie auf den Teller. Also bin ich die Einzige in dieser Beziehung, die mit Makeln behaftet ist. Immerhin lag es an ihr, dass sie mit dem Mann, den sie mehr liebte als ihr Leben, noch nicht einmal in einem Bett schlafen konnte. Verdammt! Gabriel fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Das habe ich nicht gesagt. Aber es hörte sich ganz sicher Arbeit, sagte sie nach ein paar Bissen. Ich werde ausgehen. Wohin? Er kam um den Tresen herum und baute sich vor ihr auf. Wohin auch immer ich will, verdammt! Charlotte knallte den Teller mit dem halb aufgegessenen Omelette auf die Theke und stolzierte davon. Gabriel folgte ihr nach oben zu ihrem Schlafzimmer. Verflucht nochmal Charlotte, diese Diskussion ist noch nicht beendet. Wenn du sie beenden willst, kannst du mit mir kommen. Andernfalls verzieh dich und stiere in dein Laptop. Sie schlug die Tür zu. Zumindest versuchte sie es. Gabriel blockte sie mit der Hand ab. Geh weg, ich will mich umziehen. Ich habe sie schon nackt gesehen, Miss Barrett, und das werde ich auch weiterhin tun. Er verschränkte die Arme und füllte den ganzen Türrahmen aus. Ein großer, grimmiger Mann, der nicht glaubte, dass sie die Herausforderung annehmen würde. In heller Wut ließ sie ihren Morgenmantel zu Boden gleiten. Verdammter Mist, Gabriels Glied wurde im Bruchteil einer Sekunde steinhart. Charlotte hatte nichts darunter getragen und jetzt stand sie in ihrer ganzen herrlichen kurvigen Pracht vor ihm, ihre Haut gerötet vor Zorn, ihre Haare eine wilde Mähne um ihr Gesicht. Ohne auch nur darüber nachzudenken, ging er zu ihr, hob sie hoch und warf sie aufs Bett. Sie keuchte und ihre Augen schossen Blitze. Was glaubst du, was du da tust? Er riss sich die Jogginghose vom Leib und legte sich auf sie, indem er sich auf den Unterarmen abstützte. Unsere Diskussion zu Ende bringen. Er nahm ihr die Brille ab und schleuderte sie in Richtung Nachttisch. Ha, ich bin… Er erstickte ihre Worte mit einem Kuss und fasste nach ihrer Brust. Charlotte versetzte ihm einen Stoß gegen die Schultern. Er hob den Kopf. Was? Du begehrst mich? Sie begehrte ihn immer. Und das war die tollste Sache der Welt. Ich bin wirklich, wirklich wütend auf dich. Gut, dann werden wir eben wütenden Sex haben. Er küsste sie wieder, stieß die Zunge tief in ihren Mund und knetete ihre Brust fester, als er es je zuvor getan hatte. Sie vergrub die Hände in seinen Haaren und zog daran. Sein Kopf fuhr hoch. Was ist? brummte er. Wir werden keinen Sex haben, antwortete sie schwer atmend. Ich gehe aus. Er drängte das Becken gegen ihres, sodass seine Erektion über ihre Verlust geschwollene Vagina glitt. Stöhnend bog sie den Hals zurück. Er küsste ihn und saugte so fest daran, dass ein Mal zurück blieb, bevor er an einem Nippel zog und in Zwischen Daumen und Zeigefinger rollte. Dann ließ er den schiften, um sich von ihm in Besitz nehmen zu lassen. Gabriel. Ja? Er streichelte mit seiner freien Hand ihren Schenkel, dabei glitt sein gieriger Mund zu ihrer anderen Brust und saugte kraftvoll an der Spitze. Dann grub er die Finger in ihren Schenkel und fuhr mit den Zähnen über ihr weiches Fleisch, bis sie stöhnte. Bitte, flehte sie atemlos, bitte was? Er bewegte sich rhythmisch vor und zurück, drang nur mit der Spitze in sie ein und zog sich wieder aus ihr zurück. Es war die pure Folter, wie sie sich heiß und gierig um ihn zusammen zog. Gleichzeitig fühlte es sich unbeschreiblich gut an. Ihre Nägel gruben sich in seine Schultern, ihr Becken hob sich ihm entgegen. Du weißt schon, sag es. Er zog eine Bahn von Küssen von ihren Brüsten bis zu ihrem Hals. Dann legte er die Hand darum, um ihre Aufmerksamkeit zu erringen. Sag es. Sie stöhnte. Fick mich, Gabriel. Mehr musste er nicht hören. Er fasste sie unter dem Knie, hob es an und winkelte es seitlich ab, bevor er mit einem einzigen wuchtigen Stoß in sie eindrang. Er entfuhr ein leiser Lustschrei, dann zog sie seinen Kopf zu einem Kuss zu sich heran, der so feucht und ungestüm war wie der Sex. Er ritt sie gnadenlos, streichelte dabei über ihre Klitoris mit rauen Fingern, bis sie kam, während er unablässig in sie hineinstieß. Sobald ihr verschwitzter Körper schlaffte, drückte er ihre beiden Schenkel zurück und Charlie Mouse gegen T-Rex Finalrunde Als Gabriel wieder zu Sinnen kam, registrierte er mit leiser Bestürzung, dass er noch immer auf ihr lag und sie mit seinem Gewicht unter sich begrub. Charlotte? Was? Sie biss ihn fest in die Schulter. Er musste grinsen. Alles okay? Sie funkelte ihn an und spannte die Schenkel um seine Hüften an. Ich bin immer noch wütend auf dich. Sein Penis, der heute in Höchstform war, zuckte in ihr, als Gabriel wieder eine ihrer appetitlichen Brüste umfasste. Du wirst ein paar Male davon getragen haben, schwache, aber trotzdem sichtbare an ihrer Brust von seinen knetenden Fingern, außerdem gerötete Stellen an ihrer Haut, wo seine Bartstoppeln sie gekratzt hatten, und die dunkelrosa Linien, die seine Zähne auf der anderen Brust hinterlassen hatten, ganz abgesehen von ihren vom Küssen geschwollenen Lippen. Man sah, dass sie gründlich hergenommen worden war, dass sie ihm gehörte. Kannst du deinen Rücken fühlen? fragte sie spitz, wobei ihre haselnussbraunen Augen blitzten. Irgendeine Wildkatze ist mit ihren Krallen über mich hergefallen. Er küsste besagte Wildkatze und wurde damit belohnt, dass sie ihn in die Zunge biss. Und sie beißt auch noch. Charlotte fuhr wieder mit den Fingernägeln über seinen Rücken, spürte die Schrammen, die sie dort hinterlassen hatte. Er atmete zischend aus und stieß mehrere Male in sie hinein. Als sie erschauerte, strich er mit den Lippen über ihren Hals und streichelte ihren Po. Der Sex war absolut unglaublich. Hart und grob und ungezügelt. Du hast meinen Nacken nicht berührt. Daran werden wir arbeiten. Er küsste sie auf den Mund. Solange ich dich aufs Bett werfen und dich mit meinem Liebesprügel wie ein Höhlenmensch zum Höhepunkt bringen darf, fehlt es mir nichts. Ihre Schultern bebten und ihr entschlüpfte ein prustender Laut. Ich lache nicht. Und ich werde deinen hübschen Brüsten keinen Knutschfleck verpassen. Gleich darauf tat er es doch. Danach verlangte sie einen Kuss und drohte ihm, dass sie ihm einen Knutschfleck an einer Stelle machen würde, wo er ihn nicht verstecken könnte, bevor sie sich mit einem lustvollen Schauer aufbäumte, als er wieder rhythmisch in sie hineinzustoßen begann. Dieses Mal war er nicht grob. Der Höhlenmensch hatte seine Befriedigung gehabt. Stattdessen streichelte er sie überall, küsste die Male auf ihrer Haut, biss sie sanft und kostete es in vollen Zügen aus, seine Miss Baird verrückt zu machen. Sie rächte sich, indem sie ihre Fersen in sein Gesäß stemmte, die Zähne in seiner Schulter vergrub und so heftig kam, dass er nicht den Hauch einer Chance hatte, seinen eigenen Orgasmus in Schach zu halten. Eine Stunde später spülte er ihm war sie köstlich verschwitzt und klebrig gewesen. Satt und zufrieden hätte er sich am liebsten einfach nur mit ihr auf die Couch gelümmelt, aber sie hatte ihm ein Ultimatum gestellt. Entweder gingen sie zusammen aus, oder sie würde allein losziehen. Gabriel reagierte nicht gut auf Ultimaten, aber Charlotte schien zu denken, dass es zu seinem eigenen Besten geschah. Das musste er noch während Charlotte ihr hübsches gelbes Sommerkleid und dazu eine himmelblaue Strickjacke anzog. Dann vertilgte er den Rest des kalten Omelettes sowie drei Scheiben Toast und sie machten sich auf den Weg. Er hielt an einem Kaffee, wo er ihr einen schaumigen Latte und sich einen schwarzen Kaffee besorgte. Du solltest meinen mal probieren, meinte sie. Er ist köstlich. Aber trink du ihn nur, Mr. Liebesprügel. Gott, er liebte ihren Witz, aber noch mehr liebte er es, dass sie ihm genug vertraute, um ihren Schutzschild zu senken. Wohin möchtest du? fragte er, als sie wieder bei seinem SUV waren. Wie wäre es mit dem Winter Garden? Gabriel steuerte den Wagen zur Auckland Domain, dem weitläufigen Landschaftspark in der Stadtmitte. großen alten Gewächshäusern, die gemeinhin als die Wintergärten bekannt waren, am nächsten lag, passierte den Teich mit dem Springbrunnen darin und fand einen Parkplatz unterhalb des Museums. Das Gebäude, das auf dem mit gepflegten Grasflächen bewachsenen Hügel thronte, hob sich majestätisch gegen den Hintergrund ab. Jenseits der landschaftlich gestalteten Areale, zu denen auch Spielfelder wie zum Beispiel ein Cricketplatz zählten, war die interessant verwachsenen Ästen gesäumt. Ich liebe es hier, sagte Charlotte mit einem vergnügten Lächeln und nahm seine Hand. Auf einmal schien es ihm gar nicht mehr so schlimm, dass er nicht an den Akten arbeitete, die er hatte durchgehen wollen. Er ließ ihre Hand los und legte ihr stattdessen den Arm um die Schultern. Ist deine Wut verraucht? Nein, sie nippte in ihrem Kaffee. Wir werden darüber reden. Über was? Gabriel leerte seinen eigenen Becher und warf ihnen den Abfall, bevor sie das erste Gewächs aus betraten. Sehr witzig, Gabriel. Ihr Gesicht begann zu leuchten angesichts der Blumenpracht im Inneren des Glasgebäudes, das im frühen zwanzigsten Jahrhundert erbaut worden war und dessen gewölbte Decke hoch genug war, dass darunter neben den Blumen auch eine Anzahl großer Bäume Platz fand. Mann, schau dir nur diese Narzissen an, sagte Charlotte. Gabriel hatte kein echtes Faible für Pflanzen, dafür aber für Charlotte. So ließ er sich von ihrer Begeisterung anstecken, entsorgte ihren leeren Kaffeebecher und bewegte sie dazu, sich unter einen herabhängenden Farn zu stellen, um mit seinem Handy ein Foto zu machen. Lachend tat sie, als ihre Haare und angesichts des Bildes, das dabei entstand, musste er grinsen. Lass es mich sehen, sagte sie und schob sich in seinen Arm. Ich verlange eine Bezahlung. Gabriel beugte den Kopf und stahl ihr einen heißen, süßen Kuss. Dann verließen sie das erste Gewächshaus. Das lange, rechteckige, dekorative Wasserbecken, welches das temperierte Haus vom Tropenhaus abtrennte, war voller Seerosen, deren grüne Blätter im hellen Sonnenlicht glänzten. Der Bereich um das Becken war relativ leer. Nur ein kleines Mädchen kniete auf allen Vieren am Rand und schaute fasziniert hinein, während seine Eltern es von einer nahen Holzbank aus im Auge behielten. Schlingpflanzen umrangten die große Pergola hinter ihnen, die parallel zum Becken verlief. Trotzdem konnte man einen Blick auf die Marmorstatuen darin erhaschen. Möchtest du in das andere Gewächshaus gehen oder lieber in den Fahngarten? In den Fahngarten. Sie wandten sich nach links und betraten den kühlen, ummauerten Garten, der nur voneinander kreuzenden Trägern überdacht wurde und in dem eine Vielzahl heimischer Fahne und Bäume wuchs. Nur das enthusiastische Zwitschern eines Tuis war zu hören, als sie dem sanft abfallenden Spazierweg folgten und dann die Stufen zu der Holzbank auf der zweiten Ebene hinabstiegen. Komm, setz dich zu mir, forderte Charlotte ihn auf. Gabriel nahm neben ihr Platz, legte den Arm auf die Lehne und streckte die Beine aus. Ich muss zugeben, es war eine gute Idee. Er hatte nicht das Bedürfnis, zu seinem Handy zu greifen, sondern kostete die friedvolle Stille in vollen Zügen aus. Charlotte legte die Hand auf seinen Schenkel und wandte ihm das Gesicht zu. Natürlich war es eine gute Idee, sagte sie mit ernster Miene. Du brauchtest eine Pause. Er runzelte die Stirn. Ich arbeite gern, Charlotte. Ich weiß. Charlotte zog ein Bein auf die Bank und winkelte es an. Aber du gönnst dir keine Zeit, um das Leben zu genießen. Du stehst ständig unter Strom. Sie sah die Verärgerung in seinem Gesicht, spürte, wie sich sein Schenkel anspannte. So reagierte er immer, wenn sie ihn mit seinem hohen Arbeitspensum konfrontierte. Aber dieses Mal würde sie keinen Rückzieher machen. Ich liebe dich, sagte sie leise. Und stahlgraue Augen versenkten sich in ihre. Was hast du gesagt? Die Worte kamen ihr unglaublich leicht über die Lippen, weil sie ihm galten. Ich liebe dich. Er zog sie auf seinen Schoß und lächelte auf diese anbetungswürdige Weise, bei der die Grübchen in seinen Wangen zum Vorschein kamen. Ich liebe dich auch. Von heilloser Freude durchströmt, nahm sie sein Gesicht zwischen beide Hände. Ich liebe dich, wiederholte sie, darum ertrage ich es nicht zu wissen, dass in deinem Inneren etwas an dir zehrt. Charlotte hatte eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was es war. Aber Gabriel musste sich der Sache selbst stellen, wenn sie Fortschritte machen wollten. Sein Lächeln wich einem Ausdruck männlicher Verdrossenheit. Es geht mir gut, Charlotte. Hey, sie schlang ihm die Arme um den Hals. Tu das nicht, schließ mich nicht aus. Als er starsinnig schwieg, beschloss sie es auf seine Art zu versuchen, nachdem Sanftheit nicht fruchtete. Du benimmst dich wie ein feiges Huhn. Er verengte die Augen zu schlitzen. Sag das nochmal. Sie lächelte unschuldig. Was denn? Ihnen sitzt der Schalk im Nacken, Miss Baird? Es gibt einen Grund, warum du so hart schuftest. Behaupte nicht, dass das nicht stimmt. Er atmete tief ein. Ich muss mich bewegen. Sie standen auf und verließen die Gartenanlagen, dann spazierten sie in Richtung der wunderschönen alten Bäume, während um sie herum die Blätter im Wind raschelten. Etwas zerbrach in meiner Mutter, als wir in der Er war komplett hilflos gewesen, hatte den Boden unter den Füßen verloren, sie empfand schreckliche Wut auf Brian. Nie zuvor war ihr so sehr bewusst gewesen, über welche Größe und Herzensgüte Gabriel verfügen musste, wenn er einen Weg gefunden hatte, seinen Vater zurück in sein Leben zu lassen. Wie reich bist du? Denkst du schon jetzt an Scheidung? Sie stupste ihn mit dem Ellbogen an. Ich weiß, dass du millionenschwer bist. Das wusste ich seit dem Augenblick, als ich dein Apartment gesehen habe, auch wenn ich mir noch nicht im Klaren darüber war, was du als Profisportler verdient haben musst und was du heute als Geschäftsführer verdienst. Dein Immobilienportfolio und deine Aktienoptionen einmal ganz außer Acht gelassen. Worauf willst du hinaus? Das erfährst du gleich. Ein kurzes Nicken. Charlotte blieb vor ihm stehen und sah ihn an. Du kannst es dir leisten, eine Atempause einzulegen, beschwor sie ihn und legte die Hände auf seine Brust. Du musst nicht permanent Geld verdienen. Selbst wenn ich jeden Monat ein Diamant Armband von dir verlangen würde, bin ich sicher, es würde kein großes Loch in deine Kasse reißen. Seine Mundwinkel hoben sich leicht, als er sie um die Hüfte fasste. Du kannst jeden Monat ein Diamant Armband haben, aber du musst sie alle gleichzeitig tragen und zwar nackt im Bett. Nein, warte, ich habe eine bessere Idee, du wirst ein Diktat aufnehmen, während du ausschließlich Diamanten trägst. Gabriel? Er fuhr mit dem Daumen über ihre Hüft Knochen. Ich bin nicht sicher, ob ich weiß, wie man kürzer tritt. Dann werden wir daran arbeiten. Er musste lächeln, als er das Echo seiner eigenen Worte hörte. Und währenddessen wirst du mich nach draußen schleifen, damit ich mir Blumen ansehe und in einem öffentlichen Park herum schmuse? Wir schmusen nicht herum, das werden wir aber. Doch anstatt sie zu küssen, fasste er in seine Tasche und zog einen Zettel heraus. Dies ist ein Ehevertrag. Ihr Mund wurde trocken. Du fragst mich, ob ich dich heiraten will? Nein, du wirst mich heiraten. Gabriel nahm ihre Hand und steckte ihr einen Ring an. Der Diamant war groß genug, dass sie Richard damit hätte K.O. schlagen können. Das Design hingegen war so grazil, die Größe so perfekt, dass Charlotte wusste, er hatte ihn eigens für sie anfertigen lassen. Dies, sagte Gabriel und hielt den Zettel hoch, sind die Bedingungen. Stirnrunzelnd griff Charlotte danach. Ich habe nichts gegen einen Ehevertrag einzuwenden, aber das war der unromantischste Nicht-Heiratsantrag aller Zeiten. Sie faltete das einzelne Blatt Papier auseinander und überflog die handgeschriebene Liste. Vorehelicher Vertrag zwischen Gabriel Bishop und Charlotte Baird. Du, Charlotte, wirst deinen Verlobungsring und oder deinen Ehering zu jeder Zeit tragen, damit dich keine anderen Männer anbaggern. Sollte es dennoch einer wagen, wirst du es deinem Ehemann erzählen, damit dieser den Betreffenden in den Hintertreten kann. Du wirst den Nachnamen Bishop annehmen. Du wirst allem beipflichten, was dein Ehemann sagt, und niemals mit ihm streiten. Du darfst niemals andere Unterwäsche als halbnackt ein Diktat aufzunehmen, um eine der Bürofantasien deines Mannes zu befriedigen. Als Gegenleistung wird dein Ehemann eine oder mehrere deiner eigenen schmutzigen Fantasien befriedigen, welche du ihm, wie du hiermit versprichst, detailliert beschreiben wirst. Charlotte sah auf, ohne den Rest zu lesen. Das ist eine lächerliche Liste. Sie ist verhandelbar. Sie knüllte den Zettel zusammen und stemmte die Fäuste in die Hüften. Versuche das ja nicht mit mir, Gabriel Bishop. Er hatte die hinterlistige Angewohnheit, Klauseln in Verträge einzufügen, die ihm gar nicht viel bedeuteten, worauf seine Verhandlungspartner in der Regel alles daran setzten, diese zu eliminieren und ihm am Ende gaben, worauf er es eigentlich abgesehen hatte. Was ihm jetzt gerade vorschwebte, war, dass sie ihn heiratete und vermutlich noch Punkt eins und zwei, okay, vielleicht auch noch sechs und sieben. Ich werde dich nicht heiraten. Sie zog den Ring von ihrem Finger und steckte ihn in Inztasche, als er ihn nicht nehmen wollte. Er bleckte die Zähne. Doch, das wirst du. Nicht, solange ich nicht die Nacht mit dir durchschlafen kann. Sie blieb dicht vor ihm stehen und verschränkte die Arme. In meiner Welt schlafen eher Leute nicht getrennt. Es war jetzt schon schwer genug, aber wenn sie heirateten und sie in jeder Hinsicht seine Partnerin wäre, würde es ihr jede Nacht, die sie allein verbrachte, das Herz zerreißen. Na schön, sagte er, du willigst ein, mich sofort zu heiraten, sobald du eine ganze Nacht in meinem Bett geschlafen hast. Mit dem dumpfen Gefühl, dass er sie zu guter Letzt doch noch ausgetrickst hatte, nickte sie. Nachdem du mir einen anständigen Antrag gemacht hast. Sein Haifischgrinsen verursachte ihr ein heißes Prickeln auf der Haut. Abgemacht. Diskutiere niemals mit einer resoluten Charlie-Maus. Ich bleibe, informierte Charlotte Gabriel in dieser Nacht. Sein Duft, seine Berührung, alles war ihr so vertraut, dass sie sich absolut sicher fühlte. Es war an der Zeit, dass ihr Unterbewusstsein auf den Zug aufsprang. Und ja, sie wollte ihn heiraten. Okay, stimmte er mit leichtem Argwohn zu. Mit zusammengekniffenen Augen beobachtete sie ihn, aber als er gähnend die Lieder schloss, kuschelte sie sich an ihn und tat es ihm nach. Sie war schon fast eingeschlafen, als es plötzlich Klick bei ihr machte. Sie fuhr mit einem Ruck hoch und stupste einen vermeintlich schlafenden Körper an. Du Betrüger! Er hatte ihr das Versprechen abgenommen, ihn zu heiraten, sobald sie eine ganze Nacht in seinem Bett geschlafen hatte und die Worte mit ihm dabei geflissentlich unter den Tisch fallen lassen. Er schlug die Hand auf und grinste ohne Reue. Du wusstest, mit wem du verhandelst, und jetzt… Er gab ihr einen Klaps auf den Po, als er sich auf einem Ellenbogen aufstützte. Werde ich mich in dein Zimmer zurückziehen? Wenn du das tust, werde ich dir folgen. Ich bin stärker als du, erinnerte er sie selbstgefällig. Ich muss dich nur hochheben und wieder zurück tragen. Ich habe Beine, ich werde wiederkommen. Nein, doch! Sie schmiegte sich an seine Schulter, legte ein Bein über sein leicht behaartes und schloss die Augen. Versuch ruhig, mich zu vertreiben. Mit einem leisen Knurren legte er den Arm um sie und platzierte seine Hand auf ihrem Po. Du brauchst eine Tracht Prügel. Dieses Mal war ihr lächelnd selbstgefällig. Ich liebe dich auch. Gannon schloss sie die Augen, bevor sie eine gefühlte Sekunde später aus dem Schlaf schreckte. Ihr Herz raste. Ihre Muskeln waren zum Zerreißen gespannt. Sie atmete tief durch Zitternd spürte sie, wie ihre schmerzenden Muskeln sich lockerten. Es dauerte eine Minute, bis ihr klar wurde, was sie geweckt hatte. Sie lag noch immer an Gabriel gekuschelt, aber seine Hand ruhte auf ihrem Nacken, warm und stark und schwer, und sie gehörte Gabriel. Das war alles, woran sie sich erinnern musste, dass es Gabriel war. Sie atmete mehrmals tief ein und wieder aus, dann schloss Zwar musste sie sich bewusst darauf konzentrieren, doch endlich schlief sie wieder ein. Es folgten noch zwei weitere Panikattacken und Gabriel wachte beide Male auf. Verdammt, das wollte ich nicht, murmelte er beim ersten Mal und nahm die Hand von ihrem Nacken. Lass sie da, befahl sie, gereizt wegen des Schlafmangels, ich komme damit klar. Er knetete die Unterseite ihres Schenkels. Du bist total verkrampft, ich werde mich entkrampfen, lass sie da. Gabriel massierte weiter ihr Bein und dann auch ihren Nacken. Irgendwann lullte der sanfte rhythmische Druck ihr erschöpftes Bewusstsein in den Schlaf. Das nächste Mal wurde sie davon wach, dass sie irgendwie unter Gabriels Bein gelandet war, das auf sie drückte. Ich weiß, murmelte er, da lassen. Sie gab nur einen unverständlichen Laut von sich. In der nächsten Nacht weckte seine Hand sie viermal auf, in der Nacht danach zweimal, in der folgenden fünfmal. Erschöpft bis ins Mark warf sie sich Freitagabend aufs Bett und sagte, ich gebe nicht auf. Gabriel legte sich neben ihr auf den Bauch und verschränkte die Finger mit ihren. Ich auch nicht. Schließlich habe ich schon die verdammte Hochzeitslocation gebucht. Charlotte fing an zu kichern, aber es klang leicht hysterisch. Sie kämpfte mit den Tränen, als sie seine Knöchel küsste. Ich liebe dich. Er hielt ihren Blick mit seinen stahlgrauen Augen fest. Du bist Sie prägte sich seine Worte tief in ihrem wehen Herzen ein und gestattete sich, die Augen zu schließen. Als sie erwachte, stellte sie fest, dass sie sich vor Erschöpfung beide nicht bewegt hatten und die Sonne auf ihre verschlungenen Hände strahlte. Die Sonne! Blinzeln schaute sie zu dem Wecker auf dem Nachttisch. Es war neun Uhr an einem Sonntagmorgen und sie lag im Bett mit dem Mann, den sie liebte. Sie drehte sich hastig zu ihm um und sah, dass er immer noch schlief. Seine Haut schimmerte wie dunkles Gold im Licht der Sonne, die durch das Deckenfenster fiel, sein Haar bläulich schwarz. Als sich eine halbe Stunde später träge seine Wimpern hoben, fragte sie, ich darf niemals mit meinem Ehemann streiten? Ein schläfriges Lächeln. Ich hatte gehofft, dass du das streichen lassen würdest. Du weißt, wie gern ich mit dir die Klingen kreuze. Gabriel zog sie an sich. Dann fasste er in die Nachttischschublade neben sich, nahm den Ring heraus und schob ihn ihr auf den Finger. Die Unterwäscheklausel ist nicht verhandelbar. Allerdings werde ich dir erlauben, zu an ihrer Haut an, als hätte er die Hitze von Gabriels Körper absorbiert. Sie legte sich auf den Rücken und er beugte sich über sie. Das ist zu schade, meinte sie, dann muss ich den hübschen zartrosa Stringtanger, den ich im Set mit einem BH gekauft habe, wohl wegwerfen. Seine Augen blitzten. Wie ich schon sagte, Miss Baird, es gibt Verhandlungsspielraum. Er legte die Hand an ihre Wange und gab ihr einen süßen, sinnlichen Kuss. Willst du mich heiraten? Ja, sagte sie, ihr Herz weit geöffnet. Ich will dich heiraten. Als einen Monat später, mitten in der Nacht, das Telefon schrillte, tastete Charlotte schlaftrunken danach. Die letzten vier Wochen waren durchwachsen gewesen. In manchen Nächten wachte sie noch immer in Angstschweiß gebadet auf, aber es wurde von Woche zu Woche seltener. Diese Nacht hatte sie tief und fest geschlafen. Und das, obwohl Gabriels Hand auf ihrem Nacken lag, während sie sich an seine Brust schmiegte. Ich habe es. Sie ließ Gabriel rangehen, schloss die Augen und kuschelte sich wieder an ihn. Wann? fragte er. Ist es bestätigt? Ich kann nicht gerade behaupten, dass wir den Wichser vermissen werden. Wer war das? murmelte sie, nachdem er aufgelegt hatte. Lee. Offenbar hat Richard es nicht ertragen, wieder eingesperrt zu sein. Er ist tot. Er hatte sich in der Nacht nach seinem Transfer vom Krankenhaus ins Gefängnis erhängt, nachdem der Richter bis zu Richards Verhandlungen untersuchungshaft angeordnet hatte. Der Mistkerl hatte einen Abschiedsbrief für Charlotte hinterlassen, den sie jedoch niemals zu sehen bekommen würde. Detective Lee hatte diese Entscheidung getroffen und Gabriel darüber unterrichtet. Er ging mit ihr konform. Obwohl er nicht annahm, dass Charlotte wirklich glaubte, Richard hätte sich umgebracht, weil sie seine Liebe verschmähte, wollte er trotzdem nicht, dass sich die Worte dieses Psychopathen in ihrem Kopf festsetzten. Es ist vorbei. Gut. Ein herzhaftes Gähnen. Jetzt schlaf weiter. Einen kurzen Moment staunte er über ihre Reaktion, bis er erkannte, dass es für Charlotte schon an jenem Tag vorbei gewesen war, an dem sie beschlossen hatte, sich nicht mehr vor Richard zu fürchten. Ob er lebte oder tot war, machte für ihr mentales Gleichgewicht kaum einen Unterschied. Aber Gabriel war höllisch froh, dass dieser Bastard sie nie wieder bedrohen würde. Er schmiegte sich an Charlottes Körper und schloss die Augen. Vorehelicher Vertrag Charlotte Bairds Bedingungen Du, Gabriel, wirst deinen Ehering zu jeder Zeit tragen, damit dich keine anderen Frauen anbaggern. Sollte es dennoch eine wagen, wirst du es deiner Ehefrau erzählen, damit diese der Betreffenden in den Hintern treten kann. Du wirst zu Hause mit nacktem Oberkörper herumlaufen, damit deine Ehefrau dich nach Herzenslust anschmachten kann. Unter gar keinen Umständen darfst du deiner Ehefrau jemals rote Rosen schicken. Tust du es dennoch, wird sie dir etwas viel Schlimmeres als einen Muffin an den Kopf werfen. Du wirst nicht nach 19 Uhr arbeiten, es sei denn, es handelt sich um eine Notfallsituation, die umgehende Maßnahmen erfordert. Über spätabendliche internationale Telefonate kann von Fall zu Fall verhandelt werden. Gabriel Bishops Gegenangebot Gebongt Jetzt gehörst du mir, Miss Barrett, und ich gehöre dir. Für immer. Sie hörten? Rock Kiss Ich berausche mich an dir Rock Kiss Serie Band 2 Von Nalini Singh Aus dem Englischen von Patricia Wojtynek Gelesen von Lisa Stark Rock Kiss Serie Band 2 Vielen Dank.